Aber Vater Valentin wird mir das sicher besser sagen. Hört, hört, hört! Oh Gott, was war er? Er hat gebrochen. Der König zu sich! Lausche dem König! Erstmal vorweg, schön, dass ihr alle schon so drin seid, aber wir sind noch nicht im Spiel, ne? Ihr könnt noch nochmal, aber schön, dass... Praise the Son! Hi Patrick! Mörder der kompletten Party! Wie fühlst du dich am Tag danach? Ich magere mich aus Prinzip normal zu reden in diesem Universum. Ich dachte, das ist dann normal. Ich dachte auch, dass das dann... Das ist eine andere Interpretation der Tatsache, eure Majestät. So, trommelt die mal alle zusammen? Wie stürzt? Wann hat er den Schnauzer? Entschuldigung, ich bin sehr klein, entschuldigung, entschuldigung. Wie ist ihr noch? Tretet alle nah ran! Stürzt den König! Stürzt den König! Ja, 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 ja. Ich freue mich auf sie! Ich auch, bitte, Mann! Ich glaube, ich muss meinen Maul halten jetzt. Oh, wie schön! Also, erstmal Hallo! Wie gesagt, wir sind noch nicht im Spiel, ne? Alkohol! Deswegen erklären wir jetzt noch mal kurz so ein bisschen, ähm, ähm, wie das jetzt hier so laufen wird und allgemein erstmal... Hallo! 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 Gott! Hallo! Das ist super! Bestanden! Äh, okay. Ja, wir labern euch jetzt noch eine kleine Bulette ans Ohr, dann, ähm, watschen wir gemeinsam ins Dorf. Da gibt's dann quasi den Anpfiff und ab dann sind wir eine Woche lang wunderbar im RP und, äh, ja, so wird das laufen. Äh, ja, schön, da, da sind wir wieder, ne? Geil! Das drittes Mal inzwischen. Ich würde ja sagen, wir haben voll rot. Aber so ist es nicht ganz. Boah! Wir haben uns auch wieder tot gebuckelt diesmal, um das hier irgendwie auf die Beine zu stellen und hoffen, ihr habt ganz, ganz viel Spaß. Ist wieder gut? Äh, ich hab auch instant sofort alles vergessen, was ich hier Wichtiges erzählen wollte, aber dafür hab ich ja den tollen Gork dabei, der das mit mir alles organisiert hat. Okay. Äh, der sagt jetzt auch schlaue Sachen. Danke! Ja, bestimmt! So! Wuhu! Wuhu! Ja, sehr gut! Ja! König! Hi, Happen! Wir lieben dich, Gork! Ja, danke, danke. Also wir haben dieses Season ein... Was? Ja? Äh, dieses Season haben wir ein paar Neuigkeiten. Wir haben jetzt endlich keine Main-Quest mehr. Yay! For Locked! Es ist, äh, vorbei. Die Zeit von verpassten Möglichkeiten an irgendwas potenziell besonders tollem teilzunehmen. Ja! Ihr schreibt jetzt eure eigenen Geschichten. Das heißt, wir werden einfach gucken, was passiert und... Ja, was geht denn was ne? ...und die Spielleitung unterstützt und gefördert. Also wenn ihr irgendwas Krasses erlebt, wenn irgendwas Monumentales passiert, dann teilt das der Spielleitung mit. Yay! Wuhu! 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 Ja! Ja! Jungen, was ist denn das eigentlich... Wieso habe ich mir denn da für ne schlechte Position eigentlich ausgesucht? Wenn ich hier nach oben gucke, direkt... ...oder... Direkt hier im Buber. Oh shit! Holy... Charge! Poiss ruckelt, Alter. Voll am lag. It´s too much, it´s too much. Guckt´s euch an Leute, die Armee von Rastalot. Erstmal anerliert, hallo Bu. Ja, hier kommen sie alle. Warte, warum bin ich ganz vorne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Dass diese Menschen fliegen können, muss ich sagen. Egal. Fast schon. Das war der Bodeneintopf. Ah, da, okay. Moment, warum bin ich 4% wet? Warte, was? Wieso bin ich jetzt schon feucht, Leute? Es geht noch nicht mal los. Achso, es regnet. Wie hast du jetzt liegen tief, Alex? Es gibt schlechtes Wetter. Der Brief, den du mir gegeben hast, der ist jetzt... Ich habe noch nie Rastalot gespielt. Äh, noch nie Rastalot gespielt. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, okay, Leute, jetzt... Hier. Actually, Streamer. Es regnet. Du Kacklub, Alter. Zum Teufel... Okay, wir laufen... Ja, okay, das sieht gut aus. Wieso schweben da einige... Es ging offiziell noch nicht los und... Äh, so ein paar Spielleiter schweben halt rum, weil... Sie es können. Sie demonstrieren ihre Macht. Oh, wow. Was für eine riesige Bude hier. Zur Info für alle, die auf der linken Seite. Sehen Sie das Haus der Familie Schlapperberg? Das Haus ist noch immer so schön, wie es auch damals war. Oder? Ja, doch. Ja, doch. Ja, ja, ja. Weiter bis zum Marktplatz. Alle bis zum Marktplatz laufen. Sehr schön feinfallen. Jawohl, der Marktplatz. Der Marktplatz. Gude. Wow. Igitt, was ist das denn bitte? Ein Sumpf? Ein Sumpf? Okay, hier ist die Schneiderei. Da ist ein Pferd. Stimmt, das ist der... Das hier ist der Elden Ring DLC. Ich darf den schon ein bisschen früher spielen. Gut, gut. Verteilt euch schön auf dem Marktplatz. Weit voneinander. Schön verteilen. Genau. Ja, ja, es leckt ein bisschen. Schön verteilen an alle. Genau. Genau. Zwei Meter Abstand halten. Sehr schön. Ja. Was sind denn Meter? Ja, kriegen wir hin. Verteilt euch ein bisschen. Schaut euch nicht gegenseitig an. Ich kann nicht rechnen. Du bist so eine Hexe? Ich schau an, wenn ich will. Was sind Meter? Ähm. Was ist bei ihm denn los? Wir schauen nur ein bisschen mehr als... Legolot, ja. Sehr schön. Okay, wir warten auf den Rest. Beziehungsweise auf den König. Kann auch nicht mehr. Das ist aber auch anstrengend gewesen. So war das genau. Im Mittelalter hatten die halt noch keine guten PCs. Das stimmt. Und Rastalot ist ja ein Inselkönigreich, ne. Die haben halt nicht so die guten Leitungen aufs Festland. Es geht alles halt unterirdisch durch den... durch den Ozean. Wir... Wir sehen so aus. Das sind doch noch nicht alle, oder? Richtige Kacknoobs. Äh, nein, da sind einige auf dem Weg noch. Und hängen geblieben und so. Mein persönliches Ziel, Leute. Mein persönliches Ziel diese Woche ist, genug Geld zu verdienen, dass ich mir am Ende der Woche ein Schwert leisten kann. Das ist mein Personal Goal. Hallo ihr beiden. Steht da hinten links ein nackter? Ich kann mir in meinem Alter nur noch zwei Namen nennen. Oh, ähm. Und das sind Becky und der Bärwinzen. Für die, die mir noch stattdessen geht, wenn ich am Morgen aufstehe. Ich kann dir auch eine neue Säule nehmen. Ihr steht immer mit dem Bock. Nimm eine Säule und haut dir den über den Kopf. Ähm. Kartoffelbauer. Äh. Ah, gegründet an meinen Lehrlingen war das, ne? Ja, das ist was jetzt. Und ja, Leute, bei mir ist nix zensiert. Weil Zensur gab's nicht im Mittelalter. Sehr schön. Ich weiß, aber ne. Ich hab den bewusst nicht an. Wenn da jemand Pimmel zeigt, dann zeigt jemand Pimmel. Nennt ja euer Meister auch, wenn ihr ihn liebevoll anstrengt Meister Pimmel. Ist ja alles ganz, ganz realistisch. Im echten Leben, wenn da jemand vor dir die Hose runterzieht, dann kannst du auch nicht verpixeln. Oh, er kommt wieder in die Richtung, geht das gleichität. Schwabrien. 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 Ah, Dad, das ist ja Adel. Das ist das hier. Adel, Adel. Schwabrien. 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 wersherat. Mill des초. Du willst doch bei uns. Ja natürlich, du trinkst, William. Dankeschön für das Glück, der Spocker. Ja. Echte Kerne. Nehmei, Achtung auf. Ja, das haben wir nicht mehr lieber. Oh Gott, Alter. Was ist das denn? Was habt ihr denn gesagt? Wir wohnen zusammen. Und wer genau bist du? Ja, er ist Renner. Ich bin der Archimist. Das ist Lotte. Oh, dann hast du bestimmt noch irgendwelche Trinke. Hier, die da. Das ist Lotte. Das bedeutet, ein von ihnen werde ich vergessen. Ja gut, aber warum sollte ich das denn wissen wollen? Mein Name ist Tonelia, die ist Moe und mein Bruder können Sie vergessen. Oh, okay, okay, dann wende ich mich an Sie, Mr. Tonelia. Ja, irgendwie flüstern Sie gerade die ganze Zeit da rum. Sie sind meine Untermieter, stimmt das? Dies ist korrekt. Und die sehen alle gleich aus. Die zum Beispiel, die könnte ich überhaupt nicht auseinanderhalten. Gönn Sie mein Essen, aber kaum. Er macht wohl die Schöne, dass er am besten kann. Ausgezeigt, wir haben die besten Trinke. Sag mal, ich rede auch. Hallo Mr. Tauselbart, ist mir eine große Ehre. Das ist so chaotisch. Oh, wir können mal unseren Stand suchen. Das hier ist auf jeden Fall so Fleisch, Metzger. Gott, Leck, Alter. Und passiert ist, insofern freue ich mich auf gespannt. Da wollen wir am besten nicht enden, hier oben auf dem Ding. Ich kämpfe, okay, das sind Fische. Ich kämpfe. Oh, Chat. Das könnte er sein. Das ist er. Chat, das ist unser Stand. Junge, richtig edel. Das muss ich nur irgendwie nochmal zurückfinden. Rennen. Das ist das schönste Kompliment, das Sie mir hier gemacht haben. Ja, hier da. Ja, ja, jetzt noch viel mehr. Ich bin hier bei mir und habe ich noch mehr. Du bist nicht von der Großmauer. Es funktioniert, danke schön. Scheißlein, reich. Ja, reich und alt. Aber noch, mein guter Gesunde. Die Finger bitte wieder aus meinem Mund raus. Wir sind wohl noch, ey. Ja, her. Ja. So, wie werde ich denn eigentlich nicht mehr nass? Die Rust-Experten im Chat. Ich bin ein Fremder. Wie kann ich mich denn trocknen? Muss ich jetzt um Feuer laufen? Wer weiß. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute dieses Jahr noch ein Stück verrückter sind. Wie geht es dir? Oh, das ist eine Toilette, okay. Das ist ganz wichtig für mich. Wenn ich mal AFK muss, dann hocken wir uns auf dem Klo. Damit die Leute auch wissen, dass ich nicht da bin. Hört, hört. Ich fühle mich mir überhaupt nicht wohl. So, dann kommt noch mal ran hier. Nochmal kurz alle ran und Ruhe. Machen Sie Platz. Und diese Zuffel, die irgendwie ein bisschen neue Lüge. Lass die Nadel durch. Anhänglich. Oh, okay. Gesellt euch zum König, der König gedenkt zu sprechen. Lauscht der Stimme des Königs. Denn noch nicht erst, wenn ich hier angefiffen habe. So, also, nochmal, hallo, schön, dass ihr dabei seid, bla 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 und so weiter und so fort. Lass das mal schnell über die Bühne bringen, damit der Skruggel hier weg geht. Okay, also, ihr habt für eure Häuser in den Kisten, müsstet ihr Schlüssel finden. Damit ihr da auch wisst, wie ihr so eure Türen auf und zu kriegt und so weiter. Dann, bevor wir es vergessen an dieser Stelle, wir haben uns wirklich, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich können die meisten nicht nachvollziehen, wie viel Arbeit hinter so einem Projekt steckt. Und wir sind da mit einem kleinen Team dran, die das alle quasi für lau machen. Wir haben einen Sponsor diesmal, Löwenanteil war so nett, uns ein bisschen zu sponsoren. Damit wir die Serverkosten tragen können und so weiter und so fort. Dazu gibt es später noch Infos. Ja, aber erstmal, vielen, vielen Dank, Herr Löwenanteil an dieser Stelle. Warte, dann war da noch eine andere Sache. Ich habe schon wieder vergessen. Ihr seid mein Löwe, eure Majestät. Scheinbar schuldig. Du bist trotzdem nicht befördert. Ben, Gork, jetzt fügt ihr noch was hinzu und dann können wir hier den Anpfiff machen und loslegen. Ach, Geld, ja, Geld, 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 ja, Geld. Geld müsstet ihr auch in den Kisten finden zu Hause. Bitte klaut es euch noch nicht direkt am Anfang. Lasst uns erstmal hier warm werden. Ihr kriegt jeden Tag da ein bisschen Geld rein, was euren Verdienst quasi widerspiegelt. Die, die ganz viel verdienen von euch, die nehmen wir das aber auch wieder zum großen Teil weg. Na toll. Nicht das Geld, was ihr so durch irgendwelche Schemmeer... Da muss ich auch nicht arbeiten. Aber das, was ihr durch euren normalen Alltagsjob... Schade. Hallo, hallo. Genau du, ne? Diese Scheißsteuer. Wie gut, dass der Adel nicht arbeitet. Materialkosten nicht steuern. Auch steuern, ja, ja. Das ist gut. Also, dass der Adel seinen besten Antrag zum Wohlergehen des Reiches leistet. Was? Die Adelsteuer. Herzlich willkommen auch. Schönen guten Tag auch vom SL-Team. Hallo, wir sind immer noch für euch da. Gork hat ja eben schon gesagt, es wird keinen Oper-Plot geben, außer den, den ihr erstellt. Das heißt, wir sind da, um eure kleinen Geschichten weiter zu fördern und zu fordern. Das bedeutet aber vor allem, dass wir euch auch brauchen im Sinne von Kommunikation. Das heißt, wenn ihr etwas plant, wer etwas vorhabt, irgendetwas braucht, etc., dann kommt bitte zu uns. Zu uns, das sind in dem Fall Gork, das bin ich, das ist Mairi, das sind Wurzel und Rabbi und Sawyer. Wir sind eure SL, wie beim letzten Mal auch. Und ihr könnt uns sowohl über Ticket erreichen im Discord, als auch, wenn es ganz, ganz dringend ist, gerne per DM. Das hat das letzte Mal auch wunderbar funktioniert. Und wir versuchen euch aus euren kleinen Geschichten, die sich entwickeln, diese Woche Storys zu stricken. Es gibt natürlich auch Quests, die versteckt sind, die euch in Briefchen erreichen oder in wilden Tieren oder was auch immer. Also, Secret Quest. Ab geht's, Mann. Und viel Spaß. Wir starten gleich, ich habe schon gesehen, ihr seid alle schon voll in. Wir starten gleich offiziell mit dem König und einem Time-In, wie sich das gehört. Und ab dann sind wir sozusagen eine Woche lang Rastalotianer und Rastalotianerinnen. Wie eben schon gesagt, eure Türen stehen offen. Seid bitte so fair und geht nur in euer Haus. Ihr werdet es erstmal wieder finden müssen. Ihr habt dafür die Karte auf Discord, die euch helfen soll. Wenn ihr gar nicht klarkommt, schreit um Hilfe. Wir führen euch auch zum Haus. Und im Haus findet ihr dann alles weitere an Schlüsseln und so weiter und so fort. Okay, Chat. Erster Auftrag. Wir müssen unser Haus finden. Wir haben gefragt. Gesprochen. Eine Frage. Teilt euch dann gleich erstmal. Weil erst, wenn es losgegangen ist. Erstmal ist es wieder Startschluss. Okay. Wir starten nämlich mit einem kleinen Ingame-Invent. Dementsprechend. König, bist du so weit? Ich bin so gut wie so weit. Ich wollte immer mal... Jo, danke für den Reset. Für die allermeisten Belange ist wirklich das Rathaus ein kompetenter Ansprechpartner. Es geht steil auf die 69. Und dann fangt irgendwelche Tickets zu schreiben, wenn euch irgendwelche Rohstoffe fehlen oder sonst was. Geht erstmal zum Rathaus. So. Dann würde ich sagen, kurz eine... Schweige zehn Sekunden. Und dann würde ich sagen, geht's los. So. An die Spielleitung. Das Stichwort. Es lautet Stichwort. Okay. Ist passiert. Danke. Reicht. Dann geht es los, würde ich sagen. In drei, zwei, ein... Ein Hoch auf den König. Moment, da fliegt noch jemand. Oh. So schweigend. Hör es, 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 hör es. Jeder, der nun nicht schweigt, soll sofort hingerichtet werden. Juhu. Ahem. So. Wir haben uns nun hier versammelt zum erneuten Male, um mal wieder darüber abzustimmen, ob jener Schäm dort hinten in dem Käfig, alle drehen sich um, als die beiden von Flatterberg nun endlich freigelassen werden sollen, dass die beiden ja in jenem Käfig verbrachte. Huuu. Nein. 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 Ich krieg's das denn hin. Un. icianliche Sprache Nein. Er Management hat schöne Hau und der Ist quer sein Kopf wieder verloren, Particularly und meiner königlichen Willkür, dass jener Töpel dort nun endlich trotz all seiner Verbrechen gegen das Königreich von Rastalot nun dort befreit werden solle. So geschehen ist, dass sie der König, lebe den König, lebe den König, lebe den König. Weise. So lasst ihn wissen, was ihr von ihm haltet. Ich gehe nur in mein Schloss, ich muss mich ausruhen. Wir lieben euch, Käpt'n Lorde Meister, wir lieben euch. Wir sind eine Schande für Rastalot! Man soll nicht fehlen! Man soll nicht in gefüllten Spuren gehen! Zieht ihm die Eier lang, das ist gut. Zieht ihm die Eier lang! Das ist die Königse, die wir nicht kennen! Wie ist es in einer wundervollen Fried von harmonischem Stadt zu leben? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, also so halt irgendwie hat er wohl Verrat. Kastriert ihn! An den Praller mit ihm! Ich verstehe, ich bin auch neu hier aus Garnersburg. Daher kann ich mir kein Urteil erlauben über diesen Mann. Ich hab noch nicht mal genau verstanden, wie er hieß. Ich hab hier das verstanden. Er ist auf jeden Fall ein von Flatterberg. Aber den Vornamen... Ihr habt einige schöne Haut! Schande! Der nächste Mann noch bevornackt! Die Schau ist vorbei! Die Schau ist vorbei! Die Schau ist weg! Ich hab mich doch auch wieder gehört gehabt! Rasiert ihm den After! Hier ist es wahrlich laut, ich höre Sie gar nicht! Ja, das denke ich mir! Ja, ja, ja. Also soweit ich weiß, ich bin auch noch Ella. Das hat gestimmt, um uns mit einem Befangenen zu nehmen. Ich hab noch... Eure Majestäten, ich stehe euch zu diensten. Da gehen sie. Da gehen sie. Ähm... Mein Kopf schmerzt etwas. Deswegen löst ich die Menge hier auch gerade auf. Denn so etwas liegt mir am Herzen. So, Chat. Gute Frisuren. Auftrag Nummer eins. Wir müssen unser Haus finden. Und äh... Ja, gute Kleidung. Das ist im Übrigen das erste Thema. Die Karte ist praktischerweise genau andersrum. Äh... Ich glaube, wir sind vorhin an der Schneiderei vorbeigekommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es müsste in diese Richtung... Das Gute ist... Leute. Unser Haus ist genau zwischen Brennerei und Kneipe. Eigentlich... Eigentlich ist das perfekt. Wir müssen die nur finden. Ah, hier. Moment. Taverne. Da ist Taverne. Ich bin ja noch so jung. Da ist er ja. Aha! Ja! So ist Liebe! Erbarme! Erstmal nochmal mein Haus finden. Da liegt das nicht hinter der Brotter. Er meint es wirklich eilig zu haben. Der Blick durch das Fenster in die Taverne gefällt mir. Wir haben ja eine ganze neue Einrichtung für uns. Dort werde ich sicherlich den einen oder anderen Abend das gesamte Geld verprassen. Bitte halt mich auf! Ich werde dich wohl aufhalten, ja. Prost! Ich muss ja auch zugeben, ich laufe hier gerade zuvorderst. Ich weiß ja aber noch nicht mal wohin. Na, geradeaus und dann links. Ich denke, das sollte wohl in meiner Möglichkeit noch sein. Ich habe das Gefühl, du hast schon einmal zu viel in der Taverne gesessen. Dann konzentriere ich mich etwas deutlicher zu reden. Wenn meine Zunge schon lallt. Ich glaube, du, Rial, du musst weiter geradeaus und da vorne über die Brücke. Ah ja, Brücke natürlich, ich erinnere mich. Torobert, freut mich sehr, sie kennenzulernen. Oh, noch mehr Gesinde. Hallo, hallo. Also Torobert, ich muss nämlich jetzt meine Butze. Sollst du mal nachher was Neues sagen? Ich will dich gerne auf den Holzweg, jawoll. Na, dann, äh, frohes Mädel. Von der Kneipe aus weiß ich ganz genau, wie ich nach Hause komme. Ah, hier, zum Feuerschlund. Ah, okay. Ach, das ist die Knappe. Das klingt gut, ja. Das klingt vertraut. So. Erstmal ein bisschen Joggen hier. Ah, guck mal, hier ist direkt auch eine, ein Abort. Chat, ich glaube, das ist unser Haus hier. Moment, also hier, Moment, Kneipe, genau. Wenn das, wenn das hier die Brennerei ist, dann sind wir hier richtig. Da steht aber nix. Unsere kleine Hütte. Mein Michi! Ich freu mich auch nicht zu sehr. Ah, scheiße. Oh. Ah, okay. Geht aber nicht. Unlock. Close. Vielleicht brauche ich den Schlüssel. Ähm. Ähm. Loot. Das ist ja auch so ein schönes Bett. Oh, was ist da? Oh. 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 Okay. Oh. Here we go. Was ist das für eine Bruchbrüche? Ja, Junge. Ich bin hier neu. Ich kann mir nix leisten, okay? Ah. Oh, shit. Zumindest habe ich Schlüssel. Oh. Shit, Alter. Ich bin reich. Hier sind 5 Millionen Schlüssel. Ah. Ist das jetzt abgesperrt? Ich glaube ja. Ich sehe, ich sehe halt die ganze Zeit... Ah. Ah, okay. Also wenn ich auf... Okay. Ich glaube es ist verschlossen. Bogen und Jagen. Leute, wenn ich das mache, werde ich direkt hingerichtet, man. Chillt mal, okay? Okay. Wir wollen ja die Woche auch überleben. Okay, aber warum habe ich so viele Schlüssel? Das ist mir nicht ganz klar. Egal. Wir haben Geld. Oh, sch... Hm. Hm. Das lasse ich mal noch sein, bis ich es verstehe. Ich glaube, die Tür ist jetzt abgesperrt und nur ich kann sie... öffnen. Glaube ich zumindest. Okay, eigentlich ist das... Okay, das ist sich ganz gut zu merken. Ist einfach hier an den ganzen Kneipen vorbei. Und dann hier direkt über die Brücke vom Fluss. Und dann links. Das ist... Neben dem Pferdetyp. Das ist super. So. Seid gegrüßt. Das wird ganz schnell aufgelöst sein, wenn wir in Anspruch... Bitte. Sehr schön. Oh. Dankeschön. Vorsicht. Ein wildes Tier. Wild erscheint es mir nicht, aber es scheint... Pan... Panflötenmusik zu mögen. Wie meine Kürbis. Ein wahnsinniges Tier. So groß. Wegen der Panflöte. Gehört dieser Hirsch zu euch? Nicht wirklich. Nein. Wenn würde er bei mir... an der Wand halten. Aber wenn das so weitergeht, werde ich es wohl als Haustier betrachten können. Irgendwie. Oh. Moment. Mit dem folge ich doch mal. Das ist doch direkt schon unsere erste Mission-Chat hier. Eine wilde Bestie attackiert das Dorf. Direkt die ersten paar Minuten. Junge. Das ist doch... Also das ist ja wie gerufen hier. Die erste Heldentat. Wo ist er hin? Moment. Vorsicht, Vorsicht! Eine wilde Bestie treibt sich hier herum. Ist der da lang? Vielleicht ist das keine gute Idee. Na gut, wenn ich der Hirsch wäre, ich wäre auch von mir weggelaufen. Erste Quest erfüllt. Ich erzähle es heute den ganzen Tag jedem, dass ich eine wilde Bestie vertrieben habe. Ich jogge. Ich jogge immer. Für das Training. Immer schön trainieren. So. Ihr seid wieder sicher, guter Herr. Die wilde Bestie ist entkommen, aber ich habe sie vertrieben. Dann bedanke ich mich herzlich. Sehr gerne. Immer wieder. Wahre Worte. Wir müssen ja auch noch genug einnehmen, damit wir auch stirbt. Auf zur nächsten Mission. Auf dass er nicht allzu oft kommt. Muss ich ihm eigentlich immer noch sagen, dass wir heute weniger verdient haben? Ach, sei doch mit den genauen Zahlen nicht zu präzise. Ja, Mann, ich bin ja unterwegs. Das war eine wichtige Mission, Mann. Der war eine wilde Bestie, die das Dorf angegriffen hat. Das ist meine Pflicht als treuer Bürger, als loyaler Diener des Königs, diese Bestie zu vertreiben. Hallo, Nachbar. Hallo, Nachbar. Uff. 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 Ah, okay. Frau Trake ist noch gar nicht da. Dann bin ich ja nicht zu spät. Uff. Jetzt ist mir schon ein bisschen warm. Ei, ei, ei. Oh, sch- hoi, 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 hoi. Tausend Äpfel? Uff. 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 Okay. Ah, hallo. Seid gegrüßt. Oh, wir haben hier, äh, frische Äpfel. Also die, die schönsten, grünsten, süßlich sauersten Äpfel, die es gibt. Wir, wir haben auch, äh, Kartoffeln. Oh, da soll mich denn ein Apfelkopf kostet gut. Äh, Moment, ich guck kurz auf die Preisliste von der Frau Trake, ja. Ich bin hier noch neu, aber, äh, das haben wir gleich. Ah, da haben wir es doch schon, genau. Also, äh, äh, zehn Äpfel gibt es für 20 Rust-Taler. Hm, vielleicht gibt das, äh, das ist, äh, das ist aber schon ein bisschen sehr hoher Preis. Wäre da noch etwas zu machen? Oh, ähm, hm. Also, die Frau Trake meinte, ich soll erstmal nicht feilschen mit den Leuten, aber sie können gerne auf die Frau Trake warten. Die müsste eigentlich bald hier sein. Vielleicht macht die ihnen einen guten Preis. Ich würde sonst einfach sonst auch ein Angebot machen. Vielleicht gibt es ja etwas, was ihr gebrauchen könnt, sodass ihr mit dem Preis etwas runtergehen könnt. Oh ja, also ich bin auf der Suche nach einem Schwert. Einen wunderschönen guten Tag wünschen. Ihr müsst wissen, irgendwann werde ich ein Ritter sein. Bestimmt. Äh, guten Tag. Wollen Sie auch feilschen? Nuni! Äh, nein, heute nicht, danke. Ich, äh, brauche auch tatsächlich nichts gerade. Ich bin mich am umgucken, wer die Leute am Marktstand sind im Moment. Ja, ja. Ach so, sehr gut, ja. Also, wir haben hier die besten Äpfel und... Seid gegrüßt. Hallo, hallo. Guten Tag. Ich bin hier mit der etwas traurigen Nachricht. Die Frau Ella brauchte ob ihres Alters noch einen kurzen Schlaf. Aber ich hoffe, sie ist bald ausgeschlafen und wird dazu... Ah, ja, okay. Daran bin ich auch schon gewöhnt eigentlich. Das ist... Okay, danke für die Nachricht auf jeden Fall. Vielen Dank. Sie wird nicht jünger, das ist leider so. Ich bin jetzt da! Hallo! Ja. Deshalb helfe ich hier jetzt aus. Herr Kakalakis, das ist aber schön. Seid gegrüßt, Herr Kakalakis. Ach ja. Ja, das wünsche ich dir auch. Hier ist alles super bei uns. Kannst du holt im Angebot. Oh, ganz viele tolle süß-saure Äpfel und Kartoffeln und ähm, andere Gemüse und Früchte. Süß-saure Äpfel. Da möchte ich gerne einen probieren. Weil ich möchte nicht, dass unsere Kunden werden betrogen. Oh! Oh! Ähm, hm. Äh. Also... Ja, ja. Die, die Frau Trake, die ähm, die meinte, ich soll aber nix hergeben, ohne Thaler dafür zu bekommen. Seid ihr da eine Ausnahme? Du weißt, wer ich bin oder nicht? Ja, ich möchte jetzt einen probieren. Und ich möchte nicht warten, sonst werde ich richtig böse. Äh, 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 okay. Tja, ja, ja. So geht das. Und dahinten ist eine Hexe, die ist meine Freundin, die hole ich dann. Äh, hier, bitteschön, Herr Kakalakis. Okay. Mit freundlichen Grüßen von Frau Trake und mir. Süß und sauer, soll der schmecken gesagt. Ja, die, die besten grünen Äpfel, die es hier gibt, in ganz Rastalot. Da werde ich das jetzt mal probieren. Ich hoffe, es mundet euch. Ähm. Ja. Also, boah, der war richtig lecker. Das freut mich. Aber sauer. Vielleicht solltest du nicht sagen, süß, sauer. Sonst sind die Leute vielleicht überrascht wie ich. Oh, okay, okay. Äh, vielen Dank für euren Tipp, ja. Ja, ja. Ja, ja, sehr gerne. Und wo ist die Frau Ella jetzt? Äh, ich hab grad die Nachricht bekommen, dass sie wohl noch etwas braucht im Bette, weil, ihr wisst schon, ihr Alter und so. Ja, ja, ja. Das kennen wir. Okay. Gute Geschäfte. Wiedersehen. Hallo, eating daily? Hallo! Hallo! Also, das war der Typ, der hat irgendwie keine Ahnung, also, der kontrolliert irgendwie den Markt oder so. Deswegen wollte ich dem jetzt auch nichts abschlagen. Das ist direkt schon hier die Feuerbrumme, what the fuck man. Direkt am ersten Tag hier komplett alleine erstmal. Shit. Hä, aber Ella war doch vorhin noch da. Die ist doch mit uns zu den Häusern gelaufen. Was im Teufel ist passiert? Ich bin so ein bisschen himmelig, Leute. Das ist... Ich dachte, ich wäre hier zu zweit mit einem Experten, aber jetzt bin ich hier... Verdammt. Es ist gut, momentan sind eh noch, ich glaube, die meisten hier irgendwie am rummanagen von ihrem Haus mit den Schlüsseln und so. Ich glaube, wir haben das sogar relativ schnell rausbekommen. Ich bin ein bisschen stolz. Wie das mit dem Abschließen ist und den Schlüsseln. Ich weiß zwar nicht, warum ich so viele habe, aber... Es passt schon. Es passt schon. Also, wir haben hier Äpfel, ja. Äpfel, die anscheinend sehr sauer sind. Das sind Kartoffeln. Was zum Teufel ist das Mais? Das ist Mais, oder? Ist irgendwie ein bisschen... Sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus. Und dann Kürbisse noch. Jesus. Ja, ich... Hätte ich einen Schlüsselbund, wären die halt alle an so einem Schlüsselbund, ne? Das ist halt... Müssen wir uns jetzt vorstellen einfach. Weiß übrigens jemand, wie man ordentlich Stacks hier macht? Hallo. Weil ich habe da jetzt einen rausgezogen. Das war dann irgendwie nur ein Apfel. Aber ich kann ja auch 10er Stacks irgendwie rausziehen. Weiß mit mir das geht. Ey, das Gute ist ja... Das Gute ist, dass wir einfach an so einem Stand sind. Ich kann mir einfach irgendwann, ne? Darf halt keiner wissen. Aber ich kann mir irgendwann einfach so einen Apfel reinziehen. Dann werde ich nie hungern. Ist voll gut. Kann ich das Geld sparen für ein Schwert? Nein, das ist kein Diebstahl. Es ist... Es ist... Bei Meckes dürfen die ja auch. Was essen. Ein Menü. Einmal pro Tag. Das ist hier genauso bei uns bestimmt. Okay, Moment. Ich muss ein bisschen üben hier. Da. Oh Fuck. Das ist ein Spender. Das ist ein Spender. Da sind wir dann fünschen. Ach, als sie zu sehen, ich sage. Kuchen sie dich hin. Ach du meine Güte. Der hat jemand geguckt. Der hat mich gelacht. Schauen sie nach. Schauen sie nach. Schauen sie nach. Was zum Teufel. Meine Güte. Was ist denn da los? Warte, ich will hin. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Aber ich darf auch nicht den Stand verlassen. Ah, die Probleme eines rechtschaffenden Bürgers. Verdammt, ey. Ich bin rechtschaffend gut, Leute. Ich muss helfen, aber ich muss auch hierbleiben. Fuck. Direkt der Off-Breaker. Stehen da vorne am Brett? Alter. Oh, oh. Grüße. Äh, den Jäger. Äh, leider nicht. Ich bin auch relativ neu hier. Vorhin habe ich den kurz gesehen vorbeilaufen, aber ich glaube, er ist nicht hier. In welche Richtung? Ähm. Da lang. Okay. Okay, vielen Dank. Keine Ahnung. Stimmt, ich hätte Bescheid sagen können, dass hier was passiert ist. Aber ich weiß auch nicht, ob wirklich was passiert ist. Und sie sucht ja den Jäger. Was war da drinne los, hä? Da war jemand am Fenster und der hat geguckt und gelacht und dann habe ich geschrien. Kann es sein, dass du an mein Trinken genippt hast? Nein, 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 das ist wirklich so passiert. Da draußen war niemand breit und weit zu sehen. Verzeiht ihr guten Leute, war hier irgendwas Schlimmes los? Ich habe Schrei gehört. Ja, ja, da hat mich jemand angespannt. Wie, was? Auf dem Fenster, also, ja, ich war mich am umziehen, am umkleiden und auf einmal stand da jemand. Haben Sie jemanden gesehen, der hier weggelaufen ist? Ja, doch, in der Tat. Er rannte nach, äh, nach da. Nach da ist er weggerannt. Wirklich. Den standen wir uns. Da gehen wir direkt hinterher. Vielen Dank, Sir. Kein Ding, immer gern. Ich möchte helfen und wenn Sie ihn finden, dann bekommen Sie einen Dollar von mir. Einen Taler. Einen Taler? Oh, wow. Einen Taler, wenn Sie ihn bekommen. Alles klar, ich halte die Augen offen. Vielen Dank, Sir. Das klappt doch schon hervorragend hier. Äpfel, frische Äpfel, Kürbisse, Mais. Ich sag's euch immer nach einer Woche, man hat ich 5000 Quests, 80.000 Leuten geholfen. Mein Gott, es ging jetzt ein paar Minuten los. Ich hab schon eine wilde Bestie aus dem Dorf vertrieben. Ich hab schon, äh, eine Wache unterstützt. Ich hab hier schon, hier Kriminelles gesehen. Junge, wie's abgeht, Alter. Ich wusste, es war das Richtige, nach Rastalort zu kommen. Ich sag's euch, irgendwann. Ich werde der größte Retter sein. Den die Welt je gesehen hat. Ich werde Drachen bekämpfen. Prinzessinnen retten. Magische Schwerter besitzen. Meinst du, man darf da auch ein Easy-Kai-Charge spielen? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Was, was ist denn ein 50%? Und dann, da ist wieder der, der Markt, der Markttypi. Ich mein, ich muss noch ein bisschen besser die Leute kennenlernen. Ich hab euch, by the way, ich hab, äh, im Discord, falls noch niemand gesehen hat, ich hab bei Ankündigungen, hab ich eine PDF hochgeladen mit den ganzen Rollen. Dass ihr ungefähr wisst, äh, welcher Name zu welcher Rolle und Berufung gehört. Und, äh, eine kleine Karte ist auch dabei. Ich muss dir immer sagen, dass der Laden richtig schlecht läuft. Falls ihr da mal gucken wollt. Was ist denn da hinten los? Ist doch so ein kleiner Aufruhr. Grüße! Ja, leider ist die Frau da, geht man noch nicht hier. Ähm. Ach, immer noch nicht. Okay, denn... Dann nehm ich 10 Äpfel für's. Das tut mir, das tut mir sehr leid. Soll ich ihr vielleicht irgendwas ausrichten für ihn? Nee, ich, ich, ich nehm jetzt... Grüße! 10 Äpfel. 10 Äpfel? Okay, okay. Seid gegrüßt. Ähm, der Henke und ich würden gerne was kaufen, aber ich glaube, ihr seid noch im Geschäft. Wir warten eben. Ja, nicht, nicht, nicht vordringen, dass wir... Wie zum Teufel kann ich denn... Oh mein Gott, fuck! Ähm, ähm... So, also 10 Äpfel waren das, ja? Das macht dann 20 Ross-Talle. Äh... Bitte sehr... Wohl bekomm's! Äh, ich, äh... Mir fehlen noch vier, vier Stück. Wie, echt jetzt? Oh. Äh... Oh, die sind, äh, hinter euch gekundet. Oh, um, um Gottes Willen. Ich geb euch natürlich direkt, äh, neue. Äh... Ja, ich versteh schon. Es... Es kann halt ein bisschen dauern, manchmal. Oh. Oh, ich meine. Oh. Na, Räuner, was? Was ist doch der Ewa hier? Ich hab's noch in der Tasche? Ein Appel. Einer, einer, einer ist mir noch abhanden gekommen. Hier, bitteschön. Ich danke euch. Na, er sagt gegrüßt. Grüße. Und das ist aber ein schönes Tier, was ihr da... Wie reden Sie denn mit dem Henker? Oder meint ihr mich? Äh, 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 beide. Haha. Ach so, ja, ähm, also, ich weiß noch nicht genau, was der Henker möchte. Er sollt ein bisschen Wodka, aber ich hätte gerne was zu essen. Was habt ihr denn? Also, heute haben wir, äh, frische, saure Äpfel im Angebot. Und, ähm, Kartoffeln. Und, äh, etwas Mais. Und Kürbisse sogar. Kürbisse? Mhm. Na, was hört sich da noch was an? Oh, da ist einer der Äpfel. Oh, den sollten Sie aber nicht nehmen. Der ist ja, der ist ja ganz schmutzig. No, das ist, das ist schon okay. Ähm, Henker-Freund, was meinst du, was willst du denn? Hm, ein bisschen Wortkark heute. Ähm, hättet ihr die Güte und würdet mir von jedem einen geben? Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, der macht sich sehr gut, was ich... Wieder folgen beim Lachen. Ja. Oh. So, Chat. Wir müssen, wir müssen jetzt rechnen hier. Ich habe eine Wildsau. Ups. Oh, nein, nein, das ist der Henker. Was, 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 was passiert denn hier? Jo, ich verstehe. Also doch, lieber Mensch. Ähm. Ihr müsst dem Henker nachsehen, er hat in letzter Zeit nicht viel Wut rauslassen dürfen. Wachen. Ich sammle das schon wieder auf, Frau Trake, keine Angst. Aber, sie ist hinter dem Stand und greift uns an. Ach, ja, hallo. Das ist der Henker. Ich dachte auch erst, es wäre ein wildes Tier, aber ich glaube, das ist ein Haustier von dem guten Herrn hier. Oh, nein, das ist der Henker. Der Schloss Henker. Was hängt er denn? Na, die Menschen. Ich möchte nicht, dass die Wildsau uns die ganzen Kartoffeln auffrisst. Ich hole mal die Wachen. Ähm. Wo ist denn der Wildsau? Ich bin immer fordert, immer. Hast du eine Wildsau gesehen? Kann man den Henker, kann man den streicheln eigentlich? Mag der das? Weiß nicht. Also, hab ich noch nie mit ihm drüber geredet. Müssen Sie ihn fragen? Herr Henker darf man nicht mal, äh, zumindest anpoken? So, so mit dem Finger, so dran? Das ist aber sehr nett, dass das Schwein hier einfach alle Kartoffeln fressen darf. Das macht das gar nicht. Das benimmt sich, äh, 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 Herr Henker, bitte, äh, Sie dürfen nicht hinter den Tresen, ja? Entschuldigung, ich, ich hab das noch nicht gesehen, dass das der Henker ist, aber von hinten erkenne ich ihn. Wann kann man das nicht irgendwie schneller darüber machen? Chat, help, wie kann ich Stacks machen? Ist der mit der Maske? Von vorne, der. Chat. Es frisst die Kartoffeln. Es frisst die Kartoffeln. Was macht ihr mit dem Henker? Geh jetzt doch erstmal mit dem Schwein. Oh, was? Animal Control? Warum leidet nehmen alle den Henker? Das ist der Henker! Äh, wenn du satt bist, kannst du doch bitte geh'n. Das ist super der Binanz, diese Wächter hier. Ich glaub, die sind sehr unhöflich, lass uns mal lieber geh'n. Alles gut, so viel ist ja auch gar nicht passiert, ich kümmere mich drum, ja? Ganz schnell wieder eingesammelt. Wo ist der Schweinebauer? Wo ist der Schweinebauer? Aber... Das ist kein Schwein, das ist der Henker. Der Henker ist... Schwein, lass das gehen! Ihr könnt nicht einfach den Henker schlagen! Das ist ein Schwein und kein Henker! Aua! Eiger Scheiße! Äh, man muss... Da vorne steckt der Henker zurück! Da vorne ist der, den ihr sucht! Den habt ihr schlafen lassen! Ich finde keine Möglichkeit... Da vorne, bei den Leuten! Rechtsklick! Der Schweinebauer ist auf dem Weg hierher! Let's go! Let's go! Let's go! Äh, Schweinebauer! Nimmst du das mit? Es hat Karkoffeln in der Stuhle! Es kann hier geschehen! Ach ja, das ist... Alles gut, ich hab das gleich wieder unter Kontrolle hier! Ähm... Das ist... Kein zu meinen! Es hat kein Namensbändchen! Er ist mein Einball nicht da! Der ist ja auch kein Schwein, das ist der Henker! Den hab ich grad aus dem Schloss geholt! Das ist der Henker! Oh! Ein Henker-Schwein! So! Puh! Geschafft! Das Schwein, das ihr sucht, ist dort vorne! Das hab ich vorhin im Schloss Fried gelassen! Das ist gerade hinter die Abdeckung gelaufen! Zusammen mit dem Auszubildenden des Henkers! Da! Seht ihr's nicht! Da neben dem Mann mit der Maske! Da läuft's! Mit diesem Schwein kenn ich mich nicht aus! Ja Frau Trake, dieses Ferkel kam einfach hier hin und hat hier die Sachen angerempelt und dann ist alles rausgefallen! Oh! Achso! Genau! Dafür sind die Schlüssel da! Ja okay! Ich hab vorsichtshalber mal alle mitgenommen! Das war eine weise Entscheidung! Ich glaube auch! Hast du denn schon etwas verkaufen können? Ja! Wo soll ich denn eigentlich die Thaler hinmachen, die wir als Ertrag bekommen? Jetzt ist der Henker weggelaufen! Einfach in eine der Kisten! Okay! Das ist gut! Na! Also! Ah da sind sie ja wieder! Wie geht's ihrem Henker? Der Henker ist in den Wald gelaufen! Ich weiß nicht wo er hin will! Aber er wird wahrscheinlich wichtige Dinge zu tun haben! Aber ich hätte immer noch Hunger! Entschuldigung! Ach hier ist Splitting! Ja! Wir brauchen gar keine Waffen! Wir reden einfach nicht mit den Leuten! Ja was darf denn sein? Ja was haben wir denn? Na soweit ich weiß sind Äpfel da und ich hoffe auch noch Katasteln nachdem das Wildschwein hier war und Türbisse müssten auch da sein. Wie schaut's denn aus junger Mann? Na vielleicht könnt ihr mir helfen! Ich habe 10 Thaler! Ja dann machen wir eine gemischte Kiste nicht wahr? Das wäre super! Bereitest du schon mal alles vor? Einmal eines von allem? Ja? Ja 10 Thaler hat der junge Mann! Einen Kürbis kann er sich nicht leisten! Der kostet ja schon 2 Thaler! Das stimmt ja ja! Okay! Ich bereite da mal was vor! Das sind 10 Thaler! Wundervoll! Ein Apfel sind 2 Thaler! Okay! Dann machen wir 2 Kartoffeln und 2 Äpfel! Mein Schlüsselbund holen! Das kann ein Weilchen dauern! Ja! Keine Eile! Frau Trake! Ich mach das schon! Ich hab das hier schon vollkommen gemeistert! Ja! So! Also 10 Thaler! Da kriegen sie! Hier 2 Kartoffeln und 2 Äpfel! Oh wundervoll! Dann danke ich euch! Gerne gerne! Immer wieder! Wohl bekommts! Dann gehabt euch wohl! Gehabt euch wohl! Na Fall! Oh Stress! Grüße! Wie viele Thaler wollt ihr für einen Apfel haben? Ein Apfel sind 2 Thaler! 2 Thaler! 2 Thaler! Ich hätte dann gern 3 Äpfel! Aha! Sehr gerne! Kommt sofort! Danke für den Erfolg bei den nächsten Boden! Warte mal! So jetzt hab ich's drauf hier! 3 Thaler meint ihr? 6 Thaler insgesamt jetzt! 6 Thaler! Mhm! Vielen Dank! Wohl bekommts! Ja! Gehabt euch wohl! Warte was! Äh! 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 Gehabt euch wohl! Ähm! Habt ihr noch was gesagt? Ich glaub ihr kriegt noch Wechselgeld! Sechs Thaler waren's doch oder nicht? Äh! Ja! Oh! Oh! Ja! 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 Ähm! Äh! Genau da habt ihr mir nämlich ein bisschen zu viel gegeben! Ähm! Ja! Ja! Ich finde mein Geld, mein Thaler nicht mehr! Mein Beutel finde ich nicht mehr! Ähm! Moment! Ich hatte 30! Also ich glaub er hat mir 70! Er hat mir 70 gegeben oder? Äh! Er hat mir... Moment! Er hat mir 70! Ich glaube ihr hattet mir 70 Thaler gegeben! Kann das sein? Äh! Es müssten 50 gewesen sein! Äh! Ah ja! Okay! Dann machen wir das Ganze nochmal rückgängig! Und dann wären es nochmal 6 Thaler! Sie haben... Sie haben mir 100 Thaler zu geben! Oh! Das ist verrückt! Ich dachte ich hätte 50 abgezählt! Da ist uns wahrscheinlich das gleiche Missgeschick passiert! Ja! Dann werde ich das mal jetzt... Moment mal! Ich muss kurz nochmal sehen! Ja, aber ich hab's doch gesplittet und dann... Kann mir jemand erklären, wie ich das mache? Unten rechts das I can drag and dropen! Achso, wenn man splittet, dann... Dann hier? Ah! Okay! Vielen Dank! Passt! Passt! Sehr gut! Dann... Gehabt euch wohl! Gehabt euch wohl! Lies halt! Da steht doch nichts! Ah! Set amount of drag icon! Ja, okay! Grau... Dunkelgrau auf dunkelgrau! Ja, super! Ja, okay! Okay, okay! Danke, Chat! Das ist nicht so einfach, Mann, wenn ich probiere, hier alles gleichzeitig zu machen, ja? Immerhin bin ich nicht mehr nass! Das ist doch schon mal was! Ja, ich kann nicht... Ja, ich kann nicht... Sorry, Leute! Ich kann nicht so... Hier und gleichzeitig auf dem Chat achten! Ich geb mein Bestes, aber es klappt nicht immer! Das ist momentan... Es geht nachher besser, wenn ich das alles ein bisschen besser drauf hab, aber... Ist halt sehr... Sehr ungewohnt noch alles! Grüße! Grüße! Äh... Ihr habt nicht zufällig irgendwo den Totengräber gesehen? Den Totengräber? Äh... Nee! Heute noch nicht? Guter Herr! Heute noch nicht! Gut, dann muss ich weitersuchen! Danke! Bitte! Der Totengräber? Jesus! Okay, sehr... Moment! Ich hatte 30 Thaler! So! Das heißt, das hier sind unsere Einnahmen jetzt noch! Okay, okay, okay! Wie kann ich denn Sachen zu nem Stack machen? Weiß das auch jemand? Weil es klappt zum Beispiel nicht, indem ich das einfach draufziehe! Schiff... M-m... Nope! Einmal öffnen und das Item mit ins... Okay, das ist auch ne gute Idee, ja! Warte! Also du meinst so und dann hier so? Ne... Dann schmeiß ich's weg! Also richtig intuitiv ist das nicht, oder? Oder bin ich einfach nur super doof? Was geht denn eigentlich da drüben die ganze Zeit ab? Ich seh da die ganze Zeit Leute! Ach, das ist die Schneiderei, oder? Ah, das erklärt einiges! Der Typ hat keine Hosen an! Junge, eh! Ich bin der Patsi! Der Patsi! Der Patsi! Also in echt! Nicht hingeben! Ey, immerhin ist da vorne direkt die Wache! Eigentlich kann mir gar nichts passieren hier! Die Items mit dem Mausrad übereinander ziehen? Was? Für den was? Ne! Wie wär's mit Alt? Ne! Steuerung? Ne! Okay! Aber eigentlich ist alles ganz cool hier jetzt! So, solange ich weiß wie ich Stacks jetzt auflöse ist ja alles cool! Hauptsache es kommt kein Wildschwein mehr vorbei und... Das hier ist auch voll der VIP-Platz für so eine Hinrichtung! Wir haben hier beste Sicht auf das Ganze! Oh oh! Da kommt die Chefin! Den schönsten... Oh! Ja, ich seh schon! Grüße, Grüße! Wär ich Ehre, dass ihr uns hier... mit eurem Besuch belohnt! Aber natürlich! Stets und ständig bin ich doch eher... den Bürgern nahe! Und nur den schönsten und frischesten! Hier, das ist der allerschönste den ich finden konnte! Hab Dank! Ich werde ihn mir aufbewahren! Ich hoffe es mundet euch! Ich werde ihn ganz allein in meinem Zimmer verspeisen! Nun denn! Auf dann! Gehabt euch wohl! Du, Rial! Könntest du mir wohl wieder aufhelfen? Ich hab's doch nicht so gut getroffen! Ja, natürlich! Natürlich! Äh, kommt! Ich danke dir! Stell dir vor, sie hat mich berührt! Ich hab sie erst gar nicht erkannt! Und dann bin ich auf die Knie! Und dann kam ich nicht mehr hoch! Und sie sagte, ich soll aufstehen! Halt sie mir! Sie hat mich berührt! Prinzessin! Ihr dürft euch nicht wieder waschen! Ja, das würde ich schon tun! Ich meine... Ja gut, vielleicht doch! Sie war so anders noch letztes Jahr! Was? Wie hat sie sich denn so geändert? Ja, ihr wisst schon! Die jungen Leute, die verändern sich schnell! Das passiert! Ja, manchmal kommt's mir vor, als würde sich alles um mich herum einfach so verändern mit einem Wimpernschlag! Und die junge Prinzessin, letztes Jahr hat sie noch allen mit roten Haaren den Kopf abschneiden lassen! Oh, so eine Art Hexenjagd! Sie war sehr schrill und laut und jetzt so gutmütig! Ich glaub, das Jahr hat ihr ganz gut getan! Vielleicht nimmt sie ja irgendwelche Medizin von den Kräuterfrauen! Hallo! Hallo! Grüße! 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 Wie geht es euch? Ach, ganz gut! Läuft der Markt in letzter Zeit gut oder weniger gut? Ich würd sagen, schon gut! Also, abgesehen von Wildschweinen, die unsere Kartoffeln, äh, naja! Das hab ich auch schon mitbekommen! Ah, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr der Assistent hier bin vom Bürgermeister, sonst würde ich mich darum kümmern wollen, aber... Aber naja, ist ja gut, dass der Markt gut läuft! Also, ihr kennt den Bürgermeister, der hatte doch immer gekniet! Der stand hier immer vor dem Marktstand und hat gekniet, glaube ich! Ja, das war ich damals... Ach, wirklich! Einen guten Tag wünsche ich! Ja, mein Haar ist werlich! Guten Tag, die Damen! Grüße! Guten Tag! Vor Ihnen steht Prinzessin Lalina von Rastalot! Welch Ehre! Welch Ehre! Die zweite Tor... Eure Hoheit, ja! Oh, stimmt! Gleich noch eine Prinzessin, Frau Trakert! Noch eine Prinzessin! Ja, ich bin die bessere Prinzessin! Äh, natürlich seid ihr das! Äh, die beste, natürlich! Die Prinzessin, äh, hat etwas Hunger! Ja! Ich kann unsere frischen Äpfel empfehlen! Du, Real, tu doch etwas! Ja, hier, hier... Hier, unseren besten Apfel! Für ganz besondere, äh... Gäste aufgehoben! Blank poliert, ganz frisch, von den besten Apfelbäumen, Rastalots, eure Hoheit! Sie glänzen wahrlich fein, ja! Ja! Schmeckt ganz in Ordnung! Ich bin ehrlich, ich hab schon Besseres gegessen! Ich bin ganz ehrlich, so wie ich sie jetzt gerade erblicke! Ach, das müsst ihr ja auch! Die Burküche soll ja ganz vollzüglich sein, ja! Natürlich, unsere Äpfel sind eurer nicht würdig! Ja, da habt ihr recht! Wollt ihr euch noch weiter umsehen, Prinzessin, oder...? Ja, aber nicht an diesem Stand hier! Ja! Auf dann! Ja, auf dann! Auf Wiedersehen! Gehabt euch wohl! Du, ja, so hoher Besuch, den ganzen Tag schon, äh... Was ist hier nur geschehen? Direkt nacheinander vor allem! Ich helfe euch noch mal hoch, Frau Trake! Ihr kommt! Ach, dankeschön! Und sag doch Ella zu mir! Okay, Frau Ella! Also, es ist sehr merkwürdig, dass das alles hier passiert! Meint ihr, da ist irgendwas Besonderes im Gange? Von dem wir noch nichts wissen? Vor allem hab ich noch nie von der zweiten Prinzessin gehört! Oh Gott, da ist ja wieder... Das ist Wildschwein! Frau Ella! Hallöchen! Das, äh... Wisst ihr, wo es einen Schweinarzt gibt? Oder einen Arzt generell? Der einen Speer aus einem Schwein entfernen kann? Oh, das... Das klingt sehr speziell! Es gibt eine Heilerin am... Am heiligen Tümpel, das weiß ich wohl! Wie ist das denn passiert, guter Herr? Das ist ja schrecklich! Die Stadtwache hat einfach den... Speer in meinen Schwein befördert! Gehört euch auch die andere Wildsau? Ja, hier ist irgendwo eine freilaufende Wildsau! Eine freilaufende Wildsau! Also... Wenn ihr euch solch ein Haustier haltet und hier spazieren führt, solltet ihr aufpassen, dass es nicht zu nah an unseren Stand kommt! Vor allem nicht an die Kartoffeln! Der Onkelchen, der macht sowas nicht! Der nimmt immer nur das, was ich ihm vorwerfe! Die ganze Kiste hat er uns aufgestoßen mit den Hauern! Alle Kartoffeln sind zu Boden gefallen! Es war ein riesiges Durcheinander! Und Dureal musste sie alle aufsammeln und... Aber das ist schon okay! Das mache ich doch gerne! Also... Sowas darf nicht passieren auf dem Markt! Da muss auch der Marktvogt ein Nachsehen haben! Ja, das ist wirklich nachvollziehbar! Allerdings meine Schweine, die haben alle Namen als solches und sind gut trainiert! Die machen sowas nicht! Aber es gibt vereinzelt noch Wildsäue, die noch nicht in meinem Aufsichtsbereich sind! Kennt ihr eine Wildsau namens Henker? Ja, der wurde mir schon vorgestellt! Das war der nämlich, der uns hier heute dieses Chaos beschert hat! Welch Frechheit! Seid gegrüßt? Seid gegrüßt! Grüße? Ja, dieses zutrauliche Tier könnt ihr ruhig wieder mitbringen! Aber dieses andere, das möchte ich lieber nicht mehr hier an der Ware haben... Warum hat jeder ein Wildschwein? Ich frage mich das auch die ganze Zeit! Ja, das... Für wahr, für wahr! Mero, meinst du, dass du... Aber nein, meine Tierchen, die sind alle zutraulich und... Du würdest niemals an die Kisten gehen, nicht wahr? Ja, du bist ja auf Feier! Ja, ja, auf Feier! Ja, ja, ja... Was ich ja wirklich herzallerliebst! Naja, na gut! Aber dann werde ich... Dann bedanke ich mich für die Informationen über die Heilerin... Vielleicht kann sie mir helfen! Ja, ja, ihr müsst hinter der Taverne entlang gehen, dann kommt ihr an einen Teich und der soll sogar heilende Kräfte haben! Oh! Na dann! Na dann, Onkelchen, komm! Gute Besserung, Onkelchen! Ja! Oh, er stimmt zu! Auf geht's! Frau Ella, ihr habt eure Schlüssel gefunden? Ja, ich hab sie gefunden! Ach, sehr gut, sehr gut! Aber der Nero war gerade da, ich glaube, der wollte sich auch darüber wundern, was mit der Prinzessin los ist! Aber der redet gerade mit dem Lachsmann! Das ist ein Lieferant von ihm, weißt du? Ah, verstehe! Der Lachs! Und wir müssen aufpassen, dass der Kakerlakis uns nicht übers Ohr haut, sag ich dir! Oh, der war übrigens heute Morgen schon da und hat mich gebeten, ihm einen Apfel zu geben, umsonst! Na, das klingt nach ihm, ja! Erst meinte ich, das ist mir eigentlich nicht gestattet, aber dann hat er mir so ein bisschen... Ihr wisst schon, also fast schon gedroht! Und dann hab ich doch nachgegeben! Ja! Ich hoffe, das war okay! Ja, für jetzt! Aber das werd ich mir merken! Jawohl! Ich glaube, in ihm steckt ein kleiner Halunke! Ein echter Chaot, ja! Wie soll ich denn in Zukunft mit ihm verfahren, wenn er nochmal um sowas bittet? Ja, er wird das Geld eintreiben für den Markt wahrscheinlich! Und er hat hier die Aufsicht, von daher... Wir müssen uns schon gut mit ihm stellen, aber wir müssen ihm nicht alles geben! Okay, 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 okay! Er hat einen Pfohl! Er hat einen Pfohl! Wie soll ich mich denn gut mit ihm stellen, wenn er um was kostenloses bittet? Hat er denn gefragt, wie viel du schon eingenommen hast? Nee, das nicht! Das war auch relativ früh nach dem Marktstart! Er wollte einfach nur... Er wollte verkosten, meinte er! Er wollte unsere Äpfel verkosten! Um sicherzustellen, dass hier auch gute Sachen angeboten werden! Das war seine Begründung, ja! Sag mal, wie viel Geld hattest du eigentlich in deiner Tasche? 30 Dollar hatte ich angespart! Ach, sehr gut, ja! Ich überlege nur gerade, wie wir das machen mit dem eingenommenen Geld! Und wie viel ich dir wohl noch schulde! Ach, das überlasse ich einfach euch! Ich traue euch da vollkommen! So, mein dritter Versuch soll es werden! Seid gegrüßt! Seid gegrüßt? Hier oben, stell dir vor, die Prinzessinnen waren hier beide! Wusstest du, dass es zwei gibt? Es gibt zwei? Ich habe unsere Gwen... Gwennnara... Ach, das ist mir ganz unangenehm! Ja, die Prinzessin habe ich doch erkannt! Aber eine zweite? Eine trug ein rosanes und ein linanes Kleid, wenn mich nicht ganz täuscht! Ich habe mich ja kaum getraut aufzublicken! Rote Haare habe ich wahrgenommen, ja! Rote Haare! Rote Haare! Ach, da graut es mir gleich! Aber die zweite Dame, die uns besucht, die sah mir ja aus, als würde sie die Prinzessin herumrufieren, sprach gar für sie zwischendurch! Und die erste, also die Prinzessin, die ich auch kenne, ähm, sie war sehr freundlich! Nero, stell dir vor, sie hat mich angefasst! Ach! Unser Fisch hat sie nicht mehr mit einem zweiten Blick begutachtet! Sie sagt, ach, der riecht und ging von dannen! Ich meine nicht die im lilanen Kleid, ich, ich meine wohl die, die blonde, die, also ich, ich kniete nieder und du weißt ja, sie, ich, ich komme da nicht mehr hoch und ich, sie sagte, ich soll aufstehen und ich sagte, ich kann es nicht vollbringen und dann half sie mir! Ach, sie scheint mir eine Prinzessin des Volkes! Die beiden scheinen ja grundauf verschieden zu sein! Für wahr, für wahr! Aber Ella, hattest du gut geschlafen? Ja, ich musste mich ein bisschen hinlegen, dieser lange Weg durch den Schlamm, der war ja so anstrengend! Ich konnt's dir kaum verdanken, dass du bis auf unser Rehfell geschafft hast! Ja, ich auch! Nun, aber, ach, ich wollte sagen, mir steht's nach einem kleinen Schwankel für den Mund, aber ich hab mein Geld vergessen! Nun! Ach, nein! Weißt du denn, was es kostet? Ich hab ein wenig dabei! Ach, ich weiß es gerade nicht! Ach, einen Apfel von hier wollte ich haben! Einen Apfel wolltest du? Na, mehr steht's mir noch gar nicht, ist es ja doch irgendwie noch... Was besteht die Sonne denn gerade? Ach, geblendet hat sie mich gleich, aber runtergehen will sie schon, aber noch ist es nicht Zeit für das Abendbrot! Ich hatte verstanden, du wolltest schon etwas trinken! Ach, es ist immer einfacher über das Geschäftliche einen kleinen, kleinen Trunk zu haben! Äh, vielleicht mit etwas stärkeres... Und wer ist er denn? Most! Man versteht mich doch! Aber die Geschäfte liefen auch ohne das Bierchen ganz gut, ich bin nicht unzufrieden! Na komm, gib ihm den Apfel raus, du Real! Ich krieg schon das Geld hier rein! Hab schon vorbereitet! Ach, dankeschön, dankeschön! Hier, bitteschön, mit wärmster Empfehlung! Ach, vielen Dank, vielen Dank! Ach, wenn ihr einen kleinen Fisch braucht, oder irgendwas Größeres für den Magen, scheut doch nicht bei uns so weit zu schauen, das soll doch für das Gleiche auch gehen! Ja, vielen Dank! Oh, also diese Empfehlung war aber nicht von schlechten Eltern, aber wie knusprig, sauer und wie er sein soll! Ach, herrlich, herrlich! Ja, die Prinzessin mochte ihn nicht so sehr! Die Prinzessin hat's nicht, nein, hat's gar nicht geschmeckt! Ach, der Adel auf seinem hohen Ross, die haben wahrscheinlich Blaubeeren, Johannisbeeren und was nicht alles dort oben! Und diese Bananen, von denen alle sprachen! Und diese Bananen, von denen alle sprachen! Ach, es sind poetische Zeiten, poetische Zeiten! Was wir für Geschichten erzählen können! Das ist wieder so ein Wildschwein! Aber... Wie laufen denn die Geschäfte bei euch? Also es ist noch recht ruhig bei uns dort drüben! Duryal hat zum Glück gut ausgeholfen, während ich noch zuhause war! Und stell dir vor, dann hab ich ja auch noch meine Schlüssel vergessen und musste wieder zurück! Das war schon sehr chaotisch heute Morgen! Hm! Ein Wildschwein hat uns angegriffen, hat hier die Kartoffeln... Ein Wildschwein? Ja! Es kam ja hinter den Tresen, hat die Kartoffeln hier aus der Box rausge... Rausgetacklet... Mitten auf dem Marktplatz! Ja! Das ist... Henker hieß das Schwein! Hab ich vernommen! Ha! Dass denn die Stadtwache gar nichts mehr tut! Ja, die musste ich rufen! Sie hatten das nicht gesehen hinter dem Tresen! Und da war noch ein anderes Schwein, aber das sah etwas zahmer aus! Das war sehr nett, das andere Schwein doch, ja! Das Schwein mit dem Speer in der Schnauze! Das muss auch glücklich schmerzen! Genau das! Und obwohl es einen Speer in der Schnauze hatte, war es solch ein liebes Tier! Dinge gibt's, Dinge gibt's! Naja, ich hoffe der Heiler kann dem armen Tier helfen! Das hoffe ich auch! Ich sehe Kundschaft, ich werde doch gleich mal vorbeischauen! Frau Ella, vielleicht hätten wir der Prinzessin einen unserer Kürbisse anbieten sollen! Vielleicht ist das so eine Person, die... Ihr wisst schon, so mehr auf große Sachen steht! Ja, das... das mag wohl sein! Ich dachte nur, es wäre jetzt etwas unhandlich zu probieren! Wir haben ja sehr große Kürbisse, nicht wahr? Die größten wahrscheinlich, ja! Seid gegrüßt! Kann ich bei Ihnen Kürbisse erwerben? Ja, ja! Was sollen die kosten? Ein Kürbis kostet nur zwölf Thaler! Das ist voll teuer eigentlich! Aber das machen wir! Ich hätte gerne... Fünf Kürbisse! Wow! Sofort! Fünf Kürbisse dann! Für 60 Thaler! Ich bin hier angekommen und kenne mich noch nicht aus! Wo sind die riesiger? Seid ihr nicht auch vom Stall? Bitteschön! Fünf handliche Kürbisse! Schön ihr Geld, aber die Leute mit Kürbissen zu bewerfen im Austausch gegen Geld... Ah! Die Hufschmeiderin! Ja! Ah! Ist sie wohl! Und sagt doch dem Igor schöne Grüße, wenn ihr zum Stall zurückgeht! Habt ihr euch gerade eingedeckt mit Kürbissen? Ich fasse es nicht! Ähm, ja! Ich will dich nicht anlügen, aber Teig schmeckt mir einfach nicht gern! Nun, dann habt ihr noch nicht mein Koppelbrot probiert! Was? Dies meinten sie! Dein was? Mein Gockelbrot! Ich habe der festen Überzeugung, dass du gerade Schwanzbrot gesagt hast, aber ich bin froh, dass du dich verbessert hast! Ja, Marsch, du kannst ruhig die Äsche in diese Katastrophe! Nein, mein Gockelbrot! Das ist ein Puhn! Ein Puhn! Vorsicht mit den Tieren hinter der Theke! Und das kommt... In das Brot rein! Das ist Marsch, der ist ganz lieb! Und dann... In den Feuer stellen! Ein Schack Äpfel für meine Familie! Sehr lange! Die Leute haben einen guten Einfluss auf mich! Wie heißt es denn? Der Bürgermeister? Der 77ste! Max den 77ste! Ja, ja! Meine Stimme ist scheinbar! Was ist denn mit den anderen 76 passiert? Ja, die waren leider nicht sehr brav! Oh! Verstehe! Ich glaube, immer nach oben! Aber der ist gut! Na da! Was frisst er denn am liebsten? Am liebsten süß, saure Äpfel! Na, Äpfelbrot! Der thront doch von oben! Haben wir denn noch genug Äpfel, Dureal? Ja, äh... Saure Äpfel haben wir! Ja, ja, das weiß ich! Du bist ja... Grüße! Können Sie das Wildschwein eingefangen werden? Nein! Das kann ich denn für Sie tun? Das kostet dann 20 Tage! Können Sie das Wildschwein einfangen? Können Sie das Wildschwein einfangen? Das Wildschwein? Na, kein Problem! Oh, meinen Sie das mit dem Speer im Kopf? Oder das mit dem... Das ist aggressive! Gab es etwa zwei Wildschweine? Es gab in der Tat heute schon zwei Wildschweine, ja! Ein sehr aggressives, das unsere Kartoffeln auf den Boden schmeißen wollte. Und ein sehr nettes mit einem Speer in seinem Kopf. Oh, ich dachte das war ein und das gleiche Tier gewesen. Tatsächlich nicht, also... Anscheinend gibt es mittlerweile sehr viele, ja, gezähmte Tiere hier. Verstehe. Nun denn, aber die Tiere sind jetzt wohl auf, richtig? Ähm... Also das eine, das aggressive ist in den Wald gerannt. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Und das mit dem Speer im Kopf, das hat ein Arzt gesucht. Ich hoffe mal das Beste für das Wildschwein. Oh! Ja, das hoffe ich auch! Ach je! Hat das Wildschwein-Kartoffeln geklaut, der Herr? Ist es so schwierig, Äpfel zu stapeln? Ähm... Zumindest hat es das versucht, ja. Mit wem habe ich hier eigentlich die Ehre? Wie heißen Sie? Oh, du real! Ich bin der Neue. Ich bin noch gar nicht so lange hier, äh... In Ruster Lodge. Aber sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Wie ist euer Name? Ah, mein Name ist Fiona. Fiona Mundstein. Ah, Fiona. Sehr schöner Name. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, sagen Sie, was, was verkaufen Sie hier am Stand? Also heute haben wir ganz leckere, saure, grüne Äpfel. Äh, Kartoffeln. Wir haben Mais. Und wir haben sehr, sehr große Kürbisse. Ist ganz besonderes. Oh, saure Äpfel schmecken am besten mit Salz, nicht wahr? Ja, also... Die Meinungen gehen auseinander. Manche Leute mögen das mit Honig oder mit Zucker. Manche aber auch mit Salz, ja. Man kann einen grünen Apfel auch mit Honig oder Zucker essen? Ja, vielleicht sollten Sie das mal probieren. Honig. Schmeckt das denn? Ähm... Haben Sie Honig da zufällig? Ähm... Frau Ella, wir haben keinen Honig da, oder? Ich glaub nicht. Nein. Nein. Nein, das tut mir leid. Dann müsstet ihr mal in der Bauernschaft nachfragen, ob jemand Imker ist. Oh, das wäre natürlich auch eine fantastische Idee. Hm, haben Sie denn Zucker da? Auch das leider nicht, gute Frau. Wir haben hier nur Obst und Gemüse. Wir müssen mal expandieren. Ja. Das klang gerade so spannend. Gebürze sind rar. Aber ich, ich kann euch empfehlen, mal bei der Heilerin vorbeizuschauen. Sie ist auch kräuterkundig und weiß, mit welchem Kräutlein man etwas ansalzen kann. Oder auch flüßen kann. Oh, es gibt süße und salzige Kräuter? Das ist ja... Wow. Also hinter der Taverne ist die Heilerin. Die müsste das wissen. Ja, ja. Nun gut, Anna, dann müsste ich wohl vielleicht der Sicherheit einfach mal einen Apfel mitnehmen, nicht wahr? Das klingt nach einer tollen Idee, ja. Kosten auch nur zwei Taler das Stück. Zwei Taler, wirklich? Mhm. Ähm, eine Frage, kann ich vielleicht irgendwie mit irgendetwas anderem bezahlen? Sie müssen wissen, meine Koffer sind noch nicht angekommen in der Stadt. Ach, sag's an, was habt ihr denn zu verkaufen? Na, zu verkaufen habe ich nichts, aber ich könnte... Ich könnte Ihnen vielleicht... Ich könnte Ihnen ein Gedicht aufsagen. Ach, wie herr. Ich könnte die Werbetrommel für Sie rühren. Ich könnte allen erzählen, dass Sie der beste Obststand sind und ganz rasseln. Wir sind doch auch der Einzige. Wir sind nicht direkt enttäuscht. Tatsächlich? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass noch jemand beim Marktfugt angemeldet hat, dass er einen Obststand haben möchte. Da, in diese Richtung, hinter der Waffe. Ja. Ja, nur zu, gibt der jungen Dame einen Apfel. Sofort, kommt sofort. Das Stück ist so, so. So unglaublich großzügig von Ihnen. Ja, bitteschön. Dann sprecht nur in den besten Tönen von uns und in der Taverne vielleicht ein Gedicht heute Abend. Ja, bitteschön. Alles klar. Alles klar. Ich habe es geschafft, den Apfel auf den Tresen zu legen. Voll gut. Sehr großzügig. Ja, dann Ihnen. Dankeschön. Ja, das kann ich verstehen. Und denn? Tolle Geschäfte und ich werde nur in hohen Tönen von Ihnen sprechen. Vielen Dank. Aber nicht schon. Sehr nett von euch. Lass mir das Ohr. Und, 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 äh, werte Dame, wie heißen Sie? Ich, ich bin die Ella. Man nennt mich auch Mütterchen Ella oder Frau Ella. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Auf bald. Auf bald. Oh. 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 Sie haben sich nass gemacht. Das war doch nur der letzte Rest. Den kann man nicht trinken. Da ist immer diese, wie sagt man, diese Material dabei. Das ist ekelhaft. Ah. Der letzte Spruchschluck, meinen Sie? Ja, ja. Ja, richtig. So kann man das nennen. Oh, jetzt haben Sie sich den auf die Hose geschüttet. Ja, aber das ist gut für den Schleder. Gute Pflege. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sie haben eine tolle Bluse an Madam. Da ist sie. Vielen Dank. Also Kisten haben wir zumindest genug hier, das ist gut. Ich dachte mir, ich muss mir diese Stadt mit meinen eigenen Augen ansehen. Und Sie, sind Sie in Rastalot geboren? Ja, wir sind hier schon ganz lange, wir sind hier die Bauernfamilie, wir halten immer zusammen. Ich bin zum Beispiel die Bärenbauerin und neu zugereist der Maisbauer. Das sind alles Spieler, das sind alles Spieler. Und die meisten dürfen auch streamen. Das ist ja das Verrückte. Mitunter eigentlich den Marktleiter, der das hier dann verkauft, ja. Ah. Wo ist denn Ihr Bauernhof, darf ich mir den mal ansehen die Tage? Natürlich, wir haben ein ganzes Bauerndorf. Aber zu Ihrem Bauernhof, da müssen Sie aber sehr weit reisen. Der ist am anderen Ende der Stadt. Ich habe Angst, diesen Stack anzuklicken, Leute. Weil das ein Tausender Stack ist, wenn ich den anklick und irgendwas geht schief. Da liegen hier tausend Maiskolben hoch. Sehr schön. Wir haben sogar eine eigene Taverne, aber da will ich nicht hingehen. Da sind Sie beim Gasthaus schon besser aufgehoben. Wenn Sie diesen verkaufen möchten, ich verkaufen ihn. Ja, Sie sind sehr unfreundlich. Aber dafür haben wir ein gutes Bauerndorf. Zum besten Feten der Stadt. Wow. Ich wohne aktuell in der Taverne. Ich bin schon richtig neugierig. Ich möchte mir diesen Bauernhof unbedingt ansehen. Das Bauerndorf. Sehr schön. Mit Mausrad ziehen, dann kannst du... Achso, Mausrad ist halbieren. Ja. Ich komme auf Sie zu. Ich werde Sie sicherlich an Ihrer wunderschönen Ausstrahlung wiedererkennen. Danke schön. Ich zeige Ihnen dann auch mein Haus. Oh, das wäre fantastisch. Immerhin. Immerhin. Immerhin einer. Oh, wunderschön. Und wer sind Sie? Schiff. Mein Name ist Franz Dumas. Ich bin Händler. Ich bin schon durch viele Orte gereist. Und nun bin ich hier heute angekommen. Was handeln Sie denn? Aktuell habe ich stinkenden Schlamm. Wenn man sich diesen... Das ist magischer stinkender Schlamm. Wenn man sich den auf die Haut tut, wird man für immer jung bleiben. Oh, da habe ich gleich einen Abnehmer für Sie. Den könntest du auch gebrauchen. Der alte Großbauer. Der sucht was für seine Gelenke. So was hat mir jemand vor 40 Jahren verkauft und das hat auch nicht funktioniert. Dabei seht ihr noch so jung aus. Die wollen bestimmt ihren magischen Zauberschleim. Ja, wo finde ich die denn? Also, der Müller, der hat so einen Sprachfehler. Sieht man? Nein, man. So eine nette Frau. Muss nett sein. Da vorne läuft er doch schon. Da ist er. Das ist der Müller. Wunderschön. Richtig. Mir wurde gesagt... Ich habe magischen Modder. Der hätte das stinkt. Und die Leute, die sich damit einreiben. Ja? Ist dir aufgefallen, dass hier überall Kartoffel drin sind? Äh, äh, äh. Also, also da drüben. Da spalten sich die Geister. Es gibt... Oh ja, das war ich beim Aufsammeln vorhin. Weißt du, die sind nicht abgeschlossen. Das ist sehr gefährlich. Oh, 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 das... Oh, äh. Nur die Kisten mit den Schlössern helfen uns. Unser... Unser Brut zu verteidigen. Weißt du? Oh, verstehe das. Das tut mir leid, da war ich etwas in Panik. Das kann ich wohl verstehen. Es sah ja auch ganz schlimm aus, was diese Sau angerichtet hatte. Das wird ein 5K noch. Ich habe gerade eher das Problem, äh, das alles zu... zu stapeln. Ja, das Problem hatte ich auch. Deswegen musste ich andere Kisten verwenden. Ewige Verjährung. Ach, wie wird das denn wohl? Also, normalerweise konnte ich das schon, aber heutzutage wollen die Hände einfach nicht. Nun, Frau, äh, Hochbauer, ich werde, äh... Okay, also, sie hat das Problem auch. Okay. Gut zu wissen. Seid gegrüßt. Dann bin ich immer nicht der einzige Doofe. Ihr seid sehr leise, guter Mann. Ich kann euch kaum verstehen, äh, meine alten Ohren. Ja. Ja. Nun, dann, äh, verkauf mir doch rein. Ah, was soll das denn heißen? Kann ich euch helfen? Ja, bitteschön. Nun, wenn ihr dem Dienst einen Gefallen erweisen könntet, wäre ich wirklich dankbar. Das ist ein Zauberschleim. Und um welchen Gefallen handelt es sich, junger Mann? So. Ich glaube, wir haben es gefixt. ...und ich glaube, dass ihr wahrscheinlich nicht mehr so lange machen werdet. So würde ich euch vorschlagen, für ein wirklich gutes Begräbnis zu sorgen und dieses zu finanzieren, wenn ihr mir dafür eure Schuhe gebt. Jetzt. Und das ist aber sehr unhöflich. Die Frau Ella, die lebt mindestens noch 40 Jahre. Ja, also, schon letztes Jahr ist der Totengräber mit der Schaufel hinter mir hergelaufen, guter Mann. Oh, oh, was? Das müsst ihr mir nur nicht sagen. Einen ganzen Tag? Deswegen, ähm, glaube ich, dass, ähm, ihr einige Vorbereitungen treffen solltet. Der Nero wird das schon machen. Aber eine Frühvererbung geht doch jetzt auch, oder nicht? Ich mein... Fuck! Chat-Hilfe! Ich muss rausfinden, wie man stackt. Also... Okay, oder zwei Kartoffeln verkaufen, das genau. Also, ich muss schon sagen, das ist ein wenig ungehörig, junger Mann. Und, und denk nur an die Vorteile, wenn man barfuß läuft. Ich als junges Mädchen bin immer barfuß gelaufen. Man muss keine Schuhe putzen am Abend. Aber dafür muss ich meine Füße waschen. Ich weiß, dass ihr das nicht kennt, weil ihr immer mit euren verdreckten Schäulen umhergelaufen seid. Aber ich bin adelig. Oh Gottverdammt, gebt mir die Schuhe und ich zahle euch 15 Minuten. Ach, Herrje, seid ihr das, Herr von Flatterberg? Ich weiß, dass die Zeit ihre Wunden hinterlassen hat. Doch ja, das bin ich. Ach, Herrje, ich hab euch ja gar nicht erkannt. Nun, hoffentlich hat sich jetzt eure Einstellung zu meiner Frage geändert. Seitdem ihr wisst, dass ich auf einen von Flatterberg bin. Ja, hier, nehmt eine Kartoffel, ihr sollt nicht verhungern. Das stimmt, Mann. Sehr gut, sehr gut. So kriegen wir die Kartoffeln los. Wir haben noch einen schönen Tag, wir beide. Ja, auch einen wundervollen Tag. Euch auch. Gehabt euch wohl. Merkt ihr immer, Ureal, wenn man hochsteigt, fällt man tief. Ja, anscheinend. Das war der lebende Beweis dafür, oder? Was ist denn mit dem guten Herr passiert? Er war Bürgermeister. Ja, sagen Sie mal, Herr Herr. Also, er war Bürgermeister. Und dann... Ich weiß nicht, ich glaube, er hat seine Familie ein bisschen unterdrückt. Und er hat, glaube ich, so politischen Kram gemacht. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und dann mochten ihn alle nicht mehr. Und dann hat er, glaube ich... Naja, ich erinnere mich an ein Bild von einem Schaf am Rathaus. Ach, eure jungen Ohren sollten das jetzt nicht hören. Ihr meint doch nicht etwa, dass der gute Mann mit einem Schaf... Okay, ja, vielleicht... Ich meine überhaupt nicht. Die Schafesröse ist schon in meinem Gesicht. Ich kümmere mich nochmal um die Kartoffeln. Ja, äh... Hat doch ein Ero dazu, ich glaube. Oh, da liegt ja eine Banane. Moment, hat das Pferd hier hingeschissen? Oh mein Gott. Äh... Frau Ella, hier ist noch ein Problem. Keine Ahnung. Wir wissen ja alles, was man haben möchte. Oh, oh. Ich glaube, sie ist... Oh, oh. Sie ist zu schockiert. Zeige, grüß. Grüße. Ich bin bei euch am Stand. Die Frau Trey kenne ich ja schon von früher. Ähm, ich suche mir... Äh, äh, wisst ihr denn, wo man solche Mistgabeln herkriegt? Ich muss mein Feld ein bisschen lockern von den... von den Bären. Mistgabeln, also... Die benutzen wir hier meistens nicht so, aber... Ich sehe es halt leider hier bei eurem Stand nur... Euer Stand hat diese prachtvollen Gabeln. Das ist wohl wahr. Diesen starken... äh... Spitzen. Aber das ist ja eher für den... Für den... Für den Ackerbau. Vielleicht müsst ihr mal bei den Bauern vorbeischauen. Die müssten sowas ja eigentlich haben. Ich bin die Bärenbauerin. Ich weiß nicht, will ich dich... Ich hab meine Knoten gewechselt. Das ist aber... Und ich, der Maisbauer, deswegen... Oh, oh, oh. Ich verstehe. Ach so, dann... Hey, was soll das denn? Nein. Dann ist dieser ganze Mais ja von Ihnen. Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Ware. Ja, ja, natürlich. Gerne, gerne. Nein, also er ist vertrocknet und das Feld muss... Was soll das denn jetzt heißen? Frau Ella, wisst ihr vielleicht, wo man Mistgaben herbekommt? Das... das nennt sich trockene Alterung. Das macht... das macht den Geschmack... Ist der lauter? Mein Gott. Ja, ich sag doch nicht, der Geschmack ist schlecht, nur das Feld muss aufgelockert werden. Ihr müsst das Feld gut auflockern, junger Mann. Und gut gießen zu der warmen Jahreszeit. Das... das war doch früher mal mein Bauernhof. Natürlich, natürlich. Ihr dürft ihn nicht verkommen lassen. Ja, deswegen sind wir eigentlich auch hier. Also wir haben die Bracht von Gabeln nur bei euch am Stande gesehen. Wisstet ihr denn, wo wir das herbekommen könnten? Für die Felder. Also ich... Würde euch empfehlen, mal beim Schmied zu fragen. Ach ja, stimmt. Da könnte man wirklich mal vorbeischauen. Eine hervorragende Idee. Hinter dem Stall. Perfekt. Gleich neben der Wache. Vielen Dank. Gerne, doch gerne. Gehabt euch wohl, wir schauen noch mal zum Ding. Gehabt euch wohl, viel Glück dabei. Sehr schön. Ich hoffe, sie lassen das Feld nicht verkommen. Warte, das... das war ihr Feld damals, was die jetzt da... Solltet ihr mal das Bedürfnis haben, geistlichen Beistand zu benötigen oder etwas weichten wollen... Ich muss das eben nochmal ausprobieren, wie viele Kartoffeln ich jonglieren kann. Mhm. Ich habe jetzt aktuell noch keine... Sobald ihr es versteht, verratet mir gerne den Trick. Aber ähm... Ich habe das heute Morgen schon die ganze Zeit probiert, aber ich... Ich habe schon zu den Göttern gebetet, aber... Da steht der Fisch, sieht tatsächlich sehr köstlich aus. Ja, stimmt. Der beste... Der beste Fisch hier. Ja, Bruder Geis ist mein Name. Ich grüße euch. Ach ja, Frau Ella, es gibt da noch ein Problem. Ähm... Wir haben jetzt hier noch eine zweite Sorte von Äpfeln. Ach. Da hinten die... Welche denn? Ja, hier. Ein Pferdeapfel. Aber die verkaufen wir doch nicht, oder? Ach so, dann müssen die bestimmt weg, oder? Ich meine, du könntest ja noch als Nebenverdienst welche aufsammeln und verkaufen. Die Bauern schwören darauf, sie brauchen ja auch etwas... Das ist eine gute Idee, ich kümmere mich drum. Äh... Seid gegrüßt. Guten Tag. Eine Frage. Kann ich hier vielleicht frisches Obst kaufen? In der Tat. Äh... Wonach beliebt ist euch denn... Wir haben Äpfel, wir haben auch Kürbisse. Ich sehe hier auf dem Tresen so wunderbare grüne Äpfel. Hätten Sie vielleicht drei Stück für mich und was würden die kosten? Äh, das wären dann sechs Taler. Das klingt nach einem guten Geschäft. Hier, bitteschön. Ah, ich verstehe. Das ist ja gut. Aber gut, für alles weitere dann wahrscheinlich in der Taverne. Ja, der eine war unter Ihren Laden gefallen. Oh, das ist aber... Moment, ich spring hier mal kurz. Ich hab ihn wiederbekommen. Ich hab ihn rausbekommen. Ach so, sehr gut. Einen Moment. Ein talentierter Mann. Haha. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin der Friseur. Ja, ich bin der Friseur, Flobertus Haarmann. Ah, sehr erfreut. Mit der Fingerarbeit kenne ich mich aus. Falls Sie mal eine neue Frisur brauchen oder auch Ihren Bart rasiert haben möchten. Ach, ein neuer Friseur. Das ist ja schön. Kommen Sie gerne zu mir. Dann sind wir ja Nachbarn. Guten Tag, die Dame, Flobertus Haarmann. Mit meinen Haaren kann man wahrscheinlich nicht so viel machen, aber... Ach, du würdest dich wundern. Also der letzte Friseur, der da war, hat wahre Wunder vollbracht. Ich bin mir sicher, er versteht auch sein Werk hier, der junge Mann. Absolut. Gut, seit Jahrhunderten ist diese Art der Arbeit in meiner Familie schon bekannt. Und ich habe das von der Pike aufgelernt. Also Sie würden sich wundern, was ich alles zaubern kann. Sollten Sie sich mal davon überzeugen wollen, kommen Sie gerne. Kommen Sie gerne vorbei bei mir im Laden. Dann zeige ich Ihnen, was ich alles kann. Aber Sie kriegen doch Ihr Geld. Einen kleinen Moment. Natürlich, natürlich. Der Herr Kavauder-Gast, seid gegrüßt. Seid mir auch gegrüßt. Seid mir auch gegrüßt. Passt du? Vielen, vielen lieben Dank für die grünen Äpfel. Auf ein baldjähriges Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Kartoffeln und Kürbisse. Wie immer, wenn man das Beste von der Bauern schafft. Hast du denn etwas gefangen? Ah. Jo, was sollen denn so... Okay, 100 sind max oder was für Taler? So ein paar Äpfel kosten. Super. Fünf Äpfel kriegt ihr schon für 10 Taler. Jo, dann nehme ich fünf Äpfel. Du real, kümmerst du dich um die fünf Äpfel? Ach, das ist so schön. Wenn man einen Gelehrten hat, einen Lernenden hat, einen Knecht, der sich für einen bügt. So, fünf Äpfel, komm sofort. Ich muss doch herausfinden, wie ich mein Geld teilen kann. Also meistens mache ich einen Stapel und dann hebe ich oben so ein wenig ab. Danke, das versuche ich gleich mal. Oh. So von rechts nach links. Er ist noch beschäftigt. Er ist noch nicht so geirrt. Oh, warte da. Hä? Er hat auch fünf. Ich will nicht, dass die da drunter rollen. Moment. Das triggert meinen OCD. Blöde Äpfel. Stopp! Soll ich nochmal erklären, wie ich es meine? Eigentlich kostet der gebratene Fisch 10 Thaler und der rohe Fisch kostet 5 Thaler. Aber ihr seht aus, als würdet ihr 5 Thaler. Also ich fasse den Stapel an und dann nehme ich von oben so viele Münzen ab, wie ich möchte. Von rechts nach links. Ja, ich habe es glaube ich gerade gesehen. Ah, sehr gut. Das ist die beste Methode, das sage ich euch. So, sehr gut. Hier kommen eure Äpfel. Ja, das ist ein Granny Smith. Nicht alle auf einmal essen. Dann gibt es Magenprobleme. Das habe ich mir gedacht. Also ich habe auch nicht vor, alle auf einmal zu essen. Aber jetzt mal ein Äpfelchen und dann vielleicht später am Abend noch einen. Das klingt wie ein hervorragender Plan. Vielleicht sogar zu einem Apfelwein oder ein Apfelschnaps. Ach Apfelschnaps, das klingt lecker. Das ist doch auch wieder so eine adelige Bagarde hier. Oder frittieren oder in Teigmantel oder füllen. Am liebsten über dem Lagerfeuer, dann ist es nicht mehr so hart für die Zähne. Wunderbar, wunderbar. Dann danke für den Verkauf und man sieht sich. Sehr wohl. Gehabt euch wohl. Frau Ella, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was heute morgen passiert ist. Direkt als erstes. Noch? Als ich so auf dem Weg zum Markt war. Da war eine wilde Bestie. So direkt am Fluss bei meinem Haus. Eine Wildsau. Schlimmer. Ein wildes Tier. Ein Hirsch. Ein riesiger Hirsch. Ein Hirsch. Der war bestimmt, also, war vielleicht dreimal so groß als ihr. Ach, herrje. Aber ich habe ihn verjagt. Ich habe ihn verjagt. Zurück in den Wald. Sehr gut. Ja, da muss man schon, man muss schon Respekt haben vor den Tieren hier. immer gut aufpassen. Ja, ja. Nicht, dass die irgendwie Leute angreifen oder, wer weiß, Schlimmeres. Ja. Das ist auch schon passiert. Da sind die Wildschweine bis auf den Marktplatz gerannt und haben gewütet. Viel Erfolg. Ah, Juppie. Nicht nur diese zahmen Wildschweine dort drüben. Nein, nein. Ich rede von richtigen Bestien. Und ich habe gehört, es gibt Beeren. Wilde Wildschweine. Ja. Manchmal tun sie das, die Tiere. Wenn sie nicht genug Futter draußen finden, kommen sie bis ins Dorf. Oh, und dann suchen die nach Kartoffeln wahrscheinlich? Ja, ja, alles, was sie so finden können. Sie würden auch Fleisch essen oder Fisch, schätze ich, in ihrer Not. Ja, was passiert da? Also die kommen dann einfach so aus dem Wald herausgepirscht und sind dann plötzlich heben? Ja, meistens im Winter. Also sie haben ja ihre Hauer und damit lockern sie den Schnee auf und suchen unter dem Schnee nach Nüssen und solchen Dingen. Aber irgendwann finden sie eben nichts mehr. Wenn sie arg Hunger leiden, dann kann es schon passieren, dass sie durchs Dorf und sie können einen Schaden anrichten, sag ich euch. Ihr habt es doch gesehen hier. Das stimmt schon. Da hat immer noch einen hier. Da sind doch Risse drin. Zum Glück funktioniert das Schloss noch. Ja. Aber alles gut, Frau Ella. Ich werde den Stand mit meinem Leben verteidigen. Ach, bitte nicht mit dem Leben. So wichtig ist er auch nicht. Und wir haben ja auch keine Waffen. Kannst du mit Waffen umgehen? Ähm, also ich habe schon viel gelesen über den Umgang mit Waffen. Zumindest. Ach, gelesen. Ja, schreiben kann ich nicht, aber lesen, ja. Ach, verstehe. Ja, ich habe heute auch was gelesen. Oh, was denn? Ja, das war wie ein Rätsel. Ich muss es gar nicht richtig erklären. Da war ein Brief an unserer Tür. An eurer Tür? Oh Gott, was stand denn darin? Ja, da stand es, in gedichteten Lettern stand dort, dass irgendwie ein Gebräu am Abend und im Bette ist Gold. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es klang danach, als ob Nero vielleicht seinen Spaß daran fände, denn es ging um irgendein Gerstengebräu. Das ist ja, habt ihr irgendeine Idee, wer diese Nachricht an euer Haus geheftet haben könnte? Ja, keine Ahnung. Also es kann ja jeder vorbeikommen und einfach etwas hinterlassen. Es war nur merkwürdig, dass es so verschnörkelt geschrieben war. Ich meine, ich habe nichts gegen Gedichte und mag das auch gern, aber meistens handeln die dann von Liebe oder der schönen Natur und nicht von Gebräu. Stimmt, es war bestimmt aus Mannes Hand. Es mag sein, es mag sein. Frag doch gern den Nero dazu, wenn du ihn irgendwo siehst. Der hat auch den Zettel dabei. Kann er ihn dir ja zeigen. Achso, der hat den Zettel. Achso, ich dachte, der Zettel wäre noch bei euch. Nein, nein, ich habe ihn weitergegeben, damit Nero ihn auch lesen konnte. Erst habe ich ihn vorgelesen und dann habe ich gesagt, vielleicht ist da eine versteckte Botschaft. Wie hat er denn reagiert? Er war sehr erfreut über das Rätsel. Er ist ja so ein junger Bursche, der auch gern auf Abenteuer geht. Das ist auf jeden Fall spannend. Da werde ich ihn nochmal dazu fragen. Ja, das glaube ich wohl. Da müsst ihr euch in der Taverne heute Abend mal unterhalten. Auf jeden Fall. Das ist, das ist... Vielleicht ist das ja ein... Vielleicht führt das zu einem Schatz. Wahrscheinlich einer, der einen trunken macht. Ein güldenes Gebräu. Ambrosia. Ambrosia, ja, ja. Ja, hast du Hunger oder was? Ich habe Hunger, ja. Was willst du denn? Gemüse? Grüße. Hallo. Hallo, was verkaufen Sie hier? Na, was sieht es denn aus? Du bist eigentlich der Mist, nicht wahr? Ja, ich bin der Alchemist. Erst noch. Erst mein Auszubildender, ne? Ach, schön. Ich bin, ne? Ich habe auch einen. Schön, Sie kannst du da... Hallo, das bin ich. Das ist schön. Mein Auszubildender hat Hunger. Was können Sie denn anbieten? Irgendwas Leichtes. Ich möchte nicht, dass er heute Nacht Geräusche macht. Eine Äpfel vielleicht? Oh, Äpfel, das hört sich gut an. Magst du Äpfel? Ja, aber bitte die roten. Dann nehmen wir zwei rote Äpfel. Ich glaube, wir haben nur noch die grünen. Guck mal, die roten, wenn du die umdrehst, haben die schon so eine platte Stelle und sind ganz braun. Die haben wir nur so umhingelegt, damit... Wisst ihr, hier laufen auch Leute mit sehr feuchter Aussprache herum. Man kann ja nicht alles auf dem Tresen legen, was man dann auch wieder verkaufen will. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, dann geht ein grüner. Ist das okay für dich? Ja, ein grüner. Kommt sofort. Bleiben wir zwei grüne, bitte. Was macht das denn? Ein Apfel kostet zwei Taler. Das wären dann vier Taler, bitte. Ich habe leider nur drei dabei. Könnte ich den nächsten Morgen zahlen? Oh. Ja, sicher doch, sicher doch. Ja, gut. Und hier, bitteschön. Zwei Äpfel, bitteschön. Oh, vielen Dank, Sir. Sehr gut, die lassen uns direkt schmecken. Oh, sind die saftig. Weiß mal rein da. Das freut uns immer zu hören. Das ist ja eine Schlange. Stehe ich hier richtig hinter euch? Ja, wir werden gerade bedient. Durchaus, durchaus. Ach, dann kann es ja nicht lange dauern. Ja, und? Das ist ja ein prächtiger Barte, den ihr da habt. Guter Herr. Ja, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Wir beehren sie bestimmt wieder. Es schmeckt dir sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ja, also, ich gehe sowieso hier zur Flottenammer. Die schmeckt besonders gut. Machen wir das mal, ja. Hallo, tschüss. Kennt ihr den guten Mann, Frau Eller? Ja, natürlich. Hallo. Frech und frech, wie immer. Genau, doch. Die nächste junge Dame. Wie geht's euch beiden? Ja, gut. Und dir? Och, ja. Doch, ja. Doch, ja. Also, ich bekomme gerade den zweiten Frühling meines Lebens. Er übertreibt immer so ein bisschen. Ja. Aber die Schönheit von euch ist auch super übertrieben. Ja. 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 Ja, und wie läuft's denn so? Was sind denn die Geschäfte hierzulande dieses Jahr? Ja. Ja, also bis jetzt... Der Notgirl-Opa. Der Friseur, der Meister, der hat aber ordentlich was zu tun. Ja, das glaube ich wohl. Äh, aber sonst... Also, tatsächlich, irgendwie sind meine Haare kurz. Ich muss da über... Der hat sich einfach rumgespinnt, oder? Aber sonst... Ach, hei, nee. Ja, du weißt das doch. Ich kann doch nur mit Schafen ins Bett gehen. Aber dann vielleicht nicht so sehr. Vielleicht eher so ans Fuß, obwohl das wäre ja auch nicht gut. Oh, ja, Füße, die mag ich ja auch. Unter die Matratze. Unter die, ja. Aber Hände immer drüber. Nee. Nee. Die Hände unter der Matratze? Nein, Hände über die Decke. Über welchen Decke? Ja, das ist egal. Ich weiß schon, wo ich heute Abend schlafen werde. Wen wollen Sie denn abpacken? Auf der Decke? Ja, natürlich auf der Decke. Also... Man hat ja noch das Kissen zur Gesellschaft. Wir haben mich doch gerade eingeladen für Übernachtungsparty. Hier vorne ist der Fleisch, also... Nur wenn Frau Ella auch kommt. Was ist denn... What the? Das Schwein dort hinten sieht aber nicht glücklich aus. Um Gottes Willen. Es sieht ein wenig gestorben aus. Und morgen gibt es auch den Teller. Sag Sayuna, liegt es an meinen Ohren, dass ich dich nicht so gut hören kann? Oder ist das... Ich muss mir das kurz anschauen. Ich glaube, das ist ein anderes Schwein. Ich hab sie im Auge! Verstehe, verstehe. Und äh... Es heißt also dieses... Es ist... Es ist also noch frisch, ja? Es ist ungefähr vor... Äh... Ungefähr fünf Minuten, äh... Habe ich dieses Schwein, äh... Auf jeden Fall des Lebens genommen, ja. Ich glaube, das ist ein anderes Schwein. Entwarnung. Das war kein Schwein, das wir kennen. Ach, wie hieß es denn? Ähm... Ich glaube, das hatte gar keinen Namen. Aber das hat der Jäger da irgendwie gerade mitgebracht aus dem Wald oder so. Ja, gut, dann ist es wahrscheinlich kein Zahmes. Ich muss nochmal wieder rüber in die Schwede. Mein Dolchbissenöl, ja. Es sind denn die guten Herrschaften vorbeigekommen, die ich euch geschickt habe. Sein Dolchölen. Hallo, könnte ich hier etwas zu essen kaufen? Aber natürlich, guter Mann. Was hätten Sie denn gerne? Ja, was haben Sie denn? Wir haben saftige grüne Äpfel. Aber... Wir haben leckere Kartoffeln. Wir haben auch golden Mais. Grünes Essen mag ich nicht. Und Kürbisse haben wir. Dann kann ich besser hören. Geben Sie mir Kartoffeln und Kürbisse, bitte. Wie viele hätten Sie denn gerne? Zehn Stück Kartoffeln. Okay, das wären 30 Thaler für die Kartoffeln. Und wie viele Kürbisse? Na ja, ich kann ja auch nicht alles wissen. Oh, auch Zehn, bitte. Okay, das wären insgesamt 150 Thaler. Ja, das wünschst du dir schon über ein Jahr. Haha, wie gut, dass ich reich bin. Aber dann können wir doch dem Christus nicht antun. Das ist ja... Gute Geschäfte hier. Vielen Dank. Moment. Oh, ich habe nur 100 Thaler. Geben Sie mir nur die Zehn Kartoffeln. Das muss erst mal reichen. Okay. Was? Was? Ja, bitte. Ich dachte... Ich dachte... Ich hätte einen anderen Verehrer noch. Ich hätte einen anderen Verehrer noch. Sieben, acht, neun... Zehn. Zehn Kartoffeln, der Herr? Das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn ich... Oh, da fehlen wohl noch Zehn Thaler. Dann gibt es wieder Prügeleien und sowas. Ich habe nur neun Kartoffeln bekommen. Oh, dann ist eine vielleicht... Okay. Ich kümmere mich drum. Rumfragen, wenn es dich interessiert. Kann man dir auch irgendwie... Ich werde kein Stehenswörtchen sagen. Ja, die Frau Ella und ich... Wir probieren das auch schon den ganzen Morgen. Aber heute ist das irgendwie... Ja, heute sind die Finger ganz kribbelig bei allen Leuten. Das ist irgendwie sehr komisch. Flutschige kleine Scheißerchen, ich verstehe. Ja, so ist es. Das liegt aber an den Damen hier. Ja, ja. Nun, vielen Dank. Danke Ihnen. Wie geht es euch denn, Herr Alrikus? Oh, wenn ich Ihnen sage, wenn ich Ihnen sage, oh Gott, oh Gott. Ich gehe in mein Haus und da waren da drei Herumtreiber und die wohnen bei mir und die kauen mein Essen vor und die reiben mich mit Dingen ein. Und dann bin ich in die Taverne gegangen und dann haben die gestritten mit der anderen Taverne und dann wollte der Apfelbauer, dass ich ihm mein Amt überschreibe. Und dann kam die Wache und hat mich festgenommen vom Freundschitz und dann saß ich im Gefängnis. Schon wieder? Äh, ich meine, ähm, warum denn das? Ja, das sagen alle, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe überhaupt nichts getan. Wussten Sie, dass in der Taverne am Marktplatz Menschen zu Wurst verarbeitet werden? Die graben Leichen vom Friedhof aus und verarbeiten sie zu Wurst. Das kann doch nicht sein. Was? Diese Untoten von dort. Ja, das haben Sie mir in der Taverne am Bauernplatz, in der neuen Taverne, haben Sie mir das erzählt. Die haben die wohl dabei erwischt? Nun, Zeit, dass wir dort Besseres verkaufen. Die neue Taverne ist nämlich billiger, wissen Sie. Aber das ist doch ein Verbrechen. Er bekommt doch das, der Wirt bekommt doch das Fleisch von dem guten Herrn da hinten und den Fisch von Nero. Tatsächlich? Noch nicht, noch nicht. Ja. Erst ab morgen. Aber ab dann ist das Problem ja glatt gelöst, wenn dann unser Fisch dort verkauft wird. Heute Abend gibt es dort Leichen zu essen. Heute Abend gibt es doch vermutlich ein Leichen zu essen. Was sagen Sie? Nun, man muss arbeiten mit dem, was man hat, nicht wahr, und sich helfen in dieser harten Welt. Nach der Arbeit muss ich zum Friedhof gehen. Mein armer, verstorbener Mann liegt doch dort. Sie haben den doch hoffentlich nicht ausgegraben. Um Gottes willen, Frau Eller, denken Sie gar nicht erst an sowas. Ich weiß nicht, hier ist der Herr Greifenberg, Herr Greifenberg, diese Dame hier sagt, dass sie ihren verstorbenen Mann ausgegraben und zur Wurst bearbeitet hätten. Das ist doch völliger Irrsinn. Wir graben niemanden aus, wir verarbeiten noch keine Menschen zur Wurst, das ist doch völliger Irrsinn. Moment, Herr Greifen, Herr Greifenberg, ihr seid doch aus der Taverne gleich am Markt. Ja, selbstverständlich. Also das Gerücht, dass ich eben von dem älteren Herrn hier gegrüßt gehört habe, sprich doch um die andere Taverne. Der Herr Allrekus ist das. Ich weiß nicht, warum hier plötzlich solche Gerüchte entstehen. Das ist doch alles was. Es wurde noch nie irgendeine Leiche bei uns bearbeitet von irgendwelchen Menschen, das ist doch völliger Irrsinn. Da bin ich mir sicher, aber in der anderen Taverne erzählen Sie das. Ach so, in der anderen Taverne? Was für Taverne? Ja, ja. Es gibt hier nur eine einzige Taverne, falls Sie vom Schandfleck, eben also von diesem Schandfleck da hinstrickt, von dieser Drecksbumsbude, da wo die Leute blind werden. Die Leute erblinden reihenweise an die Gesöffer, die da ausschenken. Weißt du, von diesem Ort sprichst, ich weiß nicht, warum man da freiwillig reingeht, aber ich weiß nicht, Sie können, Sie sind einfach nur freche Lügen. Punkt. Ein Bumsangebot habe ich tatsächlich bekommen dort. Ah, das auch? Schau. Das ist doch Unzucht. Sie haben es anders genannt, aber ja. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, das ist Rufmord. Da müssen wir uns in die Wachen. Das lasse ich nicht auf ihr sitzen. Das ist eine Frechheit. Also, ihr verarbeitet keine Menschen zur Brust? Der Blasius kommt mit. Ihr seid mein Zeuge. Moment, Moment, Moment. Die wohnen bei mir, Herr Greifenberg. Ihr versteht, ich kann euch das nur im Vertrauen sagen, aber bitte lasst mich da raus. Die wohnen bei mir. Die ermorden mich in der Nacht. Ich dachte, das nen Band-Ida schafft. Ihr seid nie im Vertrauen. Ihr schreit das hier am Marktplatz rum, dieses dumme Gerücht. Nun ja, vielleicht habe ich es dieser Frau hier erzählt. Das haben doch jetzt 20 Leute gehört. Das macht doch gar keinen Unterschied mehr. Da gehen wir doch jetzt zur Wache und da können Sie es da auch nochmal wiederholen. Die Wache weiß das, glaube ich schon. Die hat mir die, die war in der Taverne unten. Also, ich frage da jetzt nach. Ich lasse das nicht auf mir sitzen. Ja, ja, aber halten Sie mich bitte heraus. Ich kann Sie eigentlich auch Salat oder Kürchen. Ich kann Sie nicht da raushalten. Ihr rennt rum und erzählt das. Ihr gebt das weiter. Salat haben wir nicht, aber Kürbisse. Ich kann nicht einfach sagen, das habe ich von irgendjemandem gehört. Das ist doch total unglaubwürdig. Na ja, das erzählen alle. Ich brauche dann noch zwei Dinge. Einmal für Fischbrötchen und andererseits Köder. Ich versuche euch da rauszuhalten, aber ich kann natürlich nicht versprechen. Wir haben keine Würmer oder so etwas. Ihr seid die beste Partie für meine Schwiegerdoktor auf ganz Rastalot. Ja, das will ich wohl meinen. Habt euch wohl. Wir sehen uns. Ja, mit euch wohl. Aber dann versuche ich das mal weiter. Naja, du könntest natürlich, weißt du, wenn du einen Apfel aufschneidest und in ein Fischernetz hineinmachst und das dann in einen Tümpel wirfst, dann werden sich darin Würmer und sowas alles sammeln und dann hättest du einige. Guter Herr, in manchen Äpfeln sollen sogar Würmer drin sein. Also, wenn ihr ganz viele Äpfel kauft, vielleicht habt ihr das Glück und findet einen Wurm. Ja, das gefällt mir. Ich würde... Was waren denn denn 10 Äpfel gleich? Hast du denn mittlerweile Geld dabei? Nicht bei mir. Bester Verkäufer, Alter. Wie viele Äpfel brauchst du denn? Könnte ich ein Probeexemplar bekommen? Ich meine, wenn ich das ins Wasser werfe und es passiert schlicht nichts. Willst du gerade mit mir feilschen und verhandeln? Ich gebe dir einen Vorschlag. Und du willst jetzt... Ich muss es doch sowieso bezahlen, Nero. Nein, nein. Ein einzelner Apfel würde ich natürlich mit einem einzelnen Goldmünzchen bezahlen, wenn das ein guter Preis ist. Es kostet zwei. Gib mir ein Goldmünzchen, ich lege das andere drauf. Gib mir einen Moment, ich hole schnell ein Goldmünzchen. Wie nett ist ja das. Ja. Ähm, ich hätte gerne fünf Äpfel, wenn... Die bereite ich doch sofort vor. Ja, Nero ist ziemlich witzfindig geworden, nicht wahr? Ja, aber manchmal ist er ein bisschen verwirrt. Ja, ja, durchaus. Silber, das wäre ein Zehntaler. Er hat eben schon sein Äpfel bezahlt, weil er sein Geld vergessen hat. Oh, weia. Wie machen denn dann fünf Äpfel? Zehntaler. 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 Bitteschön. Das ist wirklich ein wunderschönes Freitier. Dann gehabt euch wohl. Guck mal, elegant, oder? Elegant. So, bitteschön. Ich muss schon sagen, Uriel, du machst das richtig gut wie die Äpfel über den Tresen kullern. Es ist mir eine Freude zuzusehen. Am Anfang war das nicht so einfach, aber man gewöhnt sich daran. Ja, er ist mir eine große Hilfe. Oh, vielen Dank. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich werde ja ganz rot. Man muss Lob auch annehmen. Man bekommt nicht viel davon im Leben. Das kann ich euch versichern. Oh, das ist wohl wahr. Wir sind ja jetzt auch zu dritt in der Schneiderei. Die Frau Feenstich, die Nachfolgerin der Frau Couture, hat tatsächlich noch jemanden angestellt. Ach, sie hatte ja auch einiges zu tun, nicht wahr? Ja, ja, durchaus, durchaus. Wir hatten schon wirklich sehr viele Kunden. Ich werde auch mal zurückgehen. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Auf bald. Bis bald. So, ich habe das Geld. Der Apfel müsste jetzt hinter dich gefallen sein. Gefatter, schau mal auf den Boden. Ja, ich versuche gerade noch das Geld aus meinem Portemonnaie herauszubekommen. Aha. Ah, da, da, hier. Ich hebe das schon auf, alles gut. Ist es ein Tal oder ist es zwei? Es ist ein Tal. Ein Tal. Dann lege ich den zweiten noch oben drauf. Und der zweite. Wie gut, dass du doch noch dein Geld gefunden hast. Nun? Ich musste ja nur danach fragen, zum Glück. Oh, da ist Lotta. Ich versuche mein Glück erneut beim Angeln. Ich hoffe es. Die arrogante Prinzessin. Petri, heil. Und versuch das mit dem Apfel. Es hilft. Ja, ich wette. Es sind so ein wenig durchsichtige Würmer. So Wasserwürmer, weißt du? Ah, die Wasserwürmer. Ja, so. Die werden sich reinsetzen. Aber den Apfel solltest du schon über Nacht im Netz, im Teich lassen. Nun, ich werde es probieren. Danke für den Tipp. Ja, viel Glück und aufschneiden nicht vergessen. Mach kleine Stücke, damit sie sich besser festsetzen können. Ja. Alles klar. So werde ich es tun. Bis gleich. Petri, heil. Viel Glück. Was ich jung war, habe ich auch mal geangelt. Wisst ihr? Man versucht ja so viel als Kind und als junges Mädchen. Ich habe damals auch mit meinem Vater geangelt, ja. Eine ganz wunderbare Zeit kann man dann haben, ja. Wir haben immer Wettkämpfe gemacht, wer am meisten Fische fangen kann. Sehr schön. Ach, ich würde so gern nochmal mit dem Boot rausfahren. Das habe ich ja schon Jahre nicht mehr gemacht. Habt ihr denn ein Boot oder kennt ihr jemanden, der ein Boot hat? Der Hafenmeister ist tot. Ich fürchte, ich kenne niemanden mehr am Hafen. Moment, das heißt, die Boote gehören jetzt niemandem mehr? Ich bin mir nicht so sicher, wer das alles übernommen hat. Manchmal dreht sich die Welt um mich rum so schnell. Da ist ein junger Mann, der ist vielleicht sechs Sommer alt. Und dann ein Wimpernschlag und im nächsten Moment ist er 30 und stellt sich vor. Das ist ja, das ist, das klingt wie eine Zeitreise. Ja, so kommt es mir manchmal vor. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir hier wirklich sehr gut Geschäfte machen. Also, da ist wirklich schon sehr viel reingekommen heute. Ja, wenn das Wetter gut ist, dann kommen die Leute schon raus aus den Häusern, ja. Kann ich klagen. Wie gefällt dir denn dein Haus, das du bezogen hast? Es ist sehr, sehr gemütlich auf jeden Fall, ja doch. Eine zogige Bretterbude oder ist es schon etwas gehobener? Für meine Verhältnisse ist das schon sehr gehoben doch. Da gibt es sogar ein echtes Bett. Oh, grüßt. Oh, grüße. Grüße. Ähm, Zeugungen haben Sie den Schreiner gesehen? Ach, nein, da muss ich passen. Ich meine, man hört ihn eher, als dass man ihn sieht. Ich habe ihn nicht gehört, nein. Das tut mir leid. Gut, tausend Dank. Der Maestro, sorry, falscher Chat. Wenn ihr ihn seht, könnt ihr ihm sagen, dass die Familie Flatterberg ihn sucht? Ja, das können wir wohl tun. Melden, ja. Tausend Dank. Ja, ja. Früher oder später bekommt er bestimmt auch mal Hunger, obwohl ich glaube, dass er gerne Fleisch isst. Ja, man kann sich ja nicht nur von Fleisch ernähren. Ich habe gehört, man wird krank, wenn man nur Fleisch isst. Ja, das mag sein, das weiß ich. Ich hätte gerne noch einen Apfel. Ich würde gerne, ich möchte gerne einen Apfel haben. Das waren... Für zwei Taler, bitte. Zwei Taler. Ein Apfel, hier, bitteschön. Boah, es fliegt ja... Ich danke Ihnen. Huch. Schönen Tag noch. Ebenso. Guten Tag, ja. Huch, mir war gerade kurz so, als wäre uns eine Waffe entgegengeflogen hier. Mir war so, als wäre ein Wildschwein wild geworden. Was ist das, wenn wir nicht wussten, wenn wir nicht wussten werden, wenn wir hier worden sind, das ist ein Problem nicht. Ich glaube, ich träume gerade den selben Tag trauen wie ihr. Ja, ich... Kennt ihr das, wenn sich, wenn so alles vor dem Auge verschwimmt, wenn man so nachdenklich in die Ferne blickt, dann... Ja, durchaus, durchaus, das habe ich gerade... Ich blinzelte mal ganz fest, vielleicht hilft's. Bei mir hat es jetzt aufgehört, ja. Das Blinzeln hat wahrscheinlich geholfen. Seid mir gegrüßt. Grüße. Ich wollte Sie darüber informieren. Ich bin von der Post und, entschuldigen Sie bitte, mein frevelhaftes Verhalten, das ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Titus Drachenfels von der Post. Wir wollten Ihnen anbieten, sofern Sie irgendwelche Waren haben, die vielleicht von A nach B getragen werden müssen. Oder die dringend übermittelt werden müssten. Oder die Sie halt überbringen möchten. Wir würden Ihnen gerne unsere Dienste anbieten. Dass Sie sich einfach ganz entspannt hier auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Sie meinen, Sie liefern für uns Äpfel aus? Also wenn Sie das denn wünschen gegen Bezahlung, selbstverständlich. Ach, das ist ja... Ja, darüber müssten wir uns ein wenig Gedanken machen. Das ist ja eine gute Idee. Selbstverständlich. Vielleicht würden die Adelsfamilien so einen Dienst gerne entgegennehmen. Und ich meine, Sie könnten dann mit der Adelsfamilie einen exotischen, einzigartigen Preis aushandeln. Wo Sie immer die frischesten und wunderschönsten Äpfel bekommen. Ich glaube, jetzt haben wir wieder genug Platz hier. Und Sie können sich dann ganz entspannt hier auf Ihr Geschäft konzentrieren. Ach, das klingt doch eigentlich ganz gut. Das werde ich mal besprechen. Ja, ja, klingt gut. Hervorragend, hervorragend. Habt ihr vielleicht auch Beutel, in die man Äpfel hineinlegen kann? Hallo, Körne. Das müsste ich mit dem Vater, ähm, Oberpostmeister mal zugrunde tragen, ob diese Möglichkeit in Erwägung gezogen werden könnte. Diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Wir haben das Problem, dass wir gar nicht die Kisten und Gefäße haben, um das alles weiterzugeben. Natürlich, natürlich. Aber vielleicht würde man ja eine Möglichkeit finden. Vielleicht gibt es ja einen Tischlermeister, der extra dafür Kisten herstellen könnte. Was ist denn da hinten los? Da ist irgendwas, die ganze Zeit im Rumbacken, ey. Wenn ihr eine Möglichkeit findet, wie das funktioniert, dann würde ich mich freuen. Also da könnte man sicherlich etwas aushandeln, ja. Das ist hervorragend. Das kriegen wir doch hin. Und ich meine, gegen einen kleinen Obelus könnten wir theoretisch sogar einen, ähm, sagen wir mal eine Rechnung des Königshauses stellen und diese mit einem Siegel versiegeln. Ich weiß nicht, ob der König die Äpfel der einfachen Bauern versiegeln möchte. Der einfachen Bauern? Das sind, gucken Sie sich doch mal diese wunderschönen, wunderprächtigen Äpfel an. Also, ich habe in der ganzen weiten Zeit, in der ich schon hier bin, ich habe noch keine besseren und wohlschmeckenderen Äpfel. So, Leute, ich kümmere mich jetzt mal um die Scheiße hier. Der König hatte bisher nie so große Lust an unserem Obst und Gemüse. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte es ja vielleicht so drehen, dass sie mir eine Kostprobe zur Verfügung stellen würden. Wir würden einen Brief gemeinsam aufsetzen. Vielleicht ist ja mein Vater Oberpostmeister da und könnte dann diesen versiegeln und mit der Bitte um eine Kostprobe dieser herausragenden, unglaublichen und großartigen, einzigartigen Äpfel als Kostprobe zu übermitteln, um sich davon zu überzeugen, wie grandios diese Äpfel sind. Ja, das ist eine ganz wundervolle Idee. Ich meine, er könnte auch einfach bei seinen Dorfbesuchen sich einfach etwas nehmen. Immerhin ist er der König. Aber was mir besser gefällt, ist dieses Weitertragen zu anderen Häusern. Das könnte dem Adel hier im Dorf vielleicht gefallen. Die Flatterbergs kommen ständig hier vorbei und wollen essen und solche Dinge. Vielleicht wäre das was für die Flatterbergs. Also wenn sie diesen Dienst gerne an uns weiter tragen würden, würden wir die jetzt natürlich umgeben und sehr gerne für sie übernehmen. Dafür ist die Post dann schließlich da. Wir müssen das mit den Kisten klären, weil der Transport sonst sehr müßig wird, junger Mann. Das stimmt. Momentan können wir alles nur einzeln. Ja, da kennt ihr euch doch sicherlich besser aus, wenn ihr solche Transporte übernehmt. Also ich fasse zusammen. Man kann im Moment nur einen Apfel quasi pro Tasche transportieren. Ja, also würde es keine Taschen geben. Richtig, richtig. Dann sollten wir dies auf jeden Fall ausdrücklich schon mal kommunizieren. Das wäre eine außerordentliche Möglichkeit, wenn das denn möglich wäre. Und dann könnten wir das einfach übermitteln. Ja, wenn ihr euch irgendwie einen Satz Rucksäcke oder Säcke schneidern lassen könntet, in der wir dann das alles transportieren könnten. Das wäre ja richtig gut. Servus. Es tut mir sehr leid. Entschuldigung. Servus. Also ich werde das auf jeden Fall unterbreiten. Das wäre natürlich eine Großartigkeit. Vielleicht haben wir von der Post irgendwelche Postbeutel oder ähnliches, die wir da benutzen könnten. Ja, wunderbar. Wie nennen wir denn die Sache dann am Ende? Ich würde es einfach Transportgüter nennen. Transportgüter. Nun gut. Ja, also wenn ihr das irgendwie schafft, vielleicht wäre sogar der Fischhändler interessiert. Dann kommt doch mal bei Nero da drüben vorbei. Sehr gerne. Zwei Taler bitte. Sind das die hier drüben? Wenn ich dich mal renne, sehe ich schon. Er steht hinter Fisch dann. Schaut mal. Danke, Vera. Oh, die Sch... Und der hat ja eine geile Hose an. Ja, ich bin die Frau Ella, nicht wahr? Für die meisten hier. Wenn du hier noch einmal rennst. Wieso ist denn Rennen nicht erlaubt? Was ist hier los? Nero. Stauz. Ja. 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 Ich will die ganze Zeit da hinten gucken, was da auf diesem Brett steht. Ob da überhaupt schon irgendwas steht. Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Oh oh. Oh Gott. Äh. Äh. Ich glaube, der büxt gerade eine Prinzessin aus. Warte. Warte. Äh. Äh. Well. Oh stimmt. Ich glaube, Feierabend war vor einer halben Stunde. Ups. Ich war so deep drin, ich habe mich gar nicht auf die Uhr geguckt. Ja, eigentlich ist es nur von 18 bis 20 Uhr Markt. Ich kann jetzt nicht einfach gehen, wenn hier die Frau Ella noch da ist. Hallo. Hallo Herr Boote. Aber ich meine, hier entfleucht gerade eine Prinzessin, das ist schon spannend. Ja, wir sollten uns zuerst darum kümmern, dass ein Schneider uns Rucksäcke nicht... Vielleicht entfleucht die ja aus gutem Grunde. ...der Herr Boote mit solch einem Rucksack mit Leckereien vorbeigehen und dann das anpreisen. Und so beginnen wir. Und er könnte den Vorschlag unterbreiten, dass wir das jeden Morgen frisch füllen. ...für den Adelsbruch verschiedensten Preisen. Ich meine, 30 Taler habe ich ja. Aber jetzt guck mal, ohne Shit, ich habe heute 175 Taler verdient. Das ist Wahnsinn. Ultra Geld. Grüße. Guten Tag, Sir. Ich bin Brodeback von den Bettelmönchen. Ich bitte sehr, meine kleine Spende. Oh, ja, das kläre ich doch sofort mit der Chefin ab. Eine Sekunde. Reden könnt ihr schon mal gut, junger Mann. Frau Ella, ich habe da ein Problem. Da ist ein sogenannter selbsternannter Bettelmönch. Der will irgendwas umsonst. Oh, was gibt es denn hier künstliches? Oh, wir haben Äpfel, wir haben Kartoffeln, Mais und Kürbisse. Aber nein, Bläde, es gibt doch kein Problem. Was kostet ein Apfel? Zwei Taler. Wollte ja meine kleine Spende bitten. Zwei Taler, jawohl. Ach, ihr seid eine arme Haut, nicht wahr? Und auch gläubig, nicht wahr? Natürlich. Bitte sehr, der Herr. Ach, lass mich sehen. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Ebenso. Auf bald. Okay. Ach, es ist immer so schwierig, diese Maiskolben hier herauszunehmen. Oh, kann ich euch irgendwie helfen? Ach, es geht schon. Es dauert nur so ein Weilchen. So, der Herr. Ja, ich hätte hier eine Spende. Ich denke, Ihnen fehlen wir als Vergeltung. Ich verstehe ihn kaum. Dankeschön. Oh, oh. Oh, was? Das ist ja großzügig. Lasst es euch gut munden. Am besten über einem Feuer etwas erwärmen. Das schmeckt besonders gut. Ach, okay. Das werde ich probieren. Und betet dafür, dass die nächste Ernte wieder gut ausfällt. Für wahr. Das wäre mir ein Herzensding. Selbstverständlich. Ich werde für Ihren Erfolg beten. Hallo. Dank. Dank. Mit den Geistlichen muss man sich gut stellen. Das habe ich immer so gehalten. Und es ist, wir nie etwas Böses widerfahren. Na, dann muss es ja stimmen, was die sagen. Ja. Ich bin schon gespannt, wie viel von unserem heutigen Reichtum wir morgen noch übrig haben werden nach den ganzen Steuern und so. Kommt auf den Namen an. Ja, wahrscheinlich wird nicht mehr viel übrig bleiben. Aber zum Essen reicht es immer. Das braucht man schon viel. Und wir haben eine neue Geschäftsidee. Wir werden eventuell... Ach, vielleicht kannst du das auch besorgen. Ihr meint diese Lieferung, von denen wir gesprochen haben. Ja. Würdest du wohl so nett sein und zur Schneiderei gehen und fragen, ob sie Rucksäcke herstellen können und wie teuer die sind? Das kann ich natürlich machen. Soll ich sofort zu denen eilen? Geh mal los, aber noch nichts kaufen. Frag nur mal nach. Mhm, mhm. Ich leg kurz noch die restlichen Kartoffeln hier wieder rein. Oh, da ist auch gar kein Platz mehr. Na gut, dann... Ich geh da mal. Ich bin sofort wieder da. Gut, gut. Oh, oh. Oh, ja, ich habe Zeit. Nun, gut, dann... Kommt mit in die Umkleide, wir nehmen dort Maß. Prinzessin, während ihr hier verweilt, würde ich mich informieren, wo denn der Wahrsager zu finden sei. Eine gute Idee, Moria. So sehen wir uns gleich. Ja, das sind Lotter und Moria. Ja. Kommt mit, Prinzessin. So. Kann mir jemand einen Maßstab anbrechen? Oh nein, ich habe es hier selber. Oh, bitte streckt euch euren Arm aus. So. Oh, ihr habt wunderschöne Haut. So zart, zarte Haut habt ihr. Blegt ihr eure Haut besonders? Ja, ich schmier sie immer mit, äh, mit Kuhmilch ein. Ja, das merkt man. Es ist nicht die Haut, wie sie der Pöbel hier sonst so in der Stadt hat. Oh, 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 ja, ähm. Bitte fasst mich nicht so unten. Ich bin hier im Auftrag von, äh, von Frau Ella vom Obststand. Und, ähm, sie fragt, ob ihr die Möglichkeit habt, uns vielleicht, äh, Beutel herzustellen für, äh, Lieferung. Ich würde ihnen auch einfach einen Sack mitgeben und den streifen sie sich dann über, wenn ihnen die Liebe ist. Ich glaube, das müsste ich eben mit der Frau Schneiderin besprechen. Nein. Aber ich befürchte, dass uns dafür da nicht schnittmuster fehlen. Oh. Ja gut, vielleicht kann ich noch kurz warten. Wie lange dauert das denn noch? Genau, eine kürze Zeit, eine kurze Zeit, keine Sorge, ihr Leben wird in den letzten Jahren dadurch wie ein Wimpernschlag vorkommen. Für was wollen sie dieses Kleidungsstück denn tragen? Soll es ein Alltagskleid sein? Ja, Beutelrucksäcke. Es sollte das schönste Kleid von allen sein. Das schönste Kleid von allen in pink. Ja, für mein neues Pferd, Schmuckli. Soll das Pferd euer Kleid tragen? Wäre wünschenswert. Oh, dann ist es natürlich hart, wenn das ich ihrem... Ja, es ist gut, dass ich ihre Maße nehme. Ich gehe davon aus, dass das die gleichen Maße sind wie die ihres Pferdes. Ja, mein Pferd wird schön schlank sein. Gärtenschlank. Ja, der schlank. Okay, ich habe alles notiert. Haben Sie eine Präferenz, was... ...das Garn angeht? Hübsches Garn. Hübsches Garn also, bevorzugen Sie sehr weiches Garn oder doch etwas, was... Sie redet wie so eine Telefonansage. Wollen Sie weiches Garn, drücken Sie bitte die Eins. ...eine Mischung aus beiden. Verstehe. Nun, ich habe die Maße genommen und werde mich direkt daran setzen. Ich werde die ganze Nacht daran nähen, aber... Sie werden es erst morgen abholen können. Das ist in Ordnung. Sagt ihr mir noch euren Namen? Ich bin ganz neu in dieser Stadt. Prinzessin Lalina von Rastalot. Prinzessin Lalina von Rastalot. Es ist mir ein großes Vergnügen, dieses edle Kleid für euch nähen zu können. Sagt mir, gibt es jemanden, der... Es ist so schwierig, eure Missgunst hat. Wie darf ich das denn verstehen? Gott, ich verstehe euch kaum. Jemanden, der euch liebt. Jemanden, der euch ein Dorn im Auge ist. Verzeihung, ist es jetzt besser? Ja, ja, viel besser. Es ist für mich wichtig, denn es fällt mir aktuell etwas schwer, der Prinzessin ins Wort zu fallen. Die Emotionen von Personen, ihre Kleider ein... Natürlich, natürlich. Ich glaube, die Frau Ella... Oh, ich... Oh ja, sie ist in Ordnung, ja. Alles gut, alles gut. Keine Eile. Eines Tages, die schlimmen Dinge erlebt, die ihr euch wünscht. Ich möchte, dass das Kleid hübscher wird, als das von meiner Schwester. Eure Schwester also, verstehe. Kein Problem. Ab Dank, ihr könnt es morgen ab, abholen. Dankeschön. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ab Dank. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Ähm, eine Frage. Ähm, der Herr dort drüben, er fragt, ob wir, äh, Beutel... Es gibt schon immer das hier. Lieferungen, aber ich befürchte, wir haben die Schnittmuster dafür nicht. Nein, momentan haben wir solche Schnittmuster nicht. Oh, und Rucksäcke vielleicht? Irgendwas zur, zur... Irgendein Transportmittel? Weder noch. Oh, das ist ja schade. Na gut, aber danke für die Mühe. Nein, haben wir leider nicht verzeiht. Alles gut, alles gut. Kein Problem. Ich richte es aus. Vielen Dank. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ich muss jetzt gleich zu diesem anderen... Mist. Nun denn, gehabt euch wohl. Vielen Dank für die Kartoffeln. Auf bald und ebene Wege wünsche ich. Dankeschön, Dankeschön. Oh, ein weiteres Wildschwein. Ja, das ist... Ach nee, das kennen wir ja schon. Da ist ein Speer in der Nase. Ja. Stell dir vor, es findet vielleicht bald ein Wettrennen statt. Pferd gegen Schwein. Oh, okay. Wer ist denn der Favorit? Gibt es da Wetteinsätze? Ja, das habe ich gerade eben erst mit von Gorkenstein abgesprochen. Das wird demnächst vorgetragen. Bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Also, abgeneigt war er nicht. Lass ich mir... Es wird schön. Und dann, wir machen noch einen kleinen Weg, ich lauf. Noch dreimal zum Schloss hoch. Auf geht's, Oggelchen. Äh, macht euch noch einen schönen Tag. Gabt euch wohl. Auf Wiedersehen. Auf bald. Und jetzt auf. Komm, zieh durch. Dicker. Gell. Ja, äh... Wir sollten mehr Kartoffeln verkaufen. Schlechte Neuigkeit. Die sind nicht überhand hier. Was denn? Ja, ähm, also... Die haben weder die Schnittmuster für Beutel noch für Rucksäcke. Oder überhaupt für irgendwelche Transportmittel anscheinend. Ja, verstehe. Ja, wer könnte das denn sonst noch machen? Geh doch mal rüber und frag den Nero. Ist der überhaupt am Stand? Ich kann's gar nicht sehen. Ja, da steht der doch. Frag ihn doch mal. Sag ihm, was du in Erfahrung gebracht hast. Okay. Meint ihr, er hat vielleicht eine andere Idee? Ja, er könnte... Er ist ein fäscher, junger Mann. Schon intelligent. Und der weiß vielleicht... Er läuft auch schon zum Schmied. Oh, da läuft er gerade weg, ja. Ich geh mal schnell hinterher. Hinterher, ja, ja. Herr Nero, Herr Nero. Ja, stimmt. Nur hat er halt keine wichtigen Aufgaben, sondern gar keine. Und auch keine Rechte und Pflichten. Also, im Endeffekt ist das... ...reine Kosmetik, so ein Amt. Ja, dann könnte ich's mir das ja vorstellen. Wenn doch einer früher ist, dann... Ja, na, na, na. Ich hab da was vor. Okay, super. Warte mal hier. 19 wollte die von dir. Nisabella Hufenstein. Mein Name. Warte. Gegrüßt. Ja, Moment. Ach, Onkelchen, Onkelchen. So, nochmal klappen, bitte. Ja, Moment, ich bin ganz hinten. Moment. Ne, nein. Habt keinen Stress, mein Herr. Ja. Doch ist's nicht dunkel. Nee. Ja, ja, ja. Welche Netze bist du denn? Ach, guten Tag, ja. Ich bin... Guten Tag, guten Tag. Ich meine mich... Oh, hallo. Ihr sprecht so leise. ...eine Fackeln käuflich erwerben kann. Trüge ich mich. Oh, hallo. Ah, sehr gut. Okay, ja. Jetzt verstehe ich euch. Da muss ich mal kurz nachgucken. Klar, da fliegt der Herr. Kann ich für Sie tun, der Herr. Aber du bist doch der... Oh, achso. Ich bin eigentlich nur hier, um mit Herrn Nero hier kurz zu reden. Ah. Ich habe gar keinen Schmiedeauftrag. Das ist... Ein Irrtum. Dann möchte ich Sie mich aufhalten. Unser Geselle wird sich um Sie kümmern. Okay. Na ja. Sehr gut, danke. Was tut man nicht für die Enke? Hier hast du 20 Thaler. Ja, die Bierplatz... 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 Oh, ich bin voll die Klautappen. Du Wenzel. Ich muss aber mal hier wieder vorbeikommen. Oh, Leute, hier sind wir richtig, Mann. Ja, das war uns in der Zeit. Mein Neppe. Basilikum. Ja, mal kurz... Aber sieh zu, dass du... Ach, Mist? Ja, wir haben ja gar keinen Fruch hier, ne? Habe ich ganz vergessen für das Pferd. Es ist schon mal gut zu wissen, wo die Schmiede ist. Oh, da... Oh, Herr Nero, habt ihr kurz Zeit? Ihr seid gegrüßt. Was denn für die Nachkunden? Haben wir keine mehr auf Lagerlein. Also, also... Die Frau Ella, die, ähm... Die sucht momentan nach Möglichkeiten... Zur Transportion von Obst und Gemüse. Und ich war schon bei der Schneiderei, aber die haben keine Beutel und keine Taschen oder Rucksäcke. Und sie meinte, ich soll mal mit euch reden, ob ihr vielleicht ne Alternative wisst. Oh, mein Enkel, was ist das? Ich würde den Bürgermeister fragen. Ich hab keine Ahnung. Der Bürgermeister? Ja, dann lass uns mal. Das wär vielleicht noch ne Idee. Der wird ja wissen, wer hier zuständig ist. Hallo. Fiedurchblöden. Hallo. Das ist ja krass, okay. Das ist eine gute Idee. Das werd ich dann direkt mal, äh, so weitergeben, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Natürlich. Mein Herr, gib das Fackeln. Ja, Mann. Das ist schwer, Junge. Das ist da wie Excalibur, Mann. Es wartet darauf. Es wartet darauf, gezogen zu werden von dem Würdigen. Dem, der es führen soll. Dreck mal wieder rüberjoggen hier. Ich verstehe nicht ganz, diese Schweine. Aber es gibt Schweine, auf denen geritten wird. Es gibt Schweine, die irgendwie zum Metzger gebracht werden. Es gibt Schweine mit Sperren im Kopf. Besser ist, äh, soll wir Rangirius noch wieder abholen? Wo ist er eigentlich hin? Mein Name ist Schwab-Regel-Tauenwald. Ich betreibe eine Kneipe, nicht weit von hier. Zum Feuerschlund heißt die. Oh, das ist die Kneipe direkt. Na, da bin ich schon wieder. Na, gibt's was Neues? Also, der gute Nero, der meinte auch nur, vielleicht mal zum Bürgermeister gehen? Na, gute Idee. Deshalb bin ich unterwegs und spreche so zu den Händlerinnen und Händlern in der Gegend. Wir haben schon eine hervorragende Idee, zumindest zum Stadtvorsteher. Oh, irgendwas, ich hab den Namen vergessen. Ich müsste da auch nochmal nachschlagen in meinen Erinnerungen. Ja, vielleicht kannst du ja irgendwas in Erfahrung bringen im Laufe des Tages. Es wäre schon nicht schlecht, das klingt ganz gut. Dass wir Obst und Gemüse und auch Fisch in Rucksäcke füllen und der Postbote bringt es dann den Adel bis nach Hause. Jeden Morgen frisch. Eine hervorragende Geschäftsidee. Könnten bestimmt einen Aufpreis verlangen dafür, dass wir die Kisten packen. Bestimmt, bestimmt. Dem Adel ist das ja nur willkommen, weil die dann weniger, ja, sie sich körperlich betätigen müssen. Das ist ja genau das, was die gar nicht machen wollen. Genau. Also, ich glaube, der König, der ist etwas zu hoch gegriffen für den Anfang. Aber wenn der Adel das Geschäft lobt, dann tritt es vielleicht heran an den König. Das wäre ja verrückt, dass wir den König direkt beliefern könnten mit... Was für eine Ehre das wäre. Ja, das wäre eine große Ehre. Aber... Ach, der Lackmann, grüße. Grüße. Ja, man muss auch ein wenig vorsichtig sein. Im Umgang mit dem König, er ist manchmal etwas wankelmütig. Man weiß nie so genau, was einem widerfährt, wenn man in der Burg ist. Oh, oh, oh. Wie... Wie meint ihr das? Ich meine das so, dass, äh... Nun ja, letztes Jahr war ein Hochwasser und ich habe vorgesprochen, ich wollte erzählen von der alten Meer, von der Bohnenranke, die bis in den Himmel wächst und dann hat er mich durch ein Loch im Boden fallen lassen. Äh, was? Um Gottes Willen. Ja, ja. Hat er gegrüßt? Grüße. Erneut, Herr Lacksmann. Wie, wie, ein Loch? Wohin hat das Loch geführt? In den Keller des Schlosses. Wir mussten uns wieder den Weg nach draußen suchen. Zum Glück war nichts gebrochen. Das... Ach, die Wachen. Hallo, Herr Lück. Grüße. Grüße. Ja, die besten Kartoffeln, sag ich dir. Die besten Kartoffeln und das beste Apfel hat die auch. Ja, ja. Die allerbesten. Die allerbesten. Festkochend, die Äpfel. Und das hier ist mein Lehrling. Der ist auch ein ganz guter. Und die Wachen, die helfen uns immer, wenn etwas passiert auf dem Markt. Hervorragend. Sehr erfreut. Das ist das Beste, was Ella hat. Kürbis. Beste Kürbis. Ich liebe Kürbis. Braucht ihr welche für die Pferde? Die haben echt was für Multi-Bind. Stimmt. Wenn die Pferde haben, Ella würde ich wieder kommen. Dann kann man sich einmal drüber gucken. Ja, gerne. Ja, gerne doch. Nee. Nee. Der heißt nicht gerne. Der ist das. Oh, er hat seinen Namen vergessen. Ich jetzt? Ja. Wir hören nicht so gut unter den Helmen, glaube ich. Das kann ich verstehen. Äh, gar nichts. Was wolltet ihr denn gerne kaufen? Gar nichts. Wir wollten Hallo sagen. Hallo. Ach, das ist aber freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Kommt immer gerne vorbei für einen Applaus. Ach, was ist das denn? Da sind fünf Taler. Ich hebe das mal kurz auf. Fünf Taler, Frau Ella. Ja, das hier ist, damit mein Freund ja einen Zuckerapfel kriegen kann. Einen Zuckerapfel. Einen, den schönsten und leckersten Apfel, den Sie haben. Ach, du, Riel. Ne, ne, ne. Pack doch mal drei Äpfel ein. Sofort, sofort. Wunderbar. Wunderbar. Wo ist denn der Rest von uns? Äh. Die machen richtige Aufgabenbestände. Warte, was? Okay. Ach so, okay. Verstehen. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen uns ja auftauchen. Nein, von der im Bauern doch. Überall sein. Eins. Drei. Ja, genau. Drei Äpfel? Hier, bitte sehr. Genau der. Die besten, die wir haben. Danke auch, dass ihr uns geholfen habt mit dem Wildschwein. Drei Äpfel. Kein Problem. Kein Problem. Das ist unser. Komm. Dafür sind wir da. Ja, komm. Trotzdem kann man ja Danke sagen. Einen guten Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Und genießen Sie das schöne Wetter. Ja, ja, das tun wir sehr wohl, ja. Aber sehr nett, die Wache. Das ist schon... Ja, das würde nicht jeder behaupten. Aber wir auf dem Markt, wir sind schon direkt unter ihrem Schutze und haben gewisse Vorteile auch. Letztes Jahr haben wir ganz viel an die Pferde... Wir waren krank. Hinterlassen. Oh, ihr hattet gerade einen kurzen Schluck auf, Frau Ella. Ja, ich verstehe. Ja, ich habe es gemerkt. Letztes Jahr waren die Pferde krank und mussten versorgt werden. Und dann haben wir, habe ich mir die Pferde angeguckt und wir haben Kürbisse verfüttert und dann ging es ihnen besser und darum haben wir so einen Stein im Brett. Ah, verstehe, verstehe. Das ist gut, wenn man sich mit der Wache gut... Ja, ja, manche von denen, die kenne ich ja schon, da waren die noch ganz klein, da saßen die am Kamin auf meinem Schoß und ich habe ihnen Geschichten erzählt. Ach was. Ist das etwa... Er ist es. Wenn er näher kommt, muss ich mich wieder hinknien. Es wäre fürchterlich nett von dir, wenn du mir dann wieder aufhelfen könntest. Natürlich, ich helfe ihnen auch gerne runter, dass das nicht so in die Knie geht. Runter geht immer nur das Aufstehen. Wirklich schwer. Was macht er wohl da? Herr Kakalakis, seht nur, der König ist da. Das ist ja schön, mit dieser wunderschönen, glänzenden Krone. Aber bei ihm habe ich immer ein bisschen Angst, weil er sehr häufig Dinge tut, die man nicht erwartet. Das habe ich witzigerweise auch gerade gehört. Die Wackelmütigkeit, ja. Hat er gerade ein Schwert geschwungen? Vielleicht knien wir jetzt schon, dann haben wir uns versteckt in der Marktstand. Aber was, wenn er dann hier rüberschaut und denkt, keiner arbeitet hier? Das wäre doch auch schlimm. Ja, das wäre schlimm für mich. Da hast du wohl recht. Und dann werden wir der Dinge haaren, die da kommen. Gefällt dir denn die Arbeit bisher? Oder ist sie dir zu schwer? Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass du dich so oft bücken musst. Ach nee, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken drüber machen. Das ist ja alles positiv. Also je mehr ich mich bücke, desto stärker werden meine Beine. Wenn ich mal irgendwann vielleicht etwas anderes mache, wo man stark sein muss, dann bin ich schon vorbereitet. Wisst ihr? Ich sehe das immer ganz positiv. Immer optimistisch bleiben. Ja, wenn man am Tag so 40 Kürbisse gestemmt hat, dann gibt das schon Muskeln. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, für gut, der wird's werden. Das ist ja ein bisschen, Moment. Ja, du musst was machen. So, meine Lieben. Ich muss leider für heute schon weg. Und dementsprechend, wenn jemand hier am Markt ein Anliegen hat, kann er zuerst zu dir kommen, liebe Ella. Ja? Ja, ja. Und wenn ihr ein Problem habt, dann geht am besten zu diesem Rathaus, zu diesem Herren dort. Der kann euch helfen. Ja, ja. Das werden wir tun. Okay. Wir sehen uns dann morgen wieder. In alter Frische. Bis morgen. Okay, super. Eine erholsame Nacht. Gleich Zeit. Tschüss dann. Wow. Frau Ella, dann seid ihr ja sowas wie die, wie die Vize, äh, Markt, äh, ihr wisst schon. Guten Tag, die Dame unterher. Ach, der, der steht. Grüße. Seid gegrüßt. So, wissen Sie, wo es zum Schreiner geht? Der Wind ist auch immer ziemlich laut hier heute, ne? Und irgendwo war so ein, so ein Windsäuschen gerade zu hören. Ja, der, der Wind ist sehr stark heute. Ich konnte gerade gar nichts verstehen. Habt ihr denn schon gesagt, was ihr kaufen wolltet? Äh, 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 er wollte wissen, wo der Schreiner ist. Ja, genau. Der Schreiner. Ach, also ich, ich weiß nur, dass er sehr viel unterwegs ist immer. Ich kann, kann nicht genau sagen, wen er gerade bestuhlt. Ja, das hab ich auch schon gehört, dass er sehr eifrig ist im Bestuhlen. Ja. Er scheint sein Werk zu lieben. Ey, ich soll ihn auch zu den Flatterbergs schicken, wenn ich ihn sehe. Vielleicht ist er ja mittlerweile dort. Ich hab ihn aber noch nicht gesehen. Wo das, wo das Heim der Flatterbergs zu finden ist? Ich glaube, das sollte in Richtung Burg sein. Oh fuck, die Stecks sind voll. Und es hat ein rotes Banner. Ein rotes Banner. Dann danke ich ihnen. Und die Flatterbergs tragen auch alle große Röcke, die Frauen. Ja, ja. Da könntet ihr vielleicht hier oder da jemanden sehen. Dann werde ich die Augen nach roten Röcken offen halten. Ich danke ihnen. Ich danke ihnen. Ja, einen guten Tag wünsche ich. Guten Tag. Gehabt euch wohl. Ja, das war der Schmied. Den hab ich schon getroffen vorhin, ja. Der Nero war ja auf dem Weg zu dem Schmied. Ach ja, stimmt ja schon, ja. Die haben da echt tolle Schwerter auch bei dem Schmied, hab ich gesehen. Sehr, sehr schöne Sachen. Ja, und sehr gefährlich. Ja, das bestimmt auch, ja. Wer Waffen trägt, der bekommt oft Ärger. Das sag ich dir. Aber mit Waffen kann man doch auch Ärger vermeiden. Es kommt immer drauf an, wer sie führt. Weißt du, wo die Schmiede ist? Ich glaube, da ist... Ja, mit einer guten Prügelei in der Taverne, da ist noch keiner gestorben, glaube ich. Mit einem Schwert allerdings schon. Ja, gut, aber mit einem Schwert sollte man sich auch nicht prügeln. Das wäre ja unfair. Ja, ja, aber wenn man sich auf Schwertkämpfe einlässt, dann bezahlt man vielleicht auch schnell mit seinem Leben. Oh, da ist jemand auf dem Dach. Was? Bei uns? Nein, der war gerade jemand auf dem Dach vom Rathaus und ist runtergesprungen. Heit gegrüßt. Grüße. Ah, der Postmann. Ja, ich habe frohe Kunst zu tun. Also um die Beutel der Ware werden wir uns noch schnellstmöglich kümmern. Aber wir haben schon mal einen Vertrag für Sie aufgesetzt, wo wir in die Post eine Bindung quasi mit Ihnen eingehen, dass wir Ihre Ware natürlich selbstverständlich immer zu korrekten Preisen Ihrerseits übermitteln werden. Und wer bestimmt, was der korrekte Preis ist? Wenn wir nämlich jetzt Beutel vollpacken mit Obst und Gemüse, ist das ja mehr Arbeit. Und mein junger Bursche hier, der braucht dann mehr Zeit, um die Kisten zu packen. Und dann fehlt hier jemand am Stand. Wir könnten doch sicherlich einen Auftreis aushandeln dafür. Naja, ich meine, im Endeffekt hat ja der Empfänger das zu zahlen. Die stellen Ihnen einfach Ihre quasi Arbeiten in Rechnung. Die stellen unsere quasi Übermittlungskosten in Rechnung. Und dann hat der Übermittler bzw. der Empfänger das zu zahlen. Ja, dann müssen wir das Angebot unterbreiten. Für, sagen wir, zehn Äpfel, zehn Kartoffeln und zehnmal Fisch jeden Morgen. Und dann einen Preis ausmachen. Genau, Sie sagen einfach, Sie machen mit dem Adel einen Preis aus, wir übermitteln das, bringen das natürlich immer an der besagten Uhrzeit denjenigen, der das Ganze empfangen möchte. Und dann ist das alles in Ordnung. Wie gesagt, was Sie dafür an Geld verdienen möchten, das ist Ihnen überlassen und was Sie verlangen. Wir übermitteln das Ganze nur und stellen quasi unsere Übermittlungskosten in Rechnung. Aber nicht bei Ihnen, sondern halt auch bei dem Empfänger. Ja, das verstehe ich. Ich werde mich mit Nero besprechen, wie viel Obst wir liefern lassen und wie viel es dann auch kosten wird. Hervorragend. Ich habe für Sie beide auf jeden Fall schon mal einen Brief in Empfang vorbereitet. Es kann nur sein, dass ich Sie leider etwas vertauscht habe. Aber Sie haben beide den gleichen Inhalt, nur dass der eine für Sie ist und der andere für Herrn Nero, den Fischhändler. Also wenn Sie dann die richtigen Briefe miteinander austauschen würden. Ja, wir wohnen ja zusammen in einem Haus. Sehr gut, dann sind die beiden vertreten für sich, den Pilzmann. Vielen Dank. Auf gute Geschäfte hoffe ich. Geh, cool. Es ist Obst im Haus, absolut. Mega viel Obst und Gemüse. Grüße. Was müsste ich denn ausgeben, wenn ich gerne fünf Kartoffeln und einen Kürbis hätte? Das wären 27 Thaler. Geht das auch für 25 Thaler? Ich meine, ich kaufe ja ganz schön viel. Da lässt sich bestimmt was machen. Oder, Frau Eller? Ich habe gerade nicht mitbekommen, worum es geht. Seid gegrüßt. Guten Tag. Der gute Mann möchte fünf Kartoffeln und einen Kürbis. Aber nicht für 27 Thaler, sondern für 25 Thaler. Weil er ja so viel kauft. Und ihr bekommt ja auch immer den besten Mais von mir geliefert. Ach, ihr seid der Maisbauer. Wie ist denn euer Name? Ich bin Philipp Rockstroh. Ich habe den Hof dort übernommen. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ja dort mal gewohnt. Da war die Sache. Habt ihr denn eure Mistgabeln bekommen? Ja, das hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt können wir die Felder auch vernünftig beackern. Ja, sehr gut. Ja, dann als Vorschuss könnt ihr das gerne zu dem Preis haben. Aber ihr müsst uns dann auch ein wenig entgegenkommen mit den Maispreisen, nicht wahr? Da lässt sich sicherlich was machen. Geschäftsfreude. Das finde ich ganz vortrefflich. Mein junger Knecht hier wird alles zusammenpacken. Zack und zack und zack. Guck mal, schön hier auf den Tresen. So muss das. Nix geht auf den Boden. Riesige Kugel. Vielen Dank. Bitte sehr. Mensch, sag mal, was hast du denn dafür bezahlt? Ich würde mich auch gerne Essen mit bei euch kaufen. Ich war ja gerade noch so fixiert auf die Mistgabeln. Ich glaube, Essen wäre schon richtig gut. Ich bin ja nur die Wehrer. Wie viele? Wir haben ja Mais und Kürbisse und Äpfel und was war es noch? Kartoffeln. Ja. Guten Tag, die Herrschaften. Grüß Gott. Der baldige Bürgermeister will bald erben und ich würde gerne im Zuge meines Wahlkampfes diese junge Dame zum Essen einladen. Mit guten Grüßen des baldigen Bürgermeisters. Was wollen Sie denn haben? Ich bezahle Sie. Oh, das nehme ich doch natürlich gern an. Aber hier essen? Nun, vielleicht. Also wollen wir dir einen... Apfel, dachte ich, oder eine prächtige, dicke Kartoffel. Oder ein Kürbis. Oder zehn Äpfel für 20 Thaler oder zehn Kartoffeln für 30 oder ein Kürbis für 12. Ach so, zehn Kartoffeln wäre noch schön. Da könnt ihr euch eine leckere Kartoffel so bekommen. Ja, das ist doch schön. Mit besten Grüßen des baldigen Bürgermeisters und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Kartoffel ihre Zunge so sehr schmeichelt, dass diese Zunge meinen Namen schreit, wenn der König sie fragt, wer der neue Bürgermeister sein soll. Können wir die dann auch gemeinsam, wenn Sie mich zum Essen einladen? Äh, 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 wie bitte? Meine Zunge, auf unsere Zungen, gemeinsam? Nein, 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 wir sind die Kartoffeln, ob wir die miteinander essen. Ach, das können wir sehr gerne machen, Frau Hofbauer, das... Äh, würde ich... Ja, das wäre eine schwere Nöte, nicht wahr? Ja, ja, Sie können auch gerne eine Kartoffel mit uns essen. Dann ist es ja nicht... Hallo! Hallo! Doch, doch, alle, alle lade ich ein. Kartoffeln für alle. Das Volk hat Hunger, wissen Sie. Das klingt doch gut. Ja, aber mehr als nur, äh, zehn. Ja, künftiger Bürgermeister kann man sich das so bestimmt leisten, oder? Also das waren dann zehn Kartoffeln, ja? Naja, vielleicht auch 30 für 90 Thaler. Das sind 20 Thaler. Und, ähm, nun speisen Sie doch die Herrschaften. Sie haben auch Hunger, sehen Sie das nicht? Oh ja, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Oh, für 20 Thaler, okay. Was? Ist Ihnen das etwa nicht gut genug, wer ist der Herr? Naja, es fehlen einfach noch zehn. Wenn er nur 20 Thaler zu haben, wenn er nur 20 Thaler locker machen kann. Ach so. Ja, die Hufschmiede, die war etwas spendabel. Aber das war sicher nur ein Irrtum. Also ein baldiger Bürgermeister wie ihr, der hat doch bestimmt hier alles passen. Für die Kaffeekasse, wegen des bedauerlichen Irrtums. Ach, das ist aber nett. Ihr seid doch der Herr von Baumhoff, nicht wahr? Das ist völlig korrekt. Ja, also wirklich, das muss es ein Missverständnis gewesen sein. Er war so ein guter Bürgermeister. Weißt du, Doreal, du hast ihn vielleicht nicht gekannt, aber ich habe nur Gutes gehört. Hört, hört. Ja, ich bemühe mich wirklich sehr, dieses etwas heruntergekommene Fleckchen wieder zu seiner alten Blüte zu führen. Wir sollten alle viel mehr Kartoffeln haben und viel mehr Geld und viel mehr Spaß und Freude am Leben. So, da liegen die ganzen Kartoffeln. Vielen, vielen Dank. Werte, nehmen Sie sich doch noch einen Kartoffel, Frau Hofbauer. Sie sind schmackhaft. Meinen Sie nicht so Bescheid, greifen Sie zu. Sie auch, werter Herr, auch Sie dürfen eine Kartoffel von mir haben. Ich denke, vielen Dank, vielen Dank. Ich bin des beidigen Bürgermeisters Wilbald Erben von Baumhoff. Jam, jam. Da liegt halt immer noch einer, aber. Ich glaube, eine Ihrer Kartoffeln liegt da noch auf dem Lese. Kartoffeln für das Volk, ja. Nehmen Sie sich doch doch diese Kartoffel. Und grüßen Sie Ihre Familie und wenn Sie heute leckere Kartoffeln so bespeisen, dann schließen Sie mich in Ihre Gebete ein. Und wenn dann in der Kürze hier die Bürgermeisterwahl stattfindet, so würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich in meinem Sinne öffentlich äußern. Habt herzlichen Dank, wertes Volk. Wilbald Erben. Sicher doch, Herr Baumhoff. Herr von Baumhoff, wer verzeiht. Das ist ein guter Name. Ja, wissen Sie, hier sind wir doch alle gleich, von oder nicht von. Wir sind alles Menschen, nicht wahr? Ah, ah, ja. Da haben Sie vollkommen recht. Hört, hört. Ja, ja, genau. Und wenn ich Bürgermeister bin, dann schaffe ich die Stände ab. Also jetzt nicht Ihren Marktstand, aber. Was? Wie jetzt? Also, wir sollten alle in den Adel erhoben werden, ja, ja. Das klingt ja wunderbar. Das heißt, ich könnte dann auch Ritter werden, wenn ich euch wähle? Na, selbstverständlich, hier, da kann alles werden. Meine Stimme habt ihr. Boah, das ist ja. Ihr habt mich überzeugt. Sehen Sie. Das wusste ich ja gar nicht, Torreal, du willst Ritter werden? Schon seit ich ein Kind bin. Das ist mein großer Traum. Dann sehen wir uns gleich bei der Bürgermeisterwahl. Liebe Freunde, Standesgenossen. Das ist ja in 15 Minuten oder in 10. Hier am Rathaus. So schnell geht das schon. Hier am Marktplatz. Wahnsinn. Ja, ja. Der König war schon persönlich zugegen und hat die Bürgermeisterwahl öffentlich ausgerufen. Ja, sobald die Sonne untergeht, dürfen wir die Marktstände verlassen, ja. Ja, ja. Und alle dürfen mein Pferd einmal reiten. Das hier vorne ist mein prächtiges Pferd. Das heißt Beberlichingens Mutter. Und sie dürfen alle einmal reiten. Wir dürfen die Mutter reiten? Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Sobald ich gewählt bin, selbstverständlich. Das ist doch ein prächtiges Ross. Ich glaube, das ist mir zu holprig. Das ist mir schon zu hoch. Und zu klein, da falle ich ja runter. Keine Sorge, sie ist größenverstellbar. Na dann. Das freut mich. Reite ich doch gerne mal mit. Hab ich ja noch nie gehört. Will er dem Pferd die Beine abhacken? Ich hoffe doch nicht. Bis später, wertes Volk. Äh, habt euch wohl. So schnell wird man zum Essen eingeladen und zum Reiten gebracht. Was ist denn heute mal los? Das ist also der zukünftige Bürgermeister? Ja, er war schon einmal Bürgermeister. Und wie ich dir schon sagte, wer hoch aufsteigt, fällt tief. Ah, okay, verstehe, verstehe. Warum? Und der andere Ungehörige, der hier gestanden hat, der uns beleidigt hat, du erinnerst dich, der war... Der mit der blonden Mähne, ja. ...Bürgermeister. Ja, und jetzt möchte er wohl wieder Bürgermeister sein. Ach so, verstehe. Wie war er denn als Bürgermeister? Ach, ich glaube, schlecht war es nicht. Zu der Zeit war ich gerade bei meiner Schwester in Fernelott und habe sie gepflegt, weil sie krank war und ein bisschen auf ihre Kinder aufgepasst. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er nur redet oder ob er auch etwas tut, aber ich glaube, er würde einen frischen Wind reinbringen. Zumindest gerade eben hat er was getan. Nero. Ach, ich wollte euch nur fragen, was ihr von dem Mächtigern Bürgermeister seht. Und da haben wir gerade drüber geredet. Ja, genau, deswegen bin ich hier, ich hatte es gehört. Er schmeichelt sich ein. Oh ja, eine eiserne Hand möchte er zeigen. Er meinte, er hebt alle Leute in den Adel, wenn er Bürgermeister wird. Und sogar einfache Leute können Ritter werden. Ach, aber wer verkauft denn dann noch Bier und Wein und Obst? Ja, vielleicht macht er das dann auch so, dass Ritter Obst verkaufen können. Ach, was wäre es denn dann noch wert? Ich weiß ja gar nicht, was er damit meint. Kostenlose Pferde, Pferde für alle. Denn ein Ritter besitzt ja offensichtlich, bekanntermaßen ein Pferd. Hätte was. Oh, ist das so? Braucht man als Ritter ein Pferd? Und man ist ja ein Britiner. Okay, da ist was dran, ja. Hm, stimmt. Wem gehört das Pferd hier hinten eigentlich? Das ist heute alles passiert. Oh, das hat gerade schon wieder einen Apfel gelegt. Ach. Gehört es nicht dem Herrn Kakerlakes? Ja, das ist seiner. Ach so. Ach, Ella. Wir müssen uns ja auch noch drum kümmern, dass wir unseren Nussbärd wiederkriegen. Das ist wahr. War er nicht gestorben? Ja, aber sicherlich kann man da was tun. Du erinnerst dich. Pass auf, mit Untot zu beleben. Nekromantie? Also, ich würde eher sagen, es ist Nussbärd. Und das zweite, oder nun, Walnussbärd. Wer macht ihn Nussi genannt? Denn wir können uns ja überlegen, was wir mit dem Namen machen. Eine Nuss, die sich öffnet, wie... Oder Baumbärd. Nein, eine Nuss wird ja ein Baum. Ach. Ach. Ich freue mich schon zu sehr auf mein Bier. Bitte ignoriert doch einfach, was ich sage. Boah, ich sehe gerade meinen Schatten da links, Alter. Ich bin schon tief genug. Ultra Buckel. Wollen wir denn schon gehen? Ach. Gamer-Pose. Ich weiß es nicht. Die Sonne lässt sich gut Zeit beim Untergehen. Lange sollte es nicht mehr sein. Erst mal den Dreck hier entfernen. Noch ein paar Kartoffeln hier reinlegen. Nimm dir ruhig auch ein Äpfelchen zum Essen. Oh. Ähm. Zwei Taler, ja? Nein, du musstest nicht bezahlen. Das machen wir so unter der Hand. Ach so. Ich gehe mal zum Brunnen und trinke noch einen Schluck Wasser. Warte, hier gibt es einen Brunnen. Da sollte ich auch mal hin. Wo ist die jetzt Ella gerade hin? So weit kann sie ja nicht gekommen sein in ihrem Alter. Nein, die ist kurz zum Brunnen. Die war etwas durstig. Ach. Zum Brunnen, da werde ich auch gleich mal hinschauen. Okay, Chat, das ist unsere Gelegenheit. Warte, was ist das hier? Oh. Gelobet sei er. Gelobet sei er. Ich trau dem Mönch nicht. Ich trau der Kirche allgemein nicht. Oh, die Sonne geht unter. Feierabend. Da kommt schon wieder ein Schwein. Wo zum Teufel ist der Brunnen? Der muss ja hier irgendwo auch sein. Wir gehen nachher mal auf Erkundungstour hier. Auf jeden Fall in irgendeine der zweite Wärme. Und dann belauschen wir hier die ganzen krummen Geschäfte und Beziehungen. Hier ist abgesperrt. Also da sind ja alles, was hier mit Schlössern versehen ist. Die sind abgesperrt. Da kommen nur wir dran mit den Schlüsseln hier. Werden die Schweine denn gestellt? Oder muss jeder sein eigenes Schwein mitbringen? Na, jeder muss natürlich sein eigenes Schwein mitbringen, damit das natürlich auch fair zugeht. Wissen Sie, es muss ja auch eine Verbindung zwischen Reiter und Tier vorhanden sein. Aber, wenn Sie mein königlicher Schweinereitmeister werden wollen, dann ist die Stelle noch unbesetzt. Boah, das kriegt der König dann wieder zu. Das ist nicht der Brunnen. Oder doch? Nun, in dem Fall will ich sagen, der König sollte wohl nicht warten. Naja, aber das hat eine Audienz beim König. Ich weiß aber gar nicht, ob er schon da ist, wie der im Schloss. Er war ja gerade bei. Wir haben eine Audienz beim König? Naja, das ist Huhn. Vorne in der Tür. Silja, der Störfried und ich. Das ist ja Kok, Kok. Oh, interessant. Hör ihr? Naja, der ist einer unserer höchsten Königs. Verdammt, ich hab' keine Ahnung, wie man trinkt. Oh, lass dich ja nicht in die Grube werfen. Nero, pass auf dich auf. Ach, die Grube, die werde ich sicherlich nicht mehr vergessen. Zu viele Schreie hab' ich von dort gehört. Naja, du bist ja wohl keinem Huhn, was zu leide. Der Einzige, der das darf, ist der Schlachter und der macht das auch gut. Gut auf dich auf, wenn du da hingehst, der König ist wankend. Der Schlachter, da. Oh, für wahr. Dann müsste das sein. Ja, da. Nun, dann lass uns mal den Störfried finden. Vielleicht darf ich da ja üben. Trotzdem wird es gelingen. Ja, dann machen Sie das mal. Das Logo, das ist ja auch geil. So ein kotzender Greif. Ach, herrje, der Wind. Er hält mich heute nur auf. Spierig, ja. Ach, die Taverne ist ja so schön neu gemacht. Mit Wind meint sie, glaub ich, Geläge, dass sie laggt. Ich kann die leider nur alle einzeln geben. Das ist kein Problem. Soll ich beim Tragen helfen? Ach, alles gut. Danke dir. Das ist vielleicht ganz gut. Ich will dich einmal kurz stören. Ich kann mich umhin, ihr Gespräch mit dem Maester vorhin nicht zu belauschen, aber mitzubekommen. Hallo, ich hätte eine Frage. Grüßt euch. Ja, bitte. Grüße. Ist das die Taverne, wo Menschen zu Wurst gemacht werden? Richtig, ja. Nein. Hier werden keine Menschen zu Wurst verarbeitet. Okay, sehr gut. Es gibt zwar solche Lügen, die verbreitet werden, aber... Nein, wir bieten hier kein Menschenfleisch an. Bestimmt, aber wir bieten normalerweise nur Heilung an. Das ist sehr gut. Ein besonderer Trank müsste... Ich dachte schon. Ich wollte nur sicher gehen. Woher habt ihr denn diese Lüge aufgeschnappt? Ja, ich habe heute am Markt gearbeitet und da kamen Leute daher und haben das behauptet. Leute mit roten Haaren? Oh, das habe ich mir so gut gar nicht gemerkt, aber könnte sein. Kennt ihr die Leute? Na ja, na ja, sagen wir mal so, die haben halt ein kleines Problem mit uns, wie es scheint. Weil sonst würden sie nicht solche dummen Lügen hier verbreiten und ich werde langsam sauer. Ich werde langsam ein bisschen ungeduldig. Hier kommt alle fünf Minuten einer rein und fragt da irgendwelche Menschenleichen. Das geht mir langsam hier, geht mir das Gehör gegen den Strich. Das ist ja schlimm. Wo kommen die Gerüchte her? Ja, ihr könnt nichts dafür. Von der Konkurrenz? Ja, von der anderen, von dieser... Ja, von dieser Kaschemme da hinten. Von diesem Drecksloch hinten im Bauerndorf. Aber gut, entschuldigt mich einen Moment. Also erstmal eure Fahrler. Ja, gerne. Ich werde etwas laut, wenn es darum geht, wenn man meine Taverne bleibt. Ich verstehe das sehr gut. Ich verstehe das sehr gut. Ich komme auch schon seit über einem Jahr hierher und bin einfach sehr begeistert. Dieses Bild. Geil. Oh. Ich glaube, ich höre hier Sachen, die ich nicht hören sollte. Erstmal so ein bisschen Erkundungstour, was es alles gibt. Also hier ist die Post. Es kann sehr gut, dass ich mit... Es kann sein, dass ich mit denen so ein bisschen rumhantieren muss. Wenn die wirklich hier gemeinsame Sachen mit uns machen. So, hier ist die Wache. Da waren wir ja auch schon. Das ist der Schmied. Oh, die Fischerei. Ähm. Okay. Und das war die Schneiderei. Das Ding hat schon wieder... Irgendjemand ist da hinten extrem laut am rumschreien. Da waren wir doch so Sprinte, er zu den Flatterberg. Ich flattere eure Hoheit. Ja, das Ding. Der hat nie bald wieder König. Moment. Aber die waren hier lang. Oh ja, sehr gerne. Das ist der König. Ich habe Angst. Der Teil wird uns, ähm... Will bald eine spannende Geschichte erzählen von seinen wilden Abenteuern. Oh ja, die waren in der Tat sehr wild. Na, alles gut? Ist es denn schon so weit mit der Bürgermeisterwahl? Ich weiß nicht so recht, aber da ist auf jeden Fall ein Tumult vor dem Rathaus. Ja, dann lass uns doch mal sehen. Oh, der König ist auch da. Kurz davor, den Altersbrot zu sterben, als ich dann ihre Bescheidung für eine Hexenhütte klopfte. Die Tür öffnete sich knarrend und ein dichter Staubteppich musste von mir beiseite gewedelt werden, bis ich sie in ihrem alten Schaukelstuhl vor sich hin knarzen sah. Bevor ich etwas sagen konnte, schrie sie mich an. Ah, verlassen Sie mein Haus, Sie schweilen! Und dann stand auch schon ihr Sohn, der 88-jährige Hubert Kwankelmeier, in der Tür und richtete seine Armbrust auf mich. Ich hob die Hände und schrie, oh nein! Haltet inne, wer da her! Ich habe nur einen entzündeten Fußnagel! Darauf sprach er, ja, na gut, dann setzen Sie sich mal hin. Und mit seinen großen Pranken holt er eine riesige Schere aus seinem Scherenschrank und schnitt mir den kompletten Zeh ab. Das war sehr schmerzhaft. Und dann hat er diesen Zeh vor meinen Augen gegessen und fiel alsbald tot um. Und als ich ihn beerdigt hatte, da drehte ich mich um und auf einmal stand er wieder neben mir. Ich schwöre es bei Gott, dieselbe Person! Und schaute mich schaurig an und lachte aus voller Kehle und ich rannte um mein Leben. Und dann war das Ende da. Oh, der König ist direkt auch hier? Was passiert hier? Ja. Oh nein, wie schade, dass auf einmal plötzlich Leute auftauchen, die eure wahnsinnig, wahnsinnig spannende Geschichte unterbrechen, die ich gerne noch lange, lange weiter gehört hätte. Hallo, Grüße, Volk von Rasterlots. Jubel! Eure Beis fällt! Jubel, hart geklappt! Verzeihung, verzeihung. Eure Hoheitlichkeit, die Flatterband. Es findet eine Wahl statt? Moment. Ich dachte, ihr seid der Bürgerbeis fällt. Welche neue Sitte? Ich meine, ja, ich... Wer ist denn wahlberechtigt? Wahrscheinlich nur der König. Vermutlich. Ja, seine Majestät. Der Herr von Weberley, seid gegrüßt. Und wer steht nicht durch euch? Ich habe euch noch gar nicht in der Taverne gesehen. Jetzt ist die Wahl! Ja, meine Verwandtschaft ist dafür ja viel dort, nicht wahr? Ja, das ist Gericht. Wer wird dann nun gewählt? Er wählt der König wahrscheinlich gleich. Von wem wird er denn erwählt? Von dem König? Natürlich. Könntest du mir doch mal aufwählen? Wahrscheinlich per Akklamation. Wir werden den neuen Bürgermeister hier bejubeln, wie es sich gehört. Habt Dank. Das klingt sehr demokratisch. Der König wählt einen neuen Bürgermeister aus. Ja, und wir bejubeln ihn. Und dann ist er gewählt. Das ist halt nur eine Stimme, die Stimme des Königs. Das ist aber eine tolle Wahl. Das ist aber die einzige Stimme, die hier zählt, nicht wahr? Korrekt. Aber auf jeden Fall ein historischer Moment. Gut, dass wir hier sind. Asti Wald. Ich bin hier. Was machst du hier? Ja, wir wohnen hier gerade einen großen historischen Moment bei. Dein erster chronistischer... Das Bier ballert. Moment, das Bier es ballert. Ich bin nur der Prenze, schuldigung. So, aber was geschieht jetzt hier nun? Wollen wir mal nachsehen? Ich hoffe, die Abschaffung dort unten abzuhalten. Ich werde mich nur nach unten bequemen. Achtung. Ich will, dass Sie hier sind. Das war mein Pfanne, da war oben. Der König. Der König. Der König. Der König. Ja. Ja. Braucht euch nicht vor Rangerius von Weberlichingen zu verbeugen. Alles gut. Hoch, lieber König. Juppel. Lang, lieber der König. Lang, lieber der König. Ist der König auch Bürgermeister geworden? Was ist mit dem König? Hat der Bauch her? Was sind das für... Ich finde die ultra creepy die... Ich kann ihn heilen. Schwarzen... Hirschgesichtete. Obwohl dieser erste Tag noch sehr, sehr anstrengend war. Die Bauchschmerzen, sie bahnen sich gar an. Jawohl. Wer ist denn... Wer ist denn nun Bürgermeister? Wen können wir bejubeln? Noch niemand. Dies wird sich nun herausstellen. Den Korkenstein, ich übergebe an euch. Ähm... Eure Majestät. Wie sieht es denn aus mit dem Hause Flatterberg? Hat euer Diener etwas in Erfahrung bringen können? Hause Flatterberg. Alle Kandidaten mögen vortreten. Wer jetzt nicht vortritt, der möge für immer zurücktreten. Aber Lisa, du solltest... Das ist Tragen der Waage nicht. Wo ist der König? Wo ist der König? Wo ist der König? Wo ist der König? und sorgfältiger prüfung alle eingereichten kandidaturen für die anstehende bürgermeisterwahl müssen wir ihnen leider mitteilen dass ihre bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden kann während wir die initiative jedes bürgers sich für das wohl der gemeinschaft engagieren zu wollen grundsätzlich begrüßen gibt es gewisse unkonventionelle aspekte in ihrem vorhaben die uns zu dieser entscheidung geführt haben es mag ihnen vielleicht entgegnet sein dass sie in tradition und geschiebungen des wahlprozesses erfahrung adezid ist hervor alle zieht es notwendig so kleinigkeit ja mit freundlichen grüßen die königliche verwahrungsstelle prüfungsstelle so schön formuliert hört hört ich sehe herrn rangierius von weberlichingen dann haben wir den kandidaten nico deus von flatterberg wie war ihr name mein name ist will bald erben von boom auf will bald natürlich die heutige bürgermeisterwahl soll entschieden werden die heutige bürgermeisterwahl soll entschieden werden in einem beleidigungsduell der empfänger ist würde ich diese aufgabe annehmen ich würde alle beleidigungen empfang nehmen also ich meine ich bin die person die ist dann verdient hätte beleidigt zu werden weil ich nur ein diener der diener der dienerschaft recht das unterstütze ich das die kandidaten sich alle gegenseitig beleidigen und zusätzlich in einer bonusrunde auch noch aus die bald beleidigen sollen jure froh locket aufgrund von mangelnder geduld wird es ein ganz simples chaos system geben jene die sich beleidigen und vortreten die fangen an zwei kandidaten zum start wer möchte nikodeus von flatterberg und rangierius in runde 1 der verlierer scheidet aus auf das wort des königs geht es los moment schreien wir uns gegenseitig die beleidigungen ins gesicht oder einer nach dem anderen natürlich nach dem anderen ich würde es gut finden wenn die beleidigungen tricky wären vielleicht ein bisschen raffinässe nun den vortritt so leget los der mann mit der blonden tolle fange er an zu beginnen sie danke mein könig also herr rangierius von weberlichlingen wie ich mitbekommen habe haben sie ein ziemlich starkes alkoholproblem und schaffen es ja nichtmals irgendetwas in sich zu behalten was annäherndweise nahrung ist ohne es gleich wieder auszukotzen sie haben und geruch vom übergeben also mir hat sich das mal erwähnen darf so trage er nun seine beleidigung vor dies ist relativ einfach nikodeus wie mit zu ohren kamen mag die familie von flatterberg ihren verstoßenen asti bald viel lieber als den nikodeus 3 3 runden vorschlagen um den gewinner zu ermitteln ich habe euch eine stärkung hingeworfen die voraussetzung für die nächste runde ist mehr vulgarizität das ist auch gut so kommt mehr schweinerei die kurdeus beginne er dank eure hoheit naja viele antworten kann man nicht erwarten da dieser mann einen ein zustand hat von einer leeren weinflasche also viel luft das war keine beleidigung das jahr flog bei so einer darbietung noch dung richtig durch die stadt und habe gesehen wie einige menschen auf einem schwein ritten danach erkannt dass es euer weib war und das ganze dorf über sie her fiel ja ja doch schienen sie mir das ziel zu verfehlen ihr beleidigt ist das weib des mannes und nicht mit ihren so klein wie eine erbse du nach stolperst darum wie ein tollpatziger schar dein mut gleicht einem winzigen funken ein armseliger nahe im kopf voller stunken es ist ja wohl wirklich wieso braucht er hilfe ich habe nur meine ehre verteidigt ich brauche keinen mann der das tut ich bin eine starke frau was ich sagen wollte im haus vorbeigegangen das war ich mir nicht sicher ob es der fischstand war oder ob es doch ihr haus war so denn die alles entscheidende und einzig entscheidende letzte runde und es wurde vom könig der wunsch maximaler vulgarizität geäußert ein weißer könig jubel waren das waren das die worte meines kontrahenten was ich hier gehört habe oder oder was 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 grunzt hier so die ganze zeit oder sitzt er auf dem boden gesteckt ich habe vorhin bei den gegessen und da ist dieser kothaufen durchaus das normale auf dem kürze ich bräuchte vielleicht heilung er hat koth gesagt weil wer der bessere bruder ist ich wurde ich wurde von ein paar nicht so gut wir stimmen ab mit einem applaus und einem tobenden geschrei für den sieger wir gucken einfach mal was für wien hier zusammen kommt wir fangen an mit nico deus von flatterberg wir fahren fort mit rangerius von weberlichingen sie sind in dieser runde ausgeschieden hat es besser gemacht aber naja so soll nun unfairerweise will bald erben antreten gegen rangerius der schon eine runde bestreiten musste will bald noch nicht so lege los natürlich darf ich anfangen beim schwein rennen sitze ich auf deinem rücken großartig großartig doch vorher schon gebracht das war nicht mal kreativ die schweine sind schneller das war lustig er ist am zuge nun auf diesen auf diesen wunderbaren schweine witz da fällt mir nahezu gar nichts ein da ich den vorher schon einmal gebracht habe aber es ist ja auch gar kein problem wer wessen mutter eine dirne ist da kann man doch gar nichts anderes zu sagen denn genau so kommt die rüber wie ein billiger wurde soweit ja eine sekunde bringt sie alle mit dem spiel das ist mein pferd das heißt weberlich ins mutter und ihr dürft das ist eure antwort darauf ragerius meine frau meine frau meine frau hat mich genommen obwohl ich ein elendiger säufer bin und ihr seid weiterhin single was soll das wohl bedeuten über sie sollen ausreichen es wird nun abgestimmt wer ihr der anwesenden ist für will bald von erben von bodenbogen hoff das pferd war schon gut super jetzt seid ihr für eure brüder siebschaft des kandidaten nicht mit jubeln lassen der könig und besser als muss vorteile bringen heute geht auch dieses duell an rangerius ich bin so stolz auf dich hinter uns sorgt erstmal für ordnung hier ruhe verdammt so da nun rangerius alle duelle hier für sich entschieden hat bei diesem kampf um den bürgermeister titel ich jedoch äußerst gelangweilt war von diesen äußerst langweiligen beleidigungen entscheide ich in meiner ganzen königlichen willkür dass es eine bodenrunde gibt und die rangerius noch gegen den allseits beliebten astibald von flatterberg antreten muss oh mein gott astibald mein assistent bürgermeister das ist der herr der sich bei uns einkleiden hat lassen und da nachhaltig aus in der traverne das ist falsch ausgesprochen keine einzige runde entscheidet hier über sieg oder niederlage so strengt euch an kann astibald ein assistent und bürgermeister sein der war vor drei stunden noch ein käfer ich glaube nicht der hatte vorhin noch keine schuhe an mein assistent ich verliere meinen assistent ich warnte euch dass auf jeden kein verlass ist so denn der gerius euch gebührt die ehre nun ich sehe man hat euch im käfig hängen lassen so wie eure familie euch hat hängen der arme astibald vielleicht sollten wir ihn direkt wählen aus mitleid ich muss zugeben dass es keinen gibt das was sie gerade gesagt wurde stimmt ich habe euch hängen lassen jeden einzelnen und ich hätte es niemals verdient auch nur ansatzweise teil der entscheidung zu sein wenn es um die neuesten bürgermeister wahlen geht ich bin ein schwein und ihr seid alle meine meister das war eine multidimensionale beleidigung er dreht euch den rücken zu was für ein philosoph nun denn um diese farce zu einem ende zu bringen entscheide ich nun letztendlich final darüber wer den titel des bürgermeisters innehaben soll dies kann natürlich niemand geringeres sein als wilderbenspferd welche die mutter von weberlichingen ist was wiederum ragerius zum bürgermeister macht das kann ja nur gut gehen das ist das beste was ich passieren konnte ich sehe alle greifenhorden der zukunft dieser stadt zum feier der bürgermeister gibt aus in den greifenhorden in den greifenhorden in den greifenhorden in den greifenhorden die beste taverne der greifenhorden danken für die einladung das postamt als briefe kostet nicht so viel schnell weg hier auf das postamt wir sollten gehen machen wir uns hier wir sollten gehen auseinander ach sie beide seid jetzt enttäuscht soll ich die bestohle auseinander wir können nicht wissen was er tut oh oh jetzt soll es wieder lagern weil so viele leute hier so die versammlung ist aufgelöst auseinander tragerius trinken gehen ab in den greifenhorden ich glaube ich brauche so einen ähm so einen komischen trinkbeutel damit ich wasser aufsammeln kann muss ich mir wahrscheinlich machen lassen von der schneiderei schweinerei hereinspaziert 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 für euer wohl wird hier gesorgt jawohl so wir gehen jetzt trinken hier hol denn 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 Ja, und der eine beleidigt sich selbst, der andere die Mutter und das war irgendwie, also, das müssen die mal noch üben. Ach, vor zehn Jahren oder so habe ich mal ein Badenduell gesehen. Das war viel schöner. Haben die sich auch beleidigt? Sie haben sich beim Singen beleidigt, jawohl. Okay, dann bin ich ohnmächtig geworden. Es war die Hölle. Das waren wohl diese bösen Räte, ich versuche sie zu fragen und zu zähmen, sodass sie so nett werden. Ich habe euch am Stuhl erkannt. Sie können gerne mal näher kommen, sie tut ihnen ganz bestimmt nichts. Ich höre meinen Freund zu. Ja, der spielt wirklich fantastisch. Sag mal, das ist die Gerte. Ach so, ja, natürlich. Warten Sie mal, dann können Sie uns rausgehen. Oh, Licht. Ich weiß es nicht, ich bin gerade erst reingekommen. Tja, ja. Wir haben so wieder hier einen Hohn drin. Bisschen langsamer, sonst geht es nicht wahr, letztes Jahr. Gibt es hier Bier oder ist es hier keine Würststube? Ja, natürlich gibt es hier Bier. Wir gerne Bier. War ehrlich. Jetzt geht voll über dem... Ich habe gerade die Bürgerreise dabei von was? Räsen und so. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe mich verliebt in das Bier. Herr Greifenhorst, ich würde Ihnen auch gerne etwas vorschlagen. Das Problem an diesem Plakat war, dass ich den Hofmaler finden musste. Ich bin ja der Hinterbauer. Die legen ja auch Eier, ob sie welche kaufen wollen. Vorher wurde mir gesagt, dass das Ganze 400 bis 450 Taler kosten soll. Ja, so groß sind die Eier, das kommt Ihnen schon entgegen. Ja, und so 10 Taler würde ich schon gerne dafür haben. Lässt sich da nichts mehr ändern? Ja, natürlich. Sie können ja auch 10 Gerichte mit dem einen Ei herstellen. Was ist das denn los? Also 5 Taler maximal. Ja, und dann legen sie noch ein Bier mit drauf. Ja, also 5 Taler und ein Bier. Ja, das können wir jetzt schon machen, ja. Bitteschön. Grüße. Ein Bier bitte. Dann bitteschön. Dankeschön, Dankeschön. Selbstverständlich. Und wenn Sie mehr brauchen, sagen Sie Bescheid, ne? Ja, da komme ich vorbei. 5 Taler bitte. Ja, klar. Bitteschön. Vielen Dank. Danke auch. Hallo. Unser erstes Bier, Leute. Oh, what? Hat der Greifenberg denn jetzt über die Hühner hier gesagt? Naja, das eine ist der Krokok, der Königsgatt. Ja, super, wenn der Königsgatt ist. Ja, sehr gut. Ja, ja, dann müsste es der Krokok sein, wenn ich das richtig sehe. Das war ein wunderschöner Fug, das kann ich sagen. Ja, bitteschön. Moment, ich werde hier durstiger davon. So, darf ich da auch noch was bringen oder bist du noch zufrieden hier? Ich habe noch genug, danke. Wunderbar. Moment, wieso trinke ich und ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere Wasser. Ist das der Nebeneffekt von Bier? Ja, das ist die gute Gärte. Ah, jetzt habe ich aber, oh, Moment. Ich habe eine super Idee. Ich habe eine super Idee. Ich bin der falschen Taverne. Ich dachte, die andere ist die schlechte Taverne, weil die die ganze Zeit Gerüchte verbreiten und so. Komplett renoviert, ich bin ganz begeistert. Richtig, ebenfalls. Shit, hier sind die Wachen, Mann. Das ist gefährlich. Ich hoffe, ich habe einen Sport-Health-Fühl, mit dem ich noch niemanden eingeladen habe, weil ich es noch überhaupt nicht planen konnte. Ach, ich bin sicher, das ist jetzt das ganze doof, wenn ich dazu komme. Geht nicht. Ach, fuck. Ich frage mich wohl hin schon, ob ihr euch den ganzen Tag denn schon das Hochzeitskleid tragt. Da gibt es Live-Musik, echt? Da gehe ich da mal hin. Boah, was ist denn los? Ein Aufruhr. Sind das die zwei Prinzessinnen, die sich gerade anzicken? Oh, ich finde, du solltest das auch mal machen. Ich finde, du solltest das auch mal machen. Ich habe alle das für gebraucht, um 15 Wachen abzuschütteln. Das ist traurig. Nein, ich habe schon Zirkokok als Leibwache und der reicht mir und andere Wachen brauche ich nicht. Ich brauche keine Wachen. Okay. Ich dachte, die zanken sich ein bisschen mehr. So, die andere Taverne. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Oh, das ist aber finster hier. Oh. Oh. Vielen Dank. Ich glaube, es war hier lang. Ich weiß, ein Wirt, ein Schwein, ein Mann. Ich weiß, ein Mag, ein Hinterland. Ich weiß, ein Mainmauer, ich weiß, ein Mann. Ich weiß, ein Rüster, ein Helgewang. Ich weiß, ein Schwein gibt es auch. Der war ein strenger Mann, er feiht mich des Abels aus, als es so rann. Das Blut des Gott an mein Körper runter, doch ich wurde dadurch immer noch runter. Der Bürgermeister kommt doch rein. Der neue. Wer braucht schon einen Humpen in der Hand, wenn er hier im Tabernentrug saufen kann? Wer braucht schon einen bitterspissenden Schmerz, wenn er alles haben kann, wenn es sich verzehrt? Wir müssen rauskriegen, wie wir uns am möglichst günstigsten über Wasser halten können. Oh, kacke. Ich weiß, ich habe so ein bisschen Forschungsdrang gerade. Ich kenne ja auch noch gar nicht die ganze Stadt hier. So ein kleiner Abendspaziergang, oder? Kann man sich doch leisten. Hallo. Hallo, Säure. Hi. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt. Ich habe eine Frage. Wissen Sie, wo ich den Schreiner finde? Den Schreiner? Ja. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wo der haust, aber ich habe vernommen, dass er auf jeden Fall sehr laut ist. Okay. Also vielleicht einfach den Ohren folgen. Wo ich sonst eine Fackel herbekomme. Ach so. Weiß ich leider auch nicht. Das tut mir sehr leid. Okay. Kein Problem. Dann, ähm, ich hoffe, ich werde ihn hier irgendwo finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ja, ich glaube, das war irgend so ein Stall, so ein Pferdetypi. Oh, ich sehe nichts. Wie leicht aber, das wäre auch so leicht hier einfach Pferde. Einfach so ein Pferd mitnehmen. Das würde keiner merken. Das perfekte Verbrechen. So. Das hier trifft sich aber gut. Ich muss nämlich selbst ganz kurz pinkeln gehen, Leute. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Bin ich da beim Schreiner? Hallo? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich hocke mich hin, weil ich ein braver Mann bin. Oh, was ist das hier? Ernsthaft? Oh Gott. Die Sache ist halt die, selbst wenn der den Schreiner jetzt noch findet. Äh, ich glaube nicht, dass der jetzt noch arbeitet. Ich hoffe, ich falle nicht irgendwie in eine Grube rein und komme nicht mehr raus. Das wäre ein bisschen peinlich. Also, ich glaube, das hier sind alles Wohnorte. Oh, da ist ein Friseur. Okay. Das freut mich, das freut mich wirklich. Und ich kann nur sagen, die sehen wunderbar aus, eines Bürgermeisters wirklich würdig. Ich bin so hübsch. Der Bürgermeister ist da drin, hat sich eine neue Frisur machen lassen. Das freut mich, dass Ihnen das so gut gefällt hier. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre netten Worte und das Handschütteln. Ähm, würden Sie mich mit auf Ihre Party nehmen? Natürlich, ich muss nur wissen, wo die ist. Gut, dann lassen Sie uns die zusammen suchen. Da klopft jemand. Der Herr? Mein Meister. Eckfried, da bist du ja. Was sagst du zu meiner neuen Frisur? Oh, Meister. Das sieht ja prächtig aus. Oder? Oder? So gut bestückt. Ich stelle mich hier so ganz cool an die Laterne, okay? Wetter Friseur, ihr nennt ab jetzt die Frisur der Rangierius. Rein zufällig hier. Der Rangierius. Der Rangierius, natürlich, mein Herr. So, Eckfried, wo ist die Party? Wir nennen den Frisur mit. Moment, ich habe noch eine Idee, Chat. Ich habe noch eine Idee. Jetzt ist es dunkel. Keiner beachtet mich mehr so wirklich. Jetzt wird es Zeit, hier ein paar Sachen auszuprobieren. Boah, was ist das hier eigentlich? Das sieht cozy aus. Ich dachte, ich könnte mir hier vielleicht Wasser besorgen mit meinem Krug. Ich weiß nicht mal, ob das okay war, dass ich den Krug mitgenommen habe. Ich hätte ihn wahrscheinlich zurückgeben sollen. Ups. Ja, Anfängerfehler. Bei mir zu Hause war das so, dass man die Krüge mitkauft. So furchtbar auch. Die sind voll am Updance. Okay. Ich kann tanzen. Prinz Wilhelm, komm nach vorne. Prinz Wilhelm. Prinz Wilhelm. Wer zur Fickler ist Prinz Wilhelm. Scheiße. Da kommt er. Ein Hoch. Ja Prinz. Er ist auf die Bühne. Los. Na, das ist es. Genau, wir da sind. Rettlichst du es nicht. Prinz William, unser Prinz, ein Eselmann. Man bietet an feiner Narren an. So groß wie sein Gemächt, sein Pferdeschwanz. Ja, er wird uns reagieren auf ewigem Dach. Ein Hoch auf Prinz William, ein bisschen, ein Hoch, ein Hoch. Ein Hoch, ein Hoch, ein Priss. Lang lebe der Prinz. Ein Hoch. Wer mag noch glauben, wer mag noch glauben, wenn Prinz William vor Hochland streiten tut. Niemand wird uns beschützen, außer dieser Prinz. Ich knie nieder vor ihm nieder, du wahrer King. Hallo, knie, los. Hör auf, hör auf. Knie. Ich spiel mit. Mit William. Ruhmächlich. Knie nieder, Gerson. Knie nieder. Das machst du gut. Wir dürfen nicht auffallen zwischen all diesen besoffenen Leuten, okay? Das war fantastisch. Ich hab Frennen in den Augen. Geil. Das Königshaus gibt jeden fünf Bier aus. Wow. Töre, 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 Töre. Guck mal, wenn ich so umfuchse habe. Aber es ist so lau. Oh, wenn ich, wenn ich laufe. Oh, wenn ich laufe, Töre, 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 Töre. Ja. Ja. Du, fantastisch. Du, ich würde auch hören. Du meinst. Du, 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 du. Aber wo finden wir denn jetzt den Schreiner? Warten wir auf. Warten wir auf. Warten wir nicht zu dem Friseur? Nein. Grüche. Wir wollten zum Schreiner. Oh, what? Oh, äh. Hallo. Ja, wie sieht's? Wie sieht die Kämmerer raus? Ähm. Ja, wie sieht die Kämmerer raus? Von der Ratschau. Ähm. Sagt sie, sie seid falsch, nicht? Wer seid ihr? Ach. Ja, ich, ich, ein bisschen, ich weiß nicht, war heute noch nicht. Es wird so laut, so viele Neusten. Ähm. Ich, ich ignorier das mal. Sehr wichtig. Ist jetzt interessant, warum gibt's denn hier so eine Mühle? Und das hier sieht hier irgendwie so ein bisschen nach Kräuterladen aus oder so. Steht aber auch nix. Okay. 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 Okay, jetzt nur ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir hier irgendwie runterfallen. Okay. So. Okay. Okay. So. Okay. Okay. haben sie das gerade mit aufmerksam beobachtet der pöbel verschleppt eine adlige gegen den willen des prinzen der pöbel lehnt sich auf darüber müssen wir auf jeden fall sprechen aber lassen sie uns bitte kurz hier die entschuldigung meine herren ja meister axschwinger ich hoffe sie werden diesen kampf für den guten mann hier gewinnen denn ich finde dass er der eigentliche herr des hauses wieder werden sollte und ich würde ihn gerne unterstützen dabei denn ist er ein anführer eines adelshauses hier ein königreich auf der seite zu haben auf der eigenen das würde auch einem chronisten und notar gefallen ich muss mir einen plan für morgen machen was ich alles besorgen muss brauchen auf jeden fall irgendwas zum wasser rein füllen eine facke wäre vielleicht auch ganz gut für die nacht das rathaus ist geschlossen der vorne waren wir auch noch gar nicht ich glaube das ist die kirche ich weiß nicht ob da irgendwas merkwürdig ist passiert wenn ich da jetzt hingehe warte wer hat denn hier die licht in der mann hier habe ich doch vorhin ausgemacht ich gebe ihn ein aus doch kommen wir gehen rein ich bezahle die wache gehört eure tochter zu hängen das wird ihr nicht gelingen das wird also der pöbel dass sich nicht dem adel widersetzen was ist denn mein prinzip überhaupt wenn wir da wache los aus der kontrolle mit gezogenem schwer auf offener straße auf offener straße ich werde diese botschaft in das haus weberlichen tragen ausgezeichnet ja der wird sich einsetzen das kann ich sagen bevor ich schlafen gehe muss ich es mir noch ein letztes mal anschauen Junge das kann ich nicht machen ich werde auf der stelle hingerichtet worden aber was wenn ich so stark wäre instant dass ich mich wehren kann und alle vernichte ja ja Just do it! Make your dreams come true! Wenn mich niemand sieht? Oh, was wird da hinten geschrien? Alles gut, bisher kann ich widerstehen. Wo? Ich habe aber immer noch nicht irgendwie eine Schreinerei gefunden. Weil der Typ die die ganze Zeit gesucht hat. Eine Schneiderei sehe ich. Hi Rieke, ja ich bin auch dabei. Ich bin gerade so die Nacht am Nutzen, um so ein bisschen rumzuforschen. Wir lernen sehr interessante Dinge. Dass Leute irgendwie hingerichtet werden sollen auf offener Straße. Dass es irgendwo eine Schreinerei geben soll. Doch keiner weiß wo. Oh, das ist verrückt. Da ist der Adel, da will ich nicht hin. Der Adel macht mir Angst. Tag 1 hat eh schon sehr wild angefangen. Ich arbeite um Obststand und bin eigentlich Assistent. Aber meine Mentorin war irgendwie zu lange im Bett. Also war ich alleine da, ohne zu wissen was ich tun muss. Plötzlich kam ein Wildschwein angelaufen, hat in meine Kiste gerammt und die ganzen Kartoffeln sind rausgefallen. Und ja, es war wild. Es war wild. Es war wild. Ich kann nicht einfach ein Schwert klauen, Leute. Machen du denn wir! Oh, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Oh! Er hat eure Schwester beobachtet. Ich wusste, als sie sich umgezogen hat. So wurde mir berichtet. Da ist der nah. Und gleich mit dem Finger auf mich. Lack ihn aus. Ich könnte ihnen das nur tun. Wer lachen? Wer lachen? Wer lachen? Mir gefällt die gute Laune, die diese Menschen haben. Ihr scheint ein gutes Leben zu haben und so langes schönes Haar. Ich bin der Scheiß. Auch euer Haar ist schön, obwohl es kurz ist, glänzt es so schön. Ich schwöre, ich kenne es schon. Eure Haut hat noch nicht viel in die Sonne gesehen. Heißt du mal, Schweinefutter braucht nur ein schönes Schwert. Schweinischen Rad. Er könnte ja einfach zu mir kommen. Ich habe bis jetzt an der Quelle. Das ist mir nicht genug lachen. Ich fahre das so schön. Ich muss dir das sehr gut tun. Oh, ich hin. Lass mal nichts erwähnen. Oh, ihr habt doch was verloren. Vielleicht hat er denn wieder... Wie gesagt, ich habe nur mein eigenes Messer, mit dem ich die Haut abziehe und so. Ach so, ja gut, dann muss ich irgendwo anders einstellen. Wäre ich ja arbeitslos dann. Oder ich müsste mir selber morgen ein neues kaufen. Okay. Ist ja jemand von den Schmiedern. Oh, schon Lotta. Ja, also... Vielen lieben Dank für das Raid. Ich möchte nicht sehr viel sagen, aber... über einen Narren zu lachen, das ist keine Strafe. Wir sollten ihn betrauern. Lotta Raid. Vielen, vielen Dank auch für den Resub. Danke dir. Oh, fast zwei Jahre hoch. Ist doch ein Schmied hier anwesend? Wie war dein erster Tag? Prinzessin. Und hallo, ihr Lieben. Willkommen, willkommen. So foltert ihn, so foltert ihn. Ah shit, jetzt können wir... Ah shit. Hier Leute, es gibt hier nichts zu sehen, Leute. Wir wollten auch definitiv nicht gerade eventuell was klauen. Das würden wir niemals tun. Ich hab deine, ähm... Deine Schneiderei, äh... Sache hab ich mitbekommen aus Versehen. Weil ich da auch gerade dran war. Was macht ihr da? Ich hoffe, du hast dein Kleid bekommen. Ach nein. Der Pöbel soll tun, was der Pöbel... Ich danke euch. Oh, das ist fantastisch. Ordentlich schon im Anlauf. Wir hauen ihn in den Po. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob der Typ, der wirklich... gerade angeprangert wird, oder ob er das nur als Spaß macht, weil er der Hof nah ist. Pöbel. Hey. Carolina, ich traue das nicht. Au! Hi, Muriel. Und jetzt Ongelchen, los, und hau! Oh! Oh, er war ein verdrecklicher Treffer. Fantastisch, Ongelchen. Du hast dich super gemacht. Der Hof nah hängt da. Ist nicht gut. Da ist ein Loch in der Hose. Ich glaube, es ist nur dahinter. Da ist dir der Eber nicht vorgekommen. Weißen Sie, warum er an dem Panger steht? Ja, leider. Fantastisch gemacht, Ongelchen. Das geht einfach. Ich wollte mich vorbereiten. Das hast du super gemacht. Meine Güte. Auf das nächtliche Begegnung. Das ist schon wieder. Ja. Wie ein Engel. Schweden Sie über diesen Morast dieser Stadt. Okay. Ich hoffe, ich... Richtig, nächtlicher Beischlaf. Ja. Oh. Der Adel wieder. Ja. Ähm. So. Der ist da, als ich dachte. Ja, ja. Ja, ja. Einfach so an dem Panger. Ja, ja. Zur Belustigung des Volkes. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist schon, als dass die Prinzessin mir gegenüber etwas über ihre nächtlichen Aktivitäten erwähnen würde. Da passen wir auf, Herr Bürgermeister, dass sie sich nicht als Mann entpumpft. Frauen gehen auch zusammen auf die Toilette. Also... Da ist alles wahrscheinlich. Da ist alles wahrscheinlich. Entschuldigung, was passiert denn hier? Warum ist der gute Mann angeprangert? Ach, das sind doch... Nein. Er hat bei der Schneiderin in die Umkleide gespannert, als eine Dame sie umgekleidet hat. Nein. Oh doch. Was ist ein Schuft? Ja. Da haben Sie völlig recht. Aber dieses Volk hat mich im Stich gelassen. Als ich bereit war, als für dieses Volk zu gehen, haben sie sich im Stich gelassen. Die Prinzessin. Nein, 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 nein. Er hat durch das Fenster geschaut, als ihr euch umziehen wolltet. Ja, warum konntest du nicht ein bisschen machen? Wobei der Prinzessin sogar? Oh, oh. Das war keine gute Idee. Ich musste sie sehen. Das ist so gut. Ich bin zu spät. Also sowas nehme ich nicht mehr mit. Sobald du doch? Nein, ich möchte ihnen eigentlich Mut machen. So lasst ihn heute Nacht ein. Mut, dass sie noch einmal kämpfen. Für uns alle, ja. Was ist denn hier passiert? Heute Nacht? Ich hab auch geirgendwo. Was hat der denn getan? Ein Spanner ist das. Den wollen wir nicht. Was? Den hat er bespannen? Die Prinzessin? Nein. Es ist vor heute reden. Ich bin die gleichzeit. Spanner. Du stellst euch vor den Narren und redet alle gleichzeitig. Ich wüsste es. Morgen ist ein neuer Tag. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wer hat die Handhabe über diesen Narren? Der König. Der Prinz hat gesprochen. So redet alle drauf los. Redet auf hinein. Ach komm, lassen Sie mich ihn noch mal einschenken. Das ist mein neuer Freund. Schau sie doch mal. Werner blickte durch unser Fenster. Können wir ihn mitnehmen in unsere, in unsere, naja, in unser Geschäft? Ach komm, eine kann ich ja entbehren. Eine Weinflasche. Ja komm, wir trinken heute zum Wald. Carolina, wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn einfach mit. Prost. Oh. Dann. Dann. Lassen Sie sich einen schießen. Toast aussprechen. Ja, aber er ist doch sowieso. Es ist seine verlorene Seele. Ist ja auch gar nicht mehr so lange da. Er leizt mir ihn mit deinem Messer. Schnapp. So muss es sein. Keine lange reden. Wie lange muss er da jetzt so hängen? Sie haben einen guten Zug. Deine Strafe ist erstmal vorbei. Die restliche Strafe wird rüber uns ab. Er ist wirklich nah, wie er im Buche steht. Alles klar, Divi. Gute Nacht. Ja, ich hab aufgemacht. Das ist auch gar nicht so schwer. Ja, da hast du wohl recht. Scheiße. So ein Schelm. Carolina, wo warst du mit deinem Messer? Er ist entkommen. Stimmt, wenn es nicht mehr ist, könnte ich ja auch mal spannen gehen. Oder zufällig ein Schwert mitgehen lassen. Kann ja nicht schlimmer sein, als bei einer Prinzessin zu spannen, oder? Ich weiß nicht, wie diese schäbige andere Taverne sein soll. Aber ich hab schon ganz, ganz viele Gerüchte gehört. Du musst, wenn du sie mal ausspionieren möchtest, einfach nur den Weg hier nach unten gehen. Mhm. Ja. Gut, gut. Ich leih mir das Schwert nur aus zum Obst schneiden, genau. Ja. 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 Machen wir zwölf und sind quitt. Dann fehlen aber drei Thaler. Dann machen wir 13. Das wäre okay. Für die Aufwandsentschädigung. Das nehme ich an, ja. 13 ist auch eine gute Zahl. Warte, hier gibt's Fackeln in der Postamt, what the fuck? In meinen Landen brachte sie Glück. Wundervoll. So lobe ich mir das doch. Da hinten. Da. An den Turmen. Für das Volk. Wir waren, wir haben den auch in den anderen Turmen, aber da. Ich schaue eben, wie ich meine genaue Geld, ich muss da kurz in meine Börse sein, da ist was drin, dass ich das aufteile. Wie jeder Probleme hat diese Stacks da zu bearbeiten. So einen alternativen Handgriff, schwer zu beschreiben, aber mit dem kriege ich das dann Stück für Stück ganz gut geregelt. Ja, ich hab so grobe, grobe Finger, die sind halt einfach des Holzfällens. Ich bin eher für die groben Sachen zuständig. Da haben wir's doch. Vielen Dank. Dankeschön. Und wie gesagt, wenn ihr irgendetwas braucht, die lagen vor ihren Füßen. Ja, die hab ich gesehen. Oh ne. Sind die einfach. Durchgefallen wahrscheinlich. Ist das. Ne. Ich meine, ja, ich hab die nicht dücken sehen, oder? Es hat keiner von uns die Fackeln aufgehoben. Und sie lagen beide auf dem Boden. Ich hab die auch Fackeln gesehen, aber sie sind anscheinend durch den magischen Boden. Wir haben einen magischen Boden. Gibt es hier auch nicht magische Fackeln, die nicht verschwinden? Nein. Äh, in der Theorie schon. Tja, vielleicht müssen wir dann den Handel nach hinten stellen. Dann müssten wir nochmal gucken, wo wir unsere, wie wir die Geister Fackeln wieder bekommen. Die auf magischer Weise einfach verschwunden sind. Die haben wir schnell genug aufgesammelt, oder? Ja, ja, die hab ich. Kann ich denn in ihre Taschen gucken? Ja. Nicht, dass er jemand anderes meine Fackeln genommen hat. Weißt du, was man macht, wenn die Fackeln sind durch den magischen Boden geglitten? Weißt du, durch die Rillen. Ist das verloren, oder kennst du dich da als Schreiner ein bisschen aus? Oh, Menschenskines. Alex, schau mal da. Ja, da ist noch eine, aber die zweite. Zwei. Zwei. Magie, Magie. Wenn da noch eine ist, dann... Oh! Oh! Auf dich ist Verlass, Pazzinia. Sehr gut, sehr gut. Ich hatte so große Finger, dass die in den Rillen drin war. Das ist gut. Ja, ja. Ja, warum man halt die Fingerfertigkeit eines Handwerkers. Perfekt. Das stimmt. Also, wenn ihr irgendwas braucht, oder was wir besorgen sollen, oder uns umhören wollt, sagt uns einfach Bescheid. Wir gucken, was wir möglich machen können. Dankeschön. Und falls der Helmut kommt und auch nach der Fackel fragt, schickt ihn zu mir. Gerne, gerne. Alles Klärchen. Ich brauche eine Fackel. Dann auch bald. Ja, nun haben wir keine mehr. Müssten erst neue besorgen. Das kriegen wir hin. Das glaubt nimmer. Wann ist der Nachschub denn da? Aber das ist ja das Ostamt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir... Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Sachen auch besorgen können, oder Sachen von A nach B ermitteln können, oder... Oder, oder. Wir können alles besorgen. Ja. Wir können alles besorgen. Wir können das auch diskret halten. Genau. Oh. Oh. Richtig, richtig. Unsere Prinzessin. Seid gegrüßt. Eure Hoheit. Seid gegrüßt. Prinzessin. Ja. Aber das ist der Maurice. Nun, was macht ihr hier? Mann. Das ist doch meine Chance. Wir sind das Postamt. Wichtige, wichtige Postgeschäfte. Ja. Tätten wir gar nicht hier. Ich verstehe. Du solltest ja einen Brief schreiben. Ne, ich bin eigentlich nur gerade auf der Suche noch. Meine Begleitung ist mal da abgesprungen für die Unterhaltung heute noch. Deswegen suche ich gerade noch. Ja. Hat die Begleitung einen Namen? Ähm, ich weiß den Namen nicht, aber der war gerade vorne an diesen, äh, an diesen runden, ähm, da, dieses Strafbrett da. Oh, das habe ich schon ganz oft gehört. Das ist eine ganz, ähm, gewiefte Taktik, um Leute zu versetzen. Ähm, ich glaube, sie können diese Person vergessen. Ja, das werde ich machen. Ja, dann will ich euch gar nicht länger aufhalten. Und? Ja, kein Problem. Wenn wir sie finden, dann werden wir ihr ausrichten, dass sie nach ihr, ähm, dringend suchen. Ja, wenn wir uns diese komplett fremde Person finden, dann richten wir ihr etwas aus. Habt Dank. Sehr gerne. Habt euch wohl. Habt euch wohl. Auf bald. Auf dann. Tschüss, Wache. Ja. Oh mein Gott. Also, also, wie, wie, wie war das noch gleich hier? Mit besorgen, ohne dass das jemand, äh, mitbekommt? Ja. Also, wie gesagt, wir versuchen erstmal ganz diskret Dinge zu besorgen, wenn sie etwas haben möchten. Und, ähm, na, wenn wir diskret, äh, sein sollen und, äh, das unter uns pläumen sollte, dann hat das einen gewissen Aufpreis, je nach Menge, oder dem, was sie haben wollen, und was sie handelt von ein bis, äh, aufwärts Thaler. Ich verstehe, verstehe. Der eine oder andere Thaler muss da mehr fließen bei uns so in die Taschen. Mhm. Das ist, das ist doch schon mal gut zu wissen. Wenn wir ihm helfen möchten. Ich wollte fragen, ob ich den, ob ihr den Schmied gesehen habt. Bitte? Ähm, ne, ne, aber bei der Schmiede vielleicht. Genau, da würde ich als erstes nachsehen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Wo, wo ist denn, äh, der Schmied? Ah, ich zeig ihn mal ganz, äh, gekonnt in die Richtung. Puh. Also, Freunde. Also, was schwebt Ihnen denn so vor? Ja. Ich rede mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist nicht zu leise hier. Ja, ja, ja. Warten Sie, warten Sie, wir flüstern ein bisschen hier. Ja, ja. Also, wie sähe das denn aus mit, ich sag mal, ähm, Waffen? Eventuell. Übungswaffen vielleicht. Ich meine, Übungswaffen, ich verstehe. Habt ihr sowas schon mal besorgt, oder? Ja. Nee, aber ich kann mich, äh, dementsprechend mal umhören. Wie ist der Zufall, Will? Das wär super. Dann komm ich vielleicht morgen nochmal vorbei und... Vielleicht auch so um die Uhrzeit, ne? Also, wo, wo keiner mehr so zuhört und so. Und dann... Können wir uns das vielleicht mal überlegen, wie das preislich aussieht? Natürlich. Na klar. Also, wem sollen denn die Waffen geliefert werden? Also, wer bekommt die denn, wenn ich fragen darf? Ähm, äh, an, an den Obststand werden die geliefert. Ja, wo die Oma immer steht? Ja, also, die muss vielleicht auch nicht unbedingt davon erfahren, weil... Die gute Frau macht sich immer Sorgen, ihr versteht vielleicht. Okay. Mhm. Ja, ja, in der Tat, in der Tat. Und ihr sagt es, in der Wache ist dieser Dämon, ne? Ja, kein Problem. Wir sind natürlich sehr diskret und dann können wir uns über den Preis natürlich unterhalten. Aber erstmal müssen wir in Erfahrung bringen, ob wir das liefern können. Genau. Vielleicht auch direkt nachfragen, äh, was es da so für Varianten gibt, ne? Vielleicht Hölzerne oder sogar Metallene, das wär... Mhm. Ja. Hallende. Alles können wir Ihnen besorgen. Alles? Das behalte ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf. Da wurde bereits über das Budget gesprochen. Das Budget? Also, ich würde sagen, je nach dem, was es ist und die Schwerheit, müssen wir uns dann noch unterhalten, äh, was wir denn bekommen dafür. Genau, aber es war auch eine Gefahr hier mit den Fackeln jetzt, ne? Wir haben erst besorgt und dann über den Preis verhandelt. Es kann natürlich sein, dass wir dann, naja, tief in die Tasche greifen, bevor es überhaupt so weit kommt, dass wir Geld bekommen. Mhm. Das müssen wir auf jeden Fall machen, dann halbe, halbe. Also, ich hab noch kein Geld für die Fackeln gesehen. Ja, ich hab sie auch noch nicht ausgeteilt. Äh, verstehe. Ja, also, ja. Haben Sie so 50 Taler? Mit wie viel können wir rechnen? Ja, das ist, also, ich würde das dann besorgen, so im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Okay. Wir müssen uns erstmal einig werden, wie viel das genau dauert. Ja, über Zahlen sprechen. Genau, also für diese, ähm, genau, für diese Papierbögen, ja? Da, da müssen wir mal gucken, ja. Ähm, genau. Gut. Dieses spezielle Papier. Mhm. Wir, 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 wir werden unser Bestes geben. Mhm. Alles klar, okay, also. Gut, Leute, ich mach mich dann mal auf. Mhm. Alles klar. Ja. Ihr, ihr guckt dann mal, was ihr da so, äh, eventuell besorgen könntet und dann reden wir nochmal, ja? Definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall. Aber eine, 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 ich sag mal, eine Anzahlung, äh, muss es schon, schon geben, ne? Also. Ach so. Bereits für die Information quasi. Naja, also ich mein, äh, äh, so ein, so ein, so ein beteilendes Schwert, äh, zum Beispiel zu besorgen, ist das schon, äh, äh, schwierig. Das ist so einfach. Ja. Wir, wir können es ja so machen, ihr bringt erstmal in Erfahrung, wie viel das insgesamt so kosten würde und dann unterhalten wir uns drüber und dann gibt's quasi Vorkasse und Nachkasse. Was haltet ihr davon, hm? So machen wir das. Das klingt gut. Grüße. Ja, das klingt sehr gut, ja. Super, alles klar. Ja, dann. Habt euch wohl. Gute Nacht. Äh, wir sehen uns. Auf eure gemeinsame, ähm, arbeiten. Bis dann. Ja, ja, genau. Oh. Auf da. Oh oh. Okay. Sehr gut, Jett. Der erste Schritt ist getan. Mit Diebstahl, es kommt so. Ja gut. Man weiß ja auch nicht, was davon illegal ist. Wunderschönen Abend. Gute Nacht. 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 alle Sachen, aber ich weiß übrigens immer noch nicht, was das hier ist. Potato Seed. Okay. Ich lege es mal da rein. Ich wünsche, es gäbe einen Schlüsselbund, wo ich die ganzen Schlüssel dran machen kann. Die nehmen halt direkt sechs Slots vom Inventar weg. Das ist fies. Ist das jetzt abgesperrt? Ich glaube schon. Ich glaube ja. Okay. So, jetzt herein in meine wohlige Behausung. Ich schätze, man kann sich nicht wirklich hinlegen oder so, sondern geht quasi hier drauf und lockt sich dann aus. Jo. Ich hoffe, ich bin morgen nicht tot, weil ich weiß nicht, ob jetzt die Zeit noch umgeht in der Nacht. Es wird ein bisschen eng hier mit Wasser und Futter. Wie war mein erster Tag? Es hat sehr chaotisch angefangen, weil ich bin ja da im Obststand gewesen mit der guten Frau Ella und ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber es hieß dann plötzlich, also es kam so ein Nachrichtentyp vorbei und hat mir die Nachricht überbracht, dass sie noch ein bisschen länger im Bett braucht, wegen dem Alter und so. Das heißt, ich stand ja erstmal alleine, hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung und müsste mich da irgendwie so ein bisschen durchwurschteln und dann ging es auch direkt weiter mit sie kam dann irgendwann an, hat dann aber festgestellt, dass sie die Schlüssel für die Kisten da am Stand nicht mitgenommen hatte. Die waren noch im Haus. Das heißt, sie musste nochmal zurücklaufen. Dann kam eben noch so ein so ein Wildschwein an, hat, ich weiß nicht mal, wie das funktioniert hat, aber das Wildschwein hat eine Kiste geöffnet mit Kartoffeln und da sind irgendwie 100 Kartoffeln oder so sind rausgefallen und da war ich da war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, genau der Henke, da war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Kartoffeln aufzusammeln und es war sehr chaotisch und dann haben wir festgestellt, ich dachte erst, ich wäre zu dumm, aber wir haben festgestellt, dass wir irgendwie noch nicht die Stacks bearbeiten können, also dass wir irgendwie Items nicht aufeinander ziehen können, um die Stacks irgendwie zu kreieren und alles war dann irgendwie einzeln und ich dachte erst, ich wäre zu doof dazu zu raffen, wie das funktioniert, aber dann meinte Ella, sie weiß auch nicht, wie das klappt, also in RP-Sprache und andere Leute konnten sie irgendwie auch nicht und ja, es war alles sehr wild auf jeden Fall, sehr chaotisch. Ja und dann kam diese eine Prinzessin und wollte einen Apfel von mir und war super frech, voll die, Alter, voll die blöde Kuh und meinte so, mein Apfel schmeckt nicht, das hat mir gar nicht gefallen, Mann. Aber ja, war lustig. Ich muss mir nur, ich will mir für morgen auf jeden Fall einen Plan machen, weil ich weiß immer noch nicht, wie ich trinke zum Beispiel. Ich habe mir vorhin Bier gekauft, in der Hoffnung, dass ich mich mit Bier hydriere, hat nicht funktioniert. Ich habe eher noch Hydration verloren und keine Ahnung, ich habe, ich brauche da so einen Trink, so einen Trinkbeutel, so einen Wasserbeutel brauche ich, glaube ich, dass ich irgendwie Wasser aufsammeln kann und dann trinken kann. Achso, ja und ich habe meiner Chefin offenbart, dass mein großer Traum ist, irgendwann ein Knappe und Ritter zu werden, dass ich eigentlich nur deswegen nach Rastalot gekommen bin. Sie war ein bisschen geschockt, weil sie findet Waffen gar nicht gut und es waren viele lustige Ereignisse auf jeden Fall. Genau, in der Nacht habe ich jetzt so ein bisschen noch Rastalot erkundet, all die Sachen, die ich tagsüber jetzt nicht sehen konnte und habe so ein paar interessante Geschehnisse und Begebenheiten belauscht. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Ist auf jeden Fall sehr lustig, ja. Amoira hatte das Problem auch. Ich dachte mir, ich dachte mir fast, dass das beim Adel wahrscheinlich nicht so auffällt, weil die ja nicht so viel mit Stacks arbeiten, nehme ich an. Bei mir war es halt schlimmer. Wir hatten da wirklich Kisten drin mit so Hunderter und Tausender Stacks und die klickst du dann an und dann werden die aufgeteilt und dann kannst du sie aber nicht wieder zusammen machen und dann waren die Kisten alle voll und ich musste die Kartoffeln irgendwo hin machen. Da habe ich die in andere Kisten gemacht, wo kein Schloss dran war und dann meinte Ella so zu mir, oh, da darfst du aber eigentlich nichts reinmachen, weil da kann jeder dran und ja, ja, bei ihr war es Fleisch. Ja, okay. Wie war das bei dir, Leute? Was habt ihr so gemacht? So ein paar Mal habe ich euch ja erwischt. Zu viel. Hat es hier gerade gehupt? Habt ihr das gehört? War das Ingame oder war das hier bei mir? Aftertalk? Ach stimmt, das gibt es ja auch. Stimmt, ja, das können wir auch gerne machen. Das war bestimmt bei mir. Ich meine, wer sollte hier hupen? Was könnte hier überhaupt hupen? Das ist das Auto von den Whistleys. Ja. Ja. Geh aufs Bett, Alter. So. Nachtruhe. Zapfenstreich. Ja, Leute, lustiger erster Tag. Ich musste mich natürlich so ein bisschen einleben, also eigentlich alles wie geplant. Aber ich glaube, wir haben eine interessante Story entwickelt, vor allem jetzt mit den Postleuten. Dürft ihr natürlich keinem erzählen, okay? Ihr dürft nicht irgendwie in die anderen Streams und hier, ja, der Chris will folgendes. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall. Aber, jo. Die Potatoes, das war schon gut, ja. Ich war so gestresst, ich wusste gar nicht, was da passiert. Ich wusste nicht, warum die Kartoffeln plötzlich da rausfallen. Ich dachte, ich hätte irgendwie Scheiße gebaut. Vielleicht war ich es auch. Ich weiß es immer noch nicht. Ich will jetzt aber noch live erleben, wie der, wie der, Jo Pfeife, danke für den Gift-Sub an Manges. Danke dir. Ich würde jetzt noch gerne erleben, wie das hier aussieht, wenn der Server da umgeht. Ich dachte das auch, aber ich war mir da nicht mehr sicher. Weil ich glaube, ich habe eigentlich nichts gemacht, was das bewirken würde, dass da plötzlich der 100er-Steak einfach aufplatzt. Ich habe das eigentlich ganz normal angeklickt, wie die anderen Sachen auch. und da ist immer nur eins rübergekommen in mein Inventar, aber da auf die, keine Ahnung. Aber ich wüsste auch nicht, wie das Schwein das machen sollte. Also wahrscheinlich habe ich schon irgendwas verkackt, aber es war dann auf jeden Fall lustig. So. Good night. So sieht das aus, wenn es dann zu Ende ist. Okay, alles klar. Ne Leute, dann mache ich hier auch gleich den Stream aus. Ich gucke mal noch. Wartet mal kurz. Ich glaube, man kann da auf der Seite gucken, wenn noch alles streamt. Falls noch irgendjemand streamt. Na guck mal, da haben wir sogar wen. Der eine, der vorhin bei den Postleuten war. Den rate ich jetzt. Aber jo, ich danke euch fürs Zugucken. Morgen geht es weiter damit direkt. Und es wird jetzt natürlich von Tag zu Tag cooler, weil wir immer mehr Leute kennenlernen und so ein bisschen Handlungsstränge aufbauen. Und ich bin mal sehr gespannt, wo das dann noch hinführt. Aber jo, für heute fertig. Wir raiden den lieben Typen vorhin von dem Postamt, der mir vielleicht eine Waffe besorgt. Mal gucken. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen Abend wieder. Spätestens 18 Uhr. Mal gucken, ob ich schon früher anfange mit irgendwas anderem. Aber jo. Jo. Pfeife, nochmal danke. Ein Gift-Sub an ein Biestwort. Ich danke dir. Super lieb von dir. Wir sehen uns morgen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.